Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Laura Buzo. Wunder wie diese. Aus dem Englischen von Mo Zuber. Gelesen von Elisa Schlott und Barnaby Metzschurath. Eine Produktion von Arena Audio. Sphären der Machtlosigkeit. Licht an. Ich schreibe ein Theaterstück, sagt Chris und lehnt sich über das Warenband meiner Registrierkasse. Ich werde es Tod eines Kunden nennen. Er weist mit dem Kinn in Richtung der Gänge mit den Lebensmitteln, die von grellem Neondicht ausgeleuchtet sind. Ich brauche einen Moment, bis ich die Anspielung kapiere, aber dann fällt es mir ein. Tod eines Handlungsreisenden. Das Stück habe ich letztes Jahr zusammen mit Dad im Theater gesehen. Klingt gut, sage ich. Willst du mitspielen? Ich nicke begierig. Cool. Wir gehen nach der Arbeit noch in den Pub, um daran zu arbeiten. Komm doch mit. Wer geht denn alles? Kiekse ich. Oh, Ed, Bianca, Donna, die üblichen eben. Ich bin erst seit drei Wochen 15. Aber nachdem ich vor einem Monat meine Zahnspange losgeworden bin, wäre es für mich wahrscheinlich kein Problem mehr, in den Pub reinzukommen. Zumindest vom Aussehen her. Das Problem ist, dass mich mein rasendes Herzklopfen mit Sicherheit an den Türsteher verraten würde. Und selbst wenn es das nicht täte, graut es mir davor, mit meinen Arbeitskollegen auszugehen. Nur bei Chris ist es was anderes. Donna ist ungefähr in meinem Alter. Aber sie hat keine Probleme, mit den anderen mitzuhalten. Sie schminkt sich die Augen und ist bei allem sofort mit dabei. Sie trägt wadenhohe schwarze Stiefel mit lila Schnürsinkeln. Und sie raucht. Ihr Vater hat sie schon mehrfach vor die Tür gesetzt. Sie hat echtes Streetcred vorzuweisen. Ed ist schon 18 und die meiste Zeit ziemlich undurchschaubar. Bianca ist 23 und ignoriert mich konsequent. Mit denen gehe ich bestimmt nicht in den Pub. Ich muss noch Hausaufgaben machen, sage ich. Das ist nicht mal gelogen. Ich habe in Mathe sowieso schon zu kämpfen. Wenn ich jetzt noch mit den Hausaufgaben hinterherhänge, wird es nur noch schlimmer. Meine Schicht geht bis um neun. Und selbst wenn ich dann gleich nach Hause gehe, wird es mindestens 20 vor 10, bis ich zu meinen Hausaufgaben komme. Chris verzieht missbilligend das Gesicht. Na und? Ich muss bis Freitag eine Seminararbeit abgeben. Aber man muss doch auch noch leben dürfen. Ich kann nicht. Na gut, daneben nicht, sagt Chris und verdrückt sich in Richtung Delikatessenabteilung. Delikatessenabteilung bestimmt, um Georgia zu fragen, ob sie mit in den Pub kommt und an seinem dramaturgischen Meisterwerk mitarbeiten will. Georgia ist blond, hat einen großen Busen und kriegt das hin, selbst in dem weißen Kittel der Delikatessenabteilung sexy auszusehen. Mein Anlass zur Eifersucht begründet sich aber eher daraus, dass sie mit 18 Jahren drei Jahre näher an Chris ist. Im Land der Träume Bei Chris heißt er Woolworth, wo wir arbeiten, nicht einfach Woolworth. Er nennt ihn Land der Träume. Abends und an den Wochenenden arbeiten meist nur Aushilfen im Land der Träume. Das sind fast ausnahmslos Schüler. Streetcred Donner und ich. Dann noch einige Studenten. Chris, Kathy, Stuart. Und ein paar sogenannte junge Leute, die sich noch nicht im Klaren darüber sind, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen. Ed, Bianca und Andy. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass sich Ed, Bianca oder Andy um ihren Platz auf dieser Welt scheren. Und sie sind einfach da. Ed, ein Geld zu verdienen, mit dem er seinen Graskonsum finanziert, Bianca, um sich an die Jungs an der Kasse ranzumachen und Andy. Ach, der sagt so gut wie nie etwas. Ich habe letztes Jahr im Land der Träume angefangen, mit fast genau 14 Dreiviertel. Der Grund ist, dass ich meine Eltern ungern um Geld bitte und mir zugleich klar war, dass bei uns eh nie groß was übrig bleibt. Über Geld wird bei mir zu Hause nicht offen gesprochen. Meine Schwester Lisa ist nach Bathurst gezogen, um dort an der Uni zu studieren. Und mein Dad war diesmal längere Zeit ohne Aufträge. Es nervte mich zusehends andauernd, um Geld bitten zu müssen. Dad sagte jedes Mal, er hätte keins und ich solle mich an Mom wenden. Mom seufzte dann und händigte mir gnädigst welches aus. Ach, da habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Ich bin zum Einkaufszentrum gegangen und habe in jedem Laden nach Arbeit gefragt. Eine Woche später rief eine Dame von Woolworth an und bat mich, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen. Die Woche darauf habe ich angefangen. Als ich am Morgen nach meiner ersten Probeschicht zum Frühstück hinunterging, las Dad gerade die Zeitung. Und Mom wischte den Brei meiner kleinen Schwester auf, der auf dem Boden gekleckert war. Ich habe einen Job bei Woolworth, sagte ich. An der Kasse. Mom nickte kurz beim Aufwischen. Gut, sagte Dad. Sehr gut, mein Schatz. Seitdem arbeite ich dreimal die Woche, von 16 bis 21 Uhr und samstags, manchmal auch sonntags, von 12 bis 16 Uhr. Ich habe meine Arbeitszeiten schon voll verinnerlicht. Nach Schulschluss schiebe ich mich an den Horden von Mädchen, die in die Freiheit drängen, vorbei zu meinem Spind. Er befindet sich neben dem meiner besten Freundin Penny, sodass wir uns am Ende eines jeden Schultags dort treffen. Ich schäle mich aus meiner Uniform und schlüpfe in meine schwarze Hose und die schwarzen Schuhe. Dann bahnen wir uns den Weg nach draußen. So wie Australien vom Meer umgeben ist, wird unsere Schule vom Verkehr mehrerer Schnellstraßen umringt. Sie liegt inmitten von sechs spurigen Hauptverkehrsadern voller Abgase. Wenn es regnet, bilden sich in den Abflussrinnen riesige Öllaren. Die vorbeifahrenden Busse versprühen diese ölige Gischt literweise über die Bürgersteige. Es ist schon schlimm genug, wenn man beim Warten an der Bushaltestelle vom Regen durchnässt wird. Aber wenn es einen morgens dann noch auf dem Weg zum Schuleingang erwischt, toppt das wirklich alles. Nach der Schule fahre ich immer mit dem 760er-Bus. Einen Sitzplatz kriege ich nie. Weil die Jungs von der Schule nebenan echte Drängler sind. Zu den zermürbendsten Augenblicken meines Schultags gehört die Busfahrt mit ungefähr 20 Jungs in meinem Alter. Sie schubsen, fluchen, protzen, was das Zeug hält und sind sich noch nicht mal zu schade, einen an den Haaren zu ziehen. Meistens warte ich einfach bis zum Schluss und versuche mich da noch als Letzte reinzuquetschen. Aber an den Tagen, an denen ich zu wohlig muss, kann ich das nicht riskieren. Sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Mit dem 760er schaffe ich es gerade so bis um vier. Dort angekommen, binde ich mir hastig das rote Halstuch um, stecke das Namensschild an, stopfe meine Sachen in den Spind, sehe auf dem Dienstplan nach, an welcher Kasse ich in dieser Schicht sitze und springe auf meinen Platz. Die Grundlagen Miss Amelia Hayes Willkommen im Land der Träume Der Junge grinste mich an und wies mir den Weg in dasselbe winzige Büro, in dem ich schon das Vorstellungsgespräch hatte. Der Junge und ich musterten uns einen Moment lang von oben bis unten. Ich schätzte ihn auf etwa 20. Er sah unscheinbar aus, aber er hatte eine offene, freundliche Art. Ich, sagte er, bin Chris, dein dir wohlgesinnter Belegschaftsleiter. Du bist mir für drei, vier Stunden Schichten zugeteilt worden. Ich werde dich in die Wooly-Abgründe führen. In Ordnung? Alles klar, grinste ich. Also, sagte er, nur damit du Bescheid weißt, ich bin offen für alle Arten von Bestechung. Gut zu wissen. Dann lass uns mal losziehen. Chris zeigte mir, wie man die Einkäufe so einpackte, dass die Kunden möglichst wenig darin auszusetzen hatten. Er brachte mir die Namen der weniger bekannten Obst- und Gemüsesorten bei. Steckrüben, Rambutan, Kaki, Tamarillo, Drachenfrucht, Sternfrucht, Okraschoten. Außerdem viele verschiedene Apfelsorten. Fuji, Brayburn, Pink Lady, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Granny Smith. Dann gab es noch alle möglichen Arten von Kartoffeln. Gebürstete Kartoffeln, gewaschene Kartoffeln, Desiree, Gipfler und Pontiac. Am dritten Abend meiner Einweisung war es soweit. Ich sollte zum ersten Mal mit Kunden zu tun haben. Chris wich die erste Zeit nicht von meiner Seite und verbrachte die nächste Stunde in meiner unmittelbaren Nähe. Er zwinkerte mir aufmunternd zu und tauchte immer sofort neben mir auf, wenn ich Schwierigkeiten hatte. Gegen 20 Uhr ließ der Andrang nach und er kam zu mir herüber. Ich glaube, du hast dir eine Pause verdient, Kleine. Er lächelte und stellte das geschlossene Schild auf. Ich lade dich zu einer Kohle ein. Wir saßen in dem leeren Restaurantbereich des Einkaufszentrums. Alle Läden waren bereits geschlossen. Sag mal, Emilia, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 15. Naja, fast. Wow, du bist wirklich noch ziemlich jung. Kann schon sein. Gehst du gern zur Schule? Ja, also meistens. Was ist dein Lieblingsfach? Englisch, auf jeden Fall. Meine Lehrerin in diesem Jahr ist zwar etwas eigenartig, aber trotzdem. Deine Liebe ist also stark und aufrichtig. Ich sah ihn erstaunt an. Wie bitte? Deine Liebe zu Englisch. Es macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten, dachte ich. Und was machst du? fragte ich ihn. Ich habe noch ein Jahr bis zu meinem Abschluss an den News House. Welche Fächer? Englisch und Soziologie. In Soziologie habe ich nächstes Jahr Prüfung. Und danach? Fang bloß nicht damit an, erwiderte er plötzlich gereizt. Hast du noch Geschwister? fragte er dann. Eine ältere Schwester, Lisa. Sie ist an der Charles-Stewart-Uni in Bathurst. Sie wohnt dort mit ein paar anderen in einer Haus-WG. Hat die ein Glück. Er verzog das Gesicht. Ich wohne noch zu Hause. Vertragt ihr euch nicht? Ach, meine Eltern sind nett. Es ist nicht wirklich schlimm. Es ist nur, ich wohne schon zu lange dort. Aber ich habe keine Wahl. Er verstummte. Meine andere Schwester ist gerade drei geworden. Drei? Wow. In der oberen Kommodenschublade haben Verhütungsmittel noch nie was genützt. Wir lachten beide. Aber Jessie ist einfach so süß, sagte ich. Mein Herz hüpfte bei dem Gedanken an Jessicas pralle, runde Bäckchen und philosophische Grübeleien. Hast du einen Freund? Was? Nein. Wie sollte das denn passieren? Ich habe mich seit der Grundschule nicht mehr wirklich mit Jungs unterhalten. Meine einzigen Kontakte mit dem männlichen Geschlecht hatte ich im Bus. Aber die Drängler und Schubser zählen nicht. Mit ihnen sehe so eine Unterhaltung ganz anders aus, dachte ich. Und? Hast du eine Freundin? Fragte ich zurück. Er drehte am Ringverschluss der Cola-Dose. Bis er abbrach. Nein. Er warf die Dose in die Richtung eines ein paar Meter entfernten Mülleimers. Er verfehlte sein Ziel knapp. Die Dose schepperte gegen das Metall und fiel zu Boden. Wir gehen besser wieder rein. Ich nickte und schob meinen Stuhl zurück. Ach ja, du solltest unbedingt in die Gewerkschaft eintreten, Kleine. Das kostet nicht viel, aber du kannst sicher sein, dass du es irgendwann mal brauchen wirst. Die Wochen vergingen und ich gewöhnte mich daran, nach der Schule zur Arbeit zu gehen. Chris brachte öfter mal Entwürfe seiner Uni-Arbeiten mit, die ich mir in der Pause durchlas. Sein Lieblingsseminar war Geschichte der Popkultur. Seine Arbeiten waren durchzogen mit Zitaten seiner Lieblingsfilme wie Alien, Rambo, Platoon, Apokalypse Now und der Pate. Was für ein krasser Gegensatz zu dem, was wir in der Schule durchnahmen. Und er fragte nach meiner Meinung über seine Arbeiten. An einem anderen Tag, als wir anstanden, um unseren Lohn im Büro abzuholen, sagte Chris, Das Mutterschiff bei Alien basiert ganz eindeutig auf feministischen Theorien. Findest du nicht auch? Ich sehe mir keine Gruselfilme an. Sie machen mir Angst. Angst davor, allein zu Hause zu bleiben. Angst, allein im Dunkeln von der Arbeit nach Hause zu laufen. Penny sieht sich Horrorfilme an und bleibt total cool dabei. Sie kann sich im Bett das Schweigen der Lämmer ansehen und danach friedlich einschlummern. Als wir den letztes Jahr gemeinsam gesehen haben, habe ich danach eine Woche lang nicht geschlafen. Das ist kein Horrorfilm, Kleine, erklärte Chris. Das ist Science Fiction. Bahnbrechende Science Fiction. Jede Unterhaltung mit Chris löst bei mir eine nervenaufreibende Mischung aus Begeisterung und Verlegenheit aus. Ich gehe auf eine reine Mädchenschule, wo es hauptsächlich darum geht, möglichst viel zu lernen. Ich war überhaupt nicht daran gewöhnt, mich mit Jungs zu unterhalten. Schon gar nicht mit Erwachsenen, die Semesterarbeiten schreiben und eine unglaubliche Ausstrahlung hatten. Sommer An Heiligabend arbeitete ich ebenso wie Chris und die meisten anderen Aushilfen. Seine Schicht endete eine Stunde vor meiner und er brachte eine gute halbe Stunde damit zu, für alle den Woolworth-Clown zu geben. Er schickerte mit den Mädchen und beriet Ed am Service-Schalter zu seinen Chancen im Leben. Es war erstaunlich, wie leicht er ein Gespräch anfangen konnte. Wenn Chris da war, verbreitete er für alle gute Laune. Nachdem er seinen Rundgang beendet hatte, verschwand er für ein paar Minuten zwischen den Gängen und kam mit einem Blumenstrauß wieder hervor. Ich war gerade damit beschäftigt, einen tiefgefrorenen Truthahn in eine Plastiktüte zu stopfen. Es sah so aus, als ob Chris gehen wollte, ohne auf Wiedersehen und fröhliche Weihnachten oder sonst was zu sagen. In allerletzter Sekunde blieb er bei meiner Kasse stehen, warf die Blumen aufs Warenband und murmelte Die sind für dich, Kleine. Frohe Weihnachten. Und weg war er. Ich sah von den Blumen zum Ausgang und wieder zu den Blumen. Nach der Arbeit lief ich nach Hause und hielt meinen Blumenstrauß an die Brust gedrückt. Ich spürte eine sonderbare, flatterige Aufregung in mir. Den ganzen Dezember lang hatte ich mich wie eine Irre auf die Schichten gefreut, von denen ich wusste, dass Chris da sein würde. Besonders, wenn er an einer Kasse in meiner Nähe saß oder am besten an der Kasse vor mir, sodass ich mithören konnte, wie er sich auf seine ganz besondere Art mit den Kunden unterhielt. Er konnte sich einfach mit jedem unterhalten. Aber trotz seiner lockeren Art gegenüber den Managern ließ er sich nichts gefallen. Ein paar Tage vor Weihnachten gab die Klimaanlage ihren Geist auf. An den Kassen kippten wir fast um vor Hitze. Und die warmen Weihnachtsmützen, die wir tragen mussten, machten die Sache nicht besser. Die meisten fluchten. Aber wir kassierten dennoch und packten weiter ein. Alle, bis auf Chris. Er legte beim Management Beschwerde ein, damit wir die Mützen nicht mehr tragen mussten, bis die Anlage wieder lief. Die Chefetage blieb ungerührt und bestand darauf, dass nur mit den Mützen eine Weihnachtsatmosphäre aufkäme. Chris wandte sich an die Gewerkschaft und kurz darauf gehörten die Mützen der Vergangenheit an. Chris, der Held der Stunde, zog mir persönlich die Mütze vom Kopf und schleuderte sie unter meine Kasse. Dann zwinkerte er mir zu, beugte sich vor und hauchte mir verschwörerisch ins Ohr. Aufstand gegen die Maschinen, Kleiner! Dabei streifte er flüchtig meinen Arm. Es war das erste Mal, dass er mich berührte. Chris bei der Arbeit um mich zu haben, verwandelte fünf Stunden Langeweile in ein Wunderland voller ausgelassener Neckerei. Nachdem die Schul- und Semesterferien angefangen hatten, passierte es ziemlich oft, dass wir gemeinsam eingeteilt waren. Das Flattern in meiner Brust war so heftig, als wollten mir die Rippen bersten. Der letzte Sargnagel für mein seelisches Gleichgewicht kam eines Nachmittags kurz vor Feierabend. Chris lehnte an meiner Kasse und quatschte mit mir. Es ging um gesellschaftliche Hierarchien an der Highschool im Vergleich zu gesellschaftlichen Hierarchien an der Uni. Ich sage ja nicht, dass schöne Menschen kein Anrecht auf Leben haben, höre ich mich noch sagen. Ich meine nur, man kann ihnen nicht trauen, weil sie einfach keine Ahnung davon haben, wie es ist, nicht schön zu sein. Bianca, die den Kundendienst leitete und damit in dieser Schicht unsere Chefin war, rückte gerade die rote Fliege eines der besser aussehenden jungen Kassierer zurecht und blaffte Chris dabei vom Service-Schalter aus an. Chris, zurück an die Arbeit! Er setzte sich nicht sofort in Bewegung. Er sah mir tief in die Augen, sodass der Sargnagel seine Wirkung nicht verfehlen konnte. Und dann sagte er, Du bist einfach echt, Kleine. Ich hoffe, du wirst dich nie ändern. Ich weiß, was ein Kompliment ist, wenn ich eins höre. Selbst wenn ich nicht immer vollständig begreife, worum es geht. Aber dieser letzte Nagel saß fest, mit einem einzigen kräftigen Schlag. An einem Januarnachmittag sitze ich mit meiner kleinen Schwester Jessie auf dem Sofa. Wir sehen fern. Sie ist drei Jahre alt und kuschelt sich beim Fernsehen gern an mich. Also gut, ich geb's ja zu. Ich bin diejenige, die sich beim Fernsehen gern an sie kuschelt. Ich grüble über die letzten paar Wochen auf der Arbeit nach, insbesondere über Chris, als es mir plötzlich sonnenklar wird. Die Nebelschleier lichten sich und enthüllen drei Worte, die groß und unumstößlich stehen bleiben. Ich liebe Chris. Ich sitze noch lange so da und sinniere vor mich hin, während Jessie die ganzen nachfolgenden Sendungen für größere Kinder sieht und es immer später wird. Irgendwann kommt mein Vater herein und mischt sich und meiner Mutter einen Whisky-Soda. Whisky-Soda ist das Signal für mich, dass es 18 Uhr ist und damit Zeit, den Tisch fürs Abendessen zu decken. Verliebt oder nicht. Der Casey-Virus und andere Absonderlichkeiten Sich vom Firmensteg aus einen Angeln, wie es Chris bezeichnet, ist eine weit verbreitete Praktik unter den Aushilfekräften bei Woolworth. Viele der jüngeren Mädchen sind in Ed verliebt, ihr zugegebenermaßen ganz gut aussieht. Außerdem ist er ziemlich unnahbar, was seine Attraktivität noch erhöht. Schade nur für die armen Mädchen, dass er meistens viel zu bekifft ist, um aus ihren Aufmerksamkeiten Vorteile zu ziehen. Der sechs Jahre Altersunterschied, der zwischen mir und Chris klafft, ist nicht das einzige H in der verliebten Chris-Suppe. Ich bin mir noch nicht mal im Klaren darüber, was es bedeuten würde, wenn ich ihn bekäme. Aber eins weiß ich ganz genau. Ich will ihn. Ich will, dass er mich in seine Arme schließt. Aber Chris scheint wie besessen hinter einer anderen Herr zu sein, Kathy Rushworth. Sie ist 22 und studiert Grundschullehramt an derselben Uni wie Chris. Wie auch Bianca ist sie eine der Schichtleiterinnen und damit so etwas wie Chris-Chefin. Er beschreibt seine lang anhaltende Schwärmerei als den Kathy-Virus, der ihn immer wieder mal befällt. Kathy ist dunkelhaarig, hübsch, zierlich und zeigt kein bisschen Interesse an Chris. Erst wenn der Kathy-Virus in seiner Wirkung nachlässt, widmet sie sich ihm merkwürdigerweise mit voller Hingabe. Sie berührt ihn am Arm, ihr persönliches Markenzeichen, und rückt seine Fliege zurecht. Von Bianca abgeguckt und beugt sich über das Warenband, um ihm mit schiefgelegtem Kopf ihre gesamte Aufmerksamkeit zu schenken. Daraus resultiert unweigerlich eine erneute Infektion durch den Kathy-Virus. Nachdem ich dieses Chris- und Kathy-Schauspiel die gesamte Schicht von meinem Logenplatz an Kasse 7 bewundern durfte, gehe ich durch das verlassene Einkaufszentrum und die dunklen Straßen nach Hause. Eine kleine 15-jährige Kassiererin hat gegen jemanden wie Kathy keine Chance. Selbst eine wie Streetcred Donner hätte ernsthaft Schwierigkeiten, bei Chris zu landen. Was sie mit Sicherheit versucht. Ich bin nicht die einzige von den Jüngeren, deren Herz für Chris schlägt. Bei ihr sieht es nur anders aus. Ich rieche eine Konkurrentin 20 Meter gegen den Wind. Sie hat sich erst vor kurzem ein neues Stacheldraht-Tattoo um ihren Oberarm stechen lassen. Ein Geschenk an sich selbst, zu ihrem 16. Bis zu meinem 16. dauert es noch Monate. Ich habe kein Tattoo und ich rauche nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man sich schminkt und jetzt, wo meine große Schwester ausgezogen ist, wüsste ich auch niemanden, der es mir beibringen könnte. Ich schließe die Haustür auf, murmle meiner Mutter, die vor dem Fernseher die Wäsche zusammenlegt, etwas zur Begrüßung zu. Dad ist diese Woche unterwegs. Ich lasse meinen Rucksack neben das Sofa plumpsen und setze mich zu Mom. Wie war dein Tag heute, frage ich. Sie antwortet nicht. Kein gutes Zeichen. Ihre Bewegungen beim Wäsche zusammenlegen sind ruppig und sie legt jedes gefaltete Teil mit Nachdruck auf den Stapel. Sie sieht müde aus. Ihr Mund ist ein gerader Strich. Was ist los, frage ich nochmal. Nichts. Ich werde es nicht aus ihr rauskriegen. Mir rast sowieso schon die Zeit davon. Ich habe noch Stunden von Hausaufgaben vor mir und es ist bereits kurz vor halb zehn. Gibt es was zum Abendessen? Im Ofen. Ich esse im Stehen, spüle meinen Teller ab und gehe nach oben. Meine Englischlehrerin, Mrs. Cumming, hat eine sehr fragwürdige Herangehensweise an den Lehrplan des zehnten Schuljahres. Sie hat beschlossen, dass wir in diesem Schuljahr als erstes Sylvia Plath die Glasglocke lesen. Ich bin damit zur Hälfte durch. Die Hauptfigur hat bisher schon mehrfach versucht, sich umzubringen. Außerdem macht ihr die Tatsache, dass sie noch Jungfrau ist, zu schaffen. Sie sieht sich um und unterteilt alle, die ihr begegnen, in zwei Kategorien. Die einen, die bereits Sex hatten und die anderen, die noch keinen hatten. Damit kann ich mich ein Stück weit identifizieren. Ich habe niemanden in meinem unmittelbaren Freundeskreis, der bisher diesen Rubikon überschritten hat. Aber natürlich ist es ein Thema. Noch dazu bin ich in einen 21-Jährigen verliebt. Deshalb geht mir so etwas natürlich durch den Kopf. Immer wenn das Gespräch mit Chris aufs Sex zusteuert, schenkt er mir diesen äußerst verständnisvollen Blick, als ob ich zu empfindlich dafür wäre. Ich kann nicht behaupten, dass mich die Glasglocke wirklich gepackt hätte, aber ich ackere mich weiter durch. Schon allein, weil Chris mir deswegen vor einer Woche anerkennend zugenickt hat. Sylvia Plath? Echt heftig. Er hat mich in meiner Pause mit dem Buch im Aufenthaltsraum gesehen. Während des Unterrichts starre ich zum Fenster hinaus und frage mich, was Chris wohl gerade macht. Ich stelle ihn mir an der Uni vor, wie er mit seinen Freunden in der Unibar rumhängt. Und natürlich, wie er sich mit den Mädchen unterhält. Mädchen in seinem Alter, die er anstandslos zu Hause oder seinen Freunden vorstellen kann. Mädchen, die schon mal Sex hatten. Mädchen, die echte Chancen bei ihm haben. In der Mittagspause liege ich im Gras, den Kopf auf meinen Schulrucksack gebettet, umringt vom Stimmengemurmel meiner Freundinnen und sehe in den Himmel hinauf. Penny sitzt daneben und unterhält sich. Aber gelegentlich wedelt sie mir mit der Hand vor den Augen herum, schüttelt den Kopf und lacht amüsiert. Auf der Arbeit erfahre ich, dass Streetcred Donna von ihrem Dad verdroschen und vor die Tür gesetzt wurde. Ihre Stiefmutter hat daran wohl einen großen Anteil getragen. Als Donna zwölf war, hat ihre richtige Mutter nochmal geheiratet und ist nach Amerika gezogen. An Kasse zwölf vor mir bedient sie mit verquollenen Augen die Kunden. In der Mittagspause gehe ich nach draußen. An der hinteren Laderampe stehen Chris und Donna. Sie weint. Schwarze Make-up-Streifen ziehen sich über ihr Gesicht. Chris streicht ihr tröstend über den Rücken. Als er mich erblickt, bedeutet er mir, wortlos zu verschwinden. Voller Verachtung frage ich mich, ob er mir auch über den Rücken streichen würde, wenn ich mir eine ähnliche Krise einfallen lassen würde. Tageslicht Am nächsten Tag habe ich Mathe mit Penny. Wir sitzen an unserem gewohnten Platz in der zweiten Reihe. Ich ziehe die Augenbrauen zusammen und unternehme einen Versuch, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Es wird niemals passieren. Wahrscheinlich nicht, sagt Penny, die meine Gedanken erraten hat und mir nichts vormacht, wie es eben ihre Art ist. Es sei denn, mache ich mir weiß, es gelänge mir, auf der Arbeit irgendwie in die ältere Liga aufzusteigen. Vielleicht sollte ich anfangen, zu rauchen, mir einen gefälschten Perse besorgen oder im Pub abhängen. Vielleicht könnte ich lernen, Bier zu mögen. Vielleicht sollte ich mir was anderes als Jeans und T-Shirts zum Anziehen kaufen. Vielleicht könnte ich ein paar neue, super beeindruckende Wörter lernen. Ihn davon überzeugen, dass ich eine 21-Jährige bin. Gefangen im Körper einer Minderjährigen. Das könnte ich doch, sage ich zu Penny. Oh Süße, ich glaube, es könnte ganz schön schwer werden, jemanden davon zu überzeugen. Und überhaupt, er mag dich wahrscheinlich, weil du anders bist als das, was er sonst so kennt. Sie hat recht. Es wäre wirklich schwer, das durchzuziehen. Man denke nur an die monumentale Katastrophe von letzter Woche. Chris war mir nachgelaufen, nachdem ich schon auf dem Weg nach Hause war. Hey, Kleine. Ein paar von uns wollen noch auf ein paar Tüten zur Ad reinknallen. Magst du mitkommen? Tüten? Dachte ich. Etwa Eiswaffeln? Ich esse keine Milchprodukte, weil ich eine Laktoseintoleranz habe. Ich stammelte schließlich. Ich kann nicht. Ich habe noch ganz viel für die Schule zu tun und außerdem vertrage ich kein Eis. Nur welches aus Sojamilch. Mach dir nichts draus, sagte er und rückte ein wenig von mir ab. Ich sah gerade noch, wie sich Ed, Bianca, Andy, Kathy und Donna draußen vom Personaleingang versammelten und auf Chris warteten. Die verdammte Donna hatte es geschafft, bei ihnen aufgenommen zu werden. Was für ein Schauspiel, wie sie in ihrem Rucksack nach einer Zigarette kramte und sie mit ihrem Zippo-Feuerzeug ansteckte. Das Klicken des Feuerzeugs, das sie mit einer gekonnten Bewegung über ihre Handfläche rollte, schien alles auszudrücken, was mir fehlt. Die Woche zuvor hatte ich einen Kajalstift in der Make-up-Tasche meiner Mutter gefunden und versucht, Donnas Look nachzuahmen. Es sah einfach nur bescheuert aus. Ich hätte dich gar nicht erst fragen sollen, entgegnete er. Geh nach Hause und mach deine Aufgaben. Ich will aber nicht nach Hause und meine Aufgaben machen. Ich will mit. Ich will noch bis spät bei Ed bleiben und auf seiner Couch einschlafen, meinen Kopf in deinen Schoß gebettet. Dafür würde ich sogar Eis essen, was immer nötig ist. Also gut, bis dann, sagte Chris. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück zu den anderen. Auf dem Nachhauseweg fluchte ich leise vor mich hin. Als ich das Haus betrat, war alles ruhig und dunkel. Ich kramte nach der Nummer von Lisas Studenten-WG und wählte ihre Nummer. Kurz darauf hörte ich Lisas Stimme. Hallo? Lissi, ich bin's. Hey, Zecke, wie geht's dir denn? Gut, hör mal, ich wollte wissen, was eine Tüte ist. Also, wenn jemand Tüten zu sich nimmt. Was könnte denn mit Tüten gemeint sein? Tüten sind Joints oder das Metallhütchen von der Bong. Oh ja, na klar, danke. Ich muss jetzt auflegen, bis dann. Ich legte auf und saß reglos auf dem Bett. Gut, dann wählte ich nochmal. Lissi, ähm, ich bin's nochmal. Und was ist eine Bong? Eine Wasserpfeife, mit der man Dope raucht. Warum fragst du? Willst du etwa damit anfangen? Nein, nein, überhaupt nicht. Also, überlegte Lisa. Wenn du es ausprobieren willst, komm doch mal am Wochenende vorbei. Und ich besorg dir was. Dann könnte ich dich im Auge behalten und die dazugehörige Moralpredigt halten. Danke. Vielleicht mach ich das mal. Die Moralpredigt wird dir gefallen? Bestimmt. Du fehlst mir. Ja, du mir auch. Ich legte mich aufs Bett. Diese Erniedrigung. Warum haben mich meine Eltern vor 15 Jahren gezeugt? Hätten sie das nicht schon vor 18 Jahren machen können? Dann hätte ich wenigstens eine reelle Chance gehabt, herauszufinden, wie es ist, eine Tüte reinzuziehen. Für diejenigen, denen dieser Lebensstil fremd sein sollte, nur so viel. Man gewöhnt sich daran, sinnlos verknallt zu sein. Du fängst an, aus allen möglichen Fenstern zu starren. Den Klassenzimmerfenstern, den Busfenstern, deinem Schlafzimmerfenster. Es hat unmittelbare Auswirkungen auf dein zentrales Nervensystem, wenn das Objekt deiner Begierde in der Nähe ist. Deine Sinne werden schärfer. Vor allem das periphere Sehvermögen. Ich erkenne anhand seiner Bewegungen, ob Chris nachdenklich oder ausgelassen ist. Ich weiß genau, wann er sauer ist, weil Kathy wieder mit Stuart Green aus der Lebensmittelabteilung gequatscht hat. Ich bin dankbar für die 20 Minuten Heimweg nach der Arbeit, weil sie mir Gelegenheit geben, mich von dem Stress zu erholen, den es mir bereitet, Chris dabei zuzusehen, wie er mit einer endlosen Riege von Konkurrentinnen flirtet. Zu der ständigen Bedrohung durch einen neuen Kathy-Virus-Befall und der lässigen Überlegenheit von Streetcred-Donner oder Georgia kommen noch jede Menge neue Aushilfen dazu. Eine davon ist die 16-jährige Sveta Terrazova. Allein schon ihr Name beschwert Bilder von prächtigen russischen Bond-Girls mit langen, dunklen Haaren in hautengen, schwarzen Kleidern, die Zigaretten aus einer Zigarettenspitze rauchen. Sveta spricht zwar nicht viel, aber sie trägt einen extrem kurzen Mini-Rock. schwarze Strumpfhosen und Mary Janes, die ihre Beine einfach umwerfend aussehen lassen. Als Chris und ich sie einmal dabei beobachten, wie sie ein paar Hauslieferungen auf einen Wagen türmt und sich dabei reckt, entdecken wir, dass sie richtige Nylon-Strümpfe trägt, solche, für die man Strapse braucht. Sie gewährt uns einen großzügigen Blick darauf. Oh mein Gott, mummelt Chris. Ich bin empört. Wer macht denn so etwas? Wer trägt heutzutage noch Strümpfe mit Strapsen? Warum kann sie nicht ein paar ganz normale Strumpfhosen kaufen, wie alle anderen auch? Chris ist in Sekundenschnelle verschwunden. Rüber zu Ed an die Servicetheke, um ihnen von dem unerwarteten Anblick zu berichten. Um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, trägt Svetta außerdem eine sitzsame, kleine, schwarze Strickweste über ihrer weißen Bluse. Wahrscheinlich als pikanten Kontrast zu den Strapsen. Schlampe. Es entgeht mir nicht, dass Chrissy nach der Arbeit auf einen Kaffee einlädt. Warum auch nicht? Wenn man wie ich eine eher altbackene 15-Jährige ist, hat man eben nicht viel Einfluss. Ganz gleich worauf. Ich wohne bei meinen Eltern. Ich muss mich an ihre Regeln halten. Ich gehe zur Arbeit. Auch da muss ich mich an das halten, was von mir verlangt wird. Das gleiche gilt für die Schule. Ich kriege nie einen Platz im Bus, weil ich gegen die Drängler und Schubser keine Chance habe. Mit 14 habe ich angefangen, ein paar Kilo zuzulegen. Und ganz gleich, wie viele Diäten ich mache, ich kriege sie nicht runter. Und meine Haare kringeln sich um mein Gesicht ganz gleich, wie sehr ich versuche, sie glatt zu ziehen. Irgendwann letzte Woche habe ich mich bei Chris lautstark über Othello ausgelassen. Wir hatten das gerade in der Schule. Er hat mir mit leicht zur Seite geneigtem Kopf zugehört und immer wieder versucht, etwas einzuwenden. Aber ich habe ihn nicht zu Wort kommen lassen. Warum heißt es eigentlich die Tragödie von Othello? Es sollte die Tragödie von Desdemona heißen. Er bringt seine Frau um. Einfach so. Also welcher Psychopath bringt einfach seine Frau um und wird dann auch noch zum Helden erklärt? Er ist ein tragischer Held, Kleiner. Nicht für ihn ist das eine Tragödie, sondern für Desdemona. Was ist das bloß für ein Schwächling? Er wird zu diesem großen Kriegsheld erklärt, aber er ist so unsicher, dass er den ganzen Mist über seine Frau einfach glaubt. Die liebt ihn doch. Er wurde bewusst von Iago hinters Licht geführt. Wenn jemand so gut darin ist, andere zu täuschen, fällt man einfach auf ihn rein. Er hätte es nicht so hinnehmen sollen. Männer. Chris gab auf. Du hättest eine eigene Fernsehsendung verdient, Kleine, sagte er nur. Ich sollte wirklich eine eigene Fernsehsendung haben, dachte ich. Die würde ich Lebensstil der Blutjungen und Machtlosen nennen. Lebensstil derer, die noch bis vor kurzem den Mund mit Metall voll hatten. Lebensstil derer, die noch ihre Mutter die Klamotten aussuchen lassen. Die einzigen Höhepunkte in meinem Leben sind die seltenen Momente, in denen mich Chris nach der Arbeit nach Hause begleitet und leicht amüsiert meinen Wortschwall über sich ergehen lässt. Ich habe in letzter Zeit gegen alles und jeden gewettert. Die Schule, die Arbeit und die Respektlosigkeit, mit der mein Dad, meiner Mom begegnet ist. Tief Luft holen, Kleiner. Du bist eine echt zornige junge Frau. Aber er hört mir zu. Einsame Tage. Fort mit euch. Das Land der Träume ist erfüllt mit einem bevorstehenden gesellschaftlichen Ereignis. Am nächsten Sonntag sind alle zu einer Party bei Bianca eingeladen. Ihre Eltern sind im Ausland. Wie mir Chris erzählt hat, ist Biancas Vater Vorsitzender bei einer großen Bank und ihre Mutter nichts weiter als Hausfrau und Mutter, obwohl Bianca bereits 23 ist. Sie leben zu dritt in einer riesigen Villa am Hafen. Mit eigenem Tennisplatz, Swimmingpool und Bootsanleger. Biancas Versagen an der Uni, der Job im Supermarkt und die Woolies Loser, die sie mit nach Hause bringt, sind anscheinend nur Teil eines größeren Plans der Rebellion gegen ihre Eltern. Ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht, aber für mich lüftet sich wenigstens das Geheimnis, wie eine 23-Jährige von einem Teilzeitjob mit einem Stundenlohn von 18 Dollar leben und dabei noch jeden Abend ausgehen kann. Sie muss sich nicht selbst versorgen. Bianca hat mich bisher immer angeschaut wie eine Fliege in der Limonade. Aber wie alle anderen bin ich zur Party eingeladen. Nachdem wir die Glasglocke und Othello hinter uns gebracht haben, fangen wir nächste Woche in der Schule mit großen Erwartungen von Charles Dickens an. Ich verschlinge das Buch. Ich kann gut verstehen, dass Pip sich in Estella verliebt hat, als sie noch klein waren. Aber ich finde es ziemlich entmutigend und gleichzeitig faszinierend, dass er auch als Erwachsener immer noch genauso besessen von ihr ist, obwohl sie ihn wirklich abscheulich behandelt. Sie hat gerade ein absolutes Scheuseil geheiratet und Pip ist völlig am Boden zerstört. Ich fühle mit ihm, weil ein Großteil seines Elends in der ganzen Angelegenheit darauf zurückzuführen ist, dass er das Gefühl hatte, niemals richtig um sie kämpfen zu können. Ganz gleich, wie sehr er sich zum Gentleman entwickelt hat, für sie wird er immer der ungebildete Rüpel aus der Unterstadt bleiben. Er darf zwar in ihrer Nähe sein und wenn ihr danach ist, bekommt er hin und wieder ein paar Streicheleinheiten, aber er hat nie eine echte Chance bei ihr. Genauso wenig wie ich bei Chris. Werde ich immer die Kleine bleiben, die keine Ahnung hat, was eine Bong ist? Was, wenn ich 40 bin und Chris unter ähnlichen Seelenqualen wie Pip in Eheangelegenheiten beraten muss? Penny hat mir inzwischen mehrfach nahegelegt, dass ich vielleicht mal der Realität ins Gesicht sehen und aufhören sollte, mich selbst zu quälen. Ich wünschte, ich könnte es. Je näher der Tag der Party rückt, desto weniger interessiert sich Chris für Sweaters Schenkel, aber dafür erwischt ihn einmal mehr der Kathy-Virus. Chris hofft darauf, dass diese Party der Startschuss für den erfolgreichen Abschluss der Mission Suche nach der perfekten Frau sein wird, wie er mir in der Tee-Pause erzählt. Du solltest mal sehen, wie Bianca wohnt. Wunderschöner Blick auf den Hafen. Ich werde meinen Arm um Kathy legen und ihr ins Ohr flüstern. Eines Tages wird all das dir gehören. Die Sonne geht unter. Ein paar Drinks werden ihr Übriges tun. Es wird wundervoll. Es wird ein Wunder geschehen, Kleine. Einem Wunder gleich erscheint da gerade Kathy im Pausenraum und macht sich eine Tasse internationale Röstung. Nach der Schicht sammeln Chris und die anderen Jungs Geld ein, um für die Party ein paar Paletten Bier zu besorgen. Ich überlege, was ich anziehen soll. Aber das hält nicht lange an, weil meine gesamte lässige Garderobe aus Jeans, T-Shirts und Stiefeln besteht. Wenn es kalt ist, ziehe ich einen Pulli drüber. Lisa hat mir manchmal was geborgt, aber sie hat alles mit nach Bathurst genommen. Und Mom ist nach der Arbeit meist so erledigt, als dass ich sie um Rat fragen könnte. Also füge ich mich der Tatsache, dass die Wahl entweder auf das Graue, das Weiße, das Schwarze oder das Dunkelblaue T-Shirt fallen wird. Ich entscheide mich schließlich für das Dunkelblaue. Es ist eh unwichtig, sage ich mir. Er wird sowieso keinen Blick für etwas anderes als Kathy haben. Am Tag vor der Party gesteht mir Chris, dass er sich vorgenommen hat, dem Schicksal ein wenig nachzuhelfen. Sein Plan sieht folgendermaßen aus. Eine Woche lang hat er an einem Gedicht für sie geschrieben, das er ihr heute Abend mit einem Strauß roter Rosen überbringen lassen will. Anonym. Damit hätte sie 24 Stunden Zeit, um vorzuglühen und sich zu fragen, von wem das wohl sein könnte. Zum Sonnenuntergang würde er sie dann zum Privatanleger von Biancas Vater geleiten, wo die Lichter der Hafenbrücke mit denen der Großstadt auf dem Wasser um die Wette glitzerten. Dort würde er ihr alles gestehen und zum entscheidenden Schlag ausholen. Die einsamen Tage sind vorüber, Kleine. Er schiebt sogar noch das Gedicht über den Tisch und bittet mich, meine Meinung dazu zu sagen. Die Welt ist gegen mich, denke ich, während ich es lese. Das ist einfach unglaublich. Ich sitze hier und ziehe mir seine Worte der Sehnsucht, des Begehrens und der Anbetung rein, obwohl ich doch ganz genau weiß, dass sie nicht an mich gerichtet sind und es niemals sein werden. Ja, echt super, sage ich und gebe ihm das Gedicht zurück. Am Tag der Party geht auf der Arbeit das Getuschel über die geheimnisvollen Rosen und das Gedicht los, das Casey am Abend zuvor erhalten hat. Nach Feierabend ziehen sich alle um und stapeln sich in die Autos, um zu Bianca zu fahren. Ich lande bei Casey im Wagen, zusammen mit Chris, Streetcred Donner und einem Kassierer namens Jeremy. Chris grinst wie die Katze, die genau weiß, dass sie gleich eine Schale voll Sahne kriegen wird. Biancas Familien sitzt es in der Tat atemberaubend. Die Sonne steht tief, als wir uns bei Musik und Bier auf der Dachterrasse einfinden. Das Wasser sieht aus, als würde es in Flammen stehen. Kein Lufthauch regt sich. Bianca, Donner und Casey sitzen beisammen, Uniform mit rot geschminkten Lippen, Sonnenbrillen und Zigaretten in der Hand. Ich sitze ein Stück abseits bei den anderen, kleinen. Verflucht, jetzt sage ich das auch schon. Mit von der Partie sind's Wetter, mit den Killerschenkeln und Jeremy. Ich kippe Weißwein runter und frage mich, wann Chris zum Angriff übergehen wird. Er flitzt von einer Gruppe zur nächsten, genau wie bei der Arbeit und sorgt für gute Stimmung. Ich versuche Casey, nicht zu auffällig anzustarren. Wie wird sie wohl auf das, was sich ihr gleich bietet, reagieren? Der Gedanke daran, dass sie tatsächlich zusammenkommen könnten, zerschneidet mein Innerstes wie ein heißes Messer die Butter. Seltsamerweise ist mir der Gedanke, dass sie ihn ablehnen könnte, mindestens genauso unerträglich. Ich kenne Chris gut genug, um zu wissen, wie sensibel er sein kann. Und ich weiß, dass er es in diesem Fall ziemlich schwer nehmen wird. Aber nachdem ich das Gedicht gelesen habe, glaube ich, er hat gute Aussichten, dass sie in seinen Armen dahin schmelzen wird. Während ich noch überlege, was ich tun kann, kommt Jeremy mit einer neuen Flasche Weißwein an. Wie läuft die Party, meine Damen? Er schiebt sich zwischen Sweater und mich und schenkt geübt drei Gläser Wein ein. Wir stoßen an und lassen den Blick über den Hafen schweifen. Vielleicht liegt es am Wein, den ich nicht gewohnt bin, aber langsam kommt sowas wie Entspannung über mich. Wie sich herausstellt, ist Jeremy eigentlich ganz okay. Vor der Party wusste ich bloß, dass er in die Elfte geht und allen Minderjährigen dagegen Zigaretten verkauft, wenn er Donnerstagabends an der Servicetheke arbeitet. Inzwischen plaudere ich sogar ganz locker über oberflächliches Zeug mit ihm. Das läuft recht gut. Wenigstens für eine gesellschaftliche Niete wie mich. Der einzige Zwischenfall ereignet sich, als Chris rüberkommt, mir das Glas aus der Hand nimmt und Jeremy ziemlich spitz zurechtweist, mir ein Glas Wasser zu holen. Er schaut Jeremy böse an. Dann beugt er sich zu mir herunter und sagt, mach mal langsam mit dem Wein. Sonst wird's unübersichtlich. Dann geht er rein und unterhält sich mit Ed. Jeremy kommt mit einem Glas Wasser für mich zurück und noch eine Flasche Wein. So, gegen neun, sehe ich mich auf der Dachterrasse um und bemerke, dass Casey verschwunden ist. Ich werfe einen Blick ins Billardzimmer. Auch da ist sie nicht. Hm, mir fällt auf, dass Stuart auch nicht da ist. Sobald das volle Ausmaß der möglichen Bedeutung zu mir durchdringt, suche ich Chris. Er kommt gerade mit zwei frischen Strawberry Daiquiries auf die Dachterrasse. Auch er sieht sich suchend um, bis ihm klar wird, dass sowohl sie als auch Stuart verschwunden sind. Er stellt die Daiquiries ab, dreht sich abrupt um und geht schnurstracks ins Haus zurück. Der entschlossene Schritt und die ungewohnte Härte um seinen Mund herum bringen mich dazu, aufzuspringen. Jeremy erhebt sich ebenfalls und will mich dazu bringen, mich wieder hinzusetzen. Ich sehe besser mal nach Chris, fange ich an und greife plötzlich nach Jeremys Arm, um mich festzuhalten. Mir ist ein wenig schwindelig. Vielleicht liegt's am Wein, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu schnell aufgestanden. Jeremy stellt sein Glas ab und legt stützend den Arm um mich. Chris geht's gut, sagt er. Der kommt bestimmt gleich wieder. Ich denke einen Moment lang darüber nach, da mache ich mich los und torkle unsicher durch den Raum. Bei Bianca ist es ein bisschen wie im Labyrinth, aber nachdem ich längere Zeit nach einem Weg nach unten gesucht habe, entdecke ich eine Treppe. Ich halte mich am Geländer fest und fühle mich irgendwie... ...seltsam. Halt mal. Vom oberen Treppenabsatz kommen schnelle Schritte. Chris taucht auf. Seine Mine ist so finster wie der Himmel vor einem Hagelsturm. Hey! setze ich gerade an, aber er rempelt mich fast um, sodass ich, hätte ich mich nicht sowieso schon am Geländer festgehalten, umgekippt wäre. Chris! Keine Antwort. Eine Tür knallt. Ich sehe, wie er mit großen wütenden Schritten davon geht. Ich renne ihm nach. Chris! Chris! Beim zweiten Rufen dreht er sich um. Verpiss dich, Amelia! Er meint es ernst. Er hat mich noch nie, niemals bei meinem richtigen Namen genannt. Ich stehe da, ringe nach Luft und traue mich nicht noch etwas zu sagen, bis er sich abwendet und mich stehen lässt. Ich schlucke die Tränen herunter und höre, wie etwas weiter die Straße hochglas zerbürst. Dann ein entferntes... Scheiße! Es klingt eindeutig nach Chris. Ich spüre eine Hand auf meiner Schulter. Jeremy steht neben mir und sagt, der wird schon wieder. Dann legt er die Hände um meine Taille und küsst mich ohne Umschweifen auf den Mund. Ich mache mich los und reagiere mit meiner geballten Wortgewandtheit, die man beim ersten Kuss aufbringen kann. Hä? Jeremy antwortet, indem er mich noch einmal küsst. Ich öffne die Augen und sehe ihn an. Ich spüre seinen Atem auf meinen Lippen. In den Sekunden, in denen wir uns küssten, habe ich es zum ersten Mal seit Monaten geschafft, nicht an Chris zu denken. Komm, komm wieder rein, sagt Jeremy. Er führt mich an der Hand ins Haus. So ist es also mit einem jungen Händchen zu halten, denke ich. Anstatt mich durch das Haus zur Dachterrasse zu lotsen, wo die Party stattfindet, geht Jeremy zielstrebig nach links in ein schickes Esszimmer. In der Mitte des Raums steht ein riesiger Esstisch aus dunklem Holz, umrahmt von Glasvitrinen mit teuer aussehendem Porzellan. Auf der Anrichte steht der Rest der zweiten Flasche Wein, die wir getrunken haben. Keine Gläser. Jeremy nimmt die Flasche, trinkt daraus und bedeutet mir, es ihm gleich zu tun. Ich nehme einen ordentlichen Schluck. Versuche nicht zu wanken, reiche ihm die Flasche und warte ab, was als nächstes passieren wird. Was als nächstes kommt, ist völlig rätselhaft für ein Mädchen, das jeden Tag Stunden damit zubringt, frustriert in den verhassten Spiegel und auf die Waage zu sehen. Er legt mir die Hände auf die Hüften und schiebt mich sanft gegen die Tischkante. Dann beugt er sich hinunter, fasst meine Oberschenkel, hebt mich hoch und setzt mich auf den Tisch. Noch mehr Küsse. Jeremy legt die Hände auf meine Hüften und schiebt mich ganz sanft weiter auf den glänzenden Holztisch, bis ich auf dem Rücken liege. Er ist auf den Tisch geklettert und küsst meinen Hals. Und das war's erstmal für heute, Kinder. Es ist Ed, der Jeremy von mir herunterzieht. Jeremy legt Protest ein, bis Ed ihm mitteilt. Gerade ist deine Freundin gekommen, Kumpel. Dann verschwindet er. Ich bin mit Ed allein im Esszimmer und rutsche wortlos vom Tisch. Mein Kopf dreht sich. Wo ist Chris? Frage ich schwach und massiere meine Schläfen. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal auftaucht. Und Casey und Stuart? Ed grinst. Ich schätze nach oben. Mir ist schlecht. Sage ich ganz leise, weil es mir plötzlich hochkommt. Ed sucht nach einem ruhigen Raum, wo ich mich hinlegen kann. Und dann nach jemandem, der mich nach Hause bringt. Schande. Als am nächsten Morgen der Wecker klingelt, liege ich noch vollständig angezogen auf dem Bett und fühle mich erbärmlich. Es ist Montag. Ich habe Schule und anschließend muss ich zur Arbeit. Einen Moment später stolpere ich ins Bad. Mein Kopf dröhnt. Ich habe einen üblen Geschmack im Mund und es fällt mir schwer, mir die Ereignisse des vorigen Abends in Erinnerung zu rufen. Ich krame im Medizinschrank nach einer Aspirin und gehe dann unter die heiße Dusche. Während ich mich an die beschlagene Glaswand der Duschkabine lehne, frage ich mich, wie es Chris gehen mag. Ich werde ihn heute Abend sehen müssen. Ebenso wie Jeremy und Ed. Ob ich es will oder nicht. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Ich muss mich viel mehr darauf konzentrieren, nicht zu kotzen und zur Schule zu kommen, ohne dass irgendwer merkt, dass ich verkatert bin. Mit einiger Mühe schaffe ich es, mich anzuziehen und meine Arbeitsklamotten einzupacken. Meine Kopfschmerzen halten fast den ganzen Morgen über an. Dann verschwinden sie allmählich. Aber eine bleiernde Müdigkeit bleibt. Eigentlich bin ich keineswegs stolz auf diese Jeremy-Geschichte. Aber ich erzähle sie Penny trotzdem und gehe dann unmittelbar zu dem Chris-Kathy-Stewart-Debakel über. Sie nimmt alles mit einem Kopfschütteln auf. Als ich zur Arbeit komme, ist Jeremy an der Service-Theke. Ich stehe genau neben ihm und sehe auf den Dienstplan. Er würdigt mich keines Blickes. Hey, weißt du, ob Chris schon da ist? Traue ich mich zu fragen. Sein Blick streift mich für den Bruchteil einer Nardosekunde mit einer Mischung aus Mitleid und Missfallen. Dann schüttelt er den Kopf. Ich gehe zum Umkleideraum und frage mich, ob Chris die Kathy-Sache vielleicht zu sehr aus der Bahn geworfen hat, um zur Arbeit zu kommen. Überlege, ob Ed ihm wohl von der Sache von mir und Jeremy erzählt hat, bis ich Chris' Stimme an der Tür höre. Du! Hey, sage ich. Wie geht's dir? Du! Verdammt! Du! Denkst du vielleicht, so benimmt man sich kleine, wenn man bei jemandem eingeladen ist? Ich lasse den Kopf hängen und bringe es nicht fertig, ihn anzusehen, obwohl er jetzt direkt neben mir steht. Ich sollte deine Eltern anrufen und ihnen erzählen, wie sehr ihre Tochter außer Hand und Band ist. Mit ihren kaum 15 Jahren, besoffen und zügellos. Ich gebe meine reuevolle Haltung auf und gehe auf Konfrontationskurs. Warte mal. Ist das etwa die Kleine, die wir kennen? Hört mal alle her. Hier kommt sie. Bereit, euch rückt links die Esstische zu polieren. Er legt die Hände um den Mund und ruft. Nehmt euch in Acht, die Kleine ist gelandet. Er genießt es. Er genießt es regelrecht. Ich drehe dir für 5 Minuten den Rücken zu und schon treibst du es mit dem kleinen Jeremy auf Biancas Esstisch. Ich habe es nicht mit ihm. Ich bringe es nicht über die Lippen. Aber du hättest es mit Sicherheit getan, wenn ich Ed nicht gebeten hätte, dich im Auge zu behalten. Du bist eine Schande, Kleine. Ich konzentriere mich darauf, meinen Schlips zu binden und sage nichts. Wusstest du, dass Jeremy eine Freundin hat? Der kleine Wichser. Und du hast dir von ihm die Zunge in den Hals stecken lassen. Ich bin absolut entsetzt, Kleiner. Ich reagiere nicht darauf, drücke mich an ihm vorbei, gehe zu den Kassen hinüber, in dem Wissen, dass mir die passende Antwort heute Abend einfallen wird, während ich meine Bluse für morgen bügle. Es besteht kein Zweifel daran, dass es Ed war, der Chris alles erzählt hat. Als ich am Mittwoch zur Arbeit komme, glucken Chris und Bianca zusammen an der Servicetheke. Bei meinem Anblick grinsen sie blöd. Und ich flüchte in den Umkleideraum. Du bist noch immer eine Schande, Kleine. Ist das klar? Sagte Chris. Als ich Penny am Donnerstag in der Schule treffe, beschwere ich mich bei ihr über die Situation am Arbeitsplatz. Ich glaube, sie weiß nicht so genau, was sie von Chris halten soll oder wie die Sache am besten für mich ausgehen könnte. Er benimmt sich wie ein Arschloch, sagt sie argwürnisch. Ja, pflichte ich ihr bei. Er ist aber nicht immer so. Sie zuckt mit den Schultern. Mom und Dad stressen immer noch, damit ich die Schule wechsle. Sie wollen, dass ich die Prüfung für ein Stipendium und die Aufnahmeprüfung für ein paar auserlesene Schulen mache. Pennys Eltern sind nicht besonders glücklich über ihre schulischen Leistungen. Sie könnte bessere Noten haben, finden sie. Bräuchte mehr Führung, finden sie. Und ich finde, genau das ist es, was Penny ausmacht. Ihre Unlust ist eine ihrer wunderbarsten Eigenschaften. Nur ein Beispiel. Sie hasst Sport. Ich bin selbst herzlich wenig begeistert davon, am helllichten Tag in einem oberpeinlichen Outfit in der sengenden Mittagssonne rumzurennen, bis ich völlig verschwitzt bin, dann, ohne zu duschen, wieder in meine Stuhluniform zu steigen und den Rest des Tages vor Schweiß zu kleben. Aber ich mache trotzdem mit, wie es von mir erwartet wird. Das gilt aber nicht für Penny. Sie hat noch nie Sport geschwänzt. Sie kommt hin, in diesem ausgelassenen, weit ausladenden Gang, der so typisch für sie ist. Aber anstatt mit allen anderen in die Umkleidekabine zu gehen, lässt sie ihren Rucksack auf den Rasen plumpsen, setzt sich daneben, holt ein Buch raus, nie was für den Unterricht und fängt an zu lesen. Sie versucht gar nicht erst, der Lehrerin was von Periodekrämpfen oder Kopfschmerzen zu erzählen. Sie fälscht auch keine Entschuldigungen von ihrer Mutter. Sie nimmt einfach nicht am Sportunterricht teil. Punkt. Es ist eine unumstößliche Tatsache. Mrs. McGill stellt sie deshalb nie zur Rede, sondern hakt sie einfach auf der Anwesenheitsliste ab. Einfach nur aufgrund von Pennys kompromissloser Art. Wie ich schon sagte. Sie ist dabei herrlich entspannt. Der Gedanke, dass Penny die Schule wechseln könnte, ist der blanke Horror für mich. Als ich in Mathe neben Penny sitze, bemerke ich, dass sie jetzt in jedem Ort zwei Löcher statt bisher eins hat. Wann hast du dir die stechen lassen? frage ich. Ich habe sie mir selbst gestochen. Mit Eiswürfeln und einer Nadel. Sie sieht immer noch in ihrem Mathebuch. Ich bin völlig baff. Ich lege meine Hand mitten auf die Seite ihres aufgeschlagenen Buches. Verdammt! Du hättest eine Blutvergiftung kriegen können. Sie zuckt nur mit den Schultern. Ich habe die Nadel abgekocht. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Ich glaube nicht, dass sie es bemerkt haben. Ich habe es gemacht, als sie bei einem Treffen mit Jamies Ärzten waren. Pennys älterer Bruder Jamie geht in die Zwölfte und hatte zu Anfang des Jahres irgendeinen Zusammenbruch. Jetzt wohnt er in einem Wohnheim für psychisch kranke Jugendliche. Nach Schulschluss in einem Zustand erhöhter Adrenalinausschüttung begebe ich mich zur Arbeit. Vielleicht wird Chris mich wieder in die traute Woolies-Runde aufnehmen. Ich sehe ihn mit Ed beim Service-Schalter stehen. Er begrüßt mich zivilisiert und lässt mich unbehelligt zum Umkleideraum gelangen. Ich rüste mich den ganzen Abend für eine erneute Attacke. Nichts dergleichen passiert. Um neun stelle ich das geschlossene Schild auf, schließe meine Kasse ab und bringe die Geldkassette zum Büro. Ich bin fast da, als ich Chris über den Lautsprecher höre. Belegschaft aufgepasst! Seine Stimme klingt ernst. Falls irgendein Angestellter zu Hause über Oberflächen verfügt, die eine Politur gebrauchen könnten, ein Mitglied des Kassenteams stellt Ihnen gerne Ihre Dienste zur Verfügung und verlangt dafür im Gegenzug nur eine Flasche Wein. Sie können Ihren Dienst hier bei mir am Service-Schalter buchen. Melden Sie sich einfach bei Chris Harvey. Ich erstarre und umklammere meine Kassenlade, während mein Hals anfängt zu glühen. Dann mache ich auf dem Absatz kehrt und stürme zum Service-Schalter. Da steht er und zählt das Geld in seiner Kasse unschuldig wie ein neugeborenes Lamm. Er blickt hoch und betrachtet mich voller Güte. Du kannst dich nicht selbst buchen, Kleine. Kannst du endlich damit aufhören? Er sieht wieder auf das Bündel 20er in seiner Hand und zählt weiter. Es macht mich wahnsinnig, wie er noch nicht einmal auf die Idee kommt, dass er zu weit gegangen sein könnte. Warum? Warum bist du so angefressen wegen dieser Jeremy-Nummer? Warum lässt du es nicht an Casey und Stuart aus statt an an mir? Es dauert gute 10 Sekunden, bevor er antwortet. Leise und zum ersten Mal diese Woche ohne Boshaftigkeit. Weil Mädchen wie Casey Jungs wie mich zum Frühstück vernaschen und Stuart mich wie eine Fliege zerquetschen könnte. Er sieht völlig fertig aus. Einen Moment lang frage ich mich, ob ich nicht mit Gott einen Handel abschließen könnte, bei dem ich die Arme um Chris lege und sein Schmerz dabei mittels Haut-zu-Haut-Osmose auf mich übergeht. Und zwar genau die Menge an Schmerz, die so groß ist wie meine Liebe für ihn. Du weißt, was passiert ist, oder? Stuart hat meine Blumen und das Gedicht als seine Geschenke ausgegeben und Casey dann im Bett von Biancas Eltern gefögelt. Kannst du ihr nicht einfach sagen, dass sie von dir waren? Nein, bricht es aus ihm heraus. Wenn sie mit so einem Kerl zusammen sein will, renne ich ihr nicht hinterher und erzähle Geschichten über ihn, wie er wirklich ist. Aber er ist ein fieser Dreckskerl, hat letztes Jahr seine Freundin geschwängert und wollte dann nichts mehr von ihr wissen. Er hat eine Freundin? Naja, jetzt nicht mehr. Zwischen uns scheint ein stillschweigender Waffenstillstand eingekehrt zu sein. Wenn du dich wieder beruhigt hast, er klappt entschlossen den Deckel seiner Kassenschublade zu, würde ich mich vielleicht dazu überreden lassen, mit dir bei Rinos Pizza eine Peperoni extravaganza zu essen. Möglicherweise würde ich dich sogar einladen. Was Besonderes Auf dem Weg zu Reno kauft Chris ein Sechserpack Bier. Ich gebe einen aus. Was Besonderes, sagt er und legt 20 Dollar hin. Du magst doch Bier, oder? Ich hasse Bier. Klar, sage ich. Bei Reno sitzen wir hinten in einer Nische und bestellen eine Familienpizza mit Peperoni. Chris holt zwei Bier aus der Packung. Das Zischen beim Abdrehen der Deckel klingt vielversprechend. Diesmal genieße ich ganz allein Chris' Aufmerksamkeit, die er mir großzügig über die Kunststoff-Tischplatte hinweg entgegenbringt. Auf was wollen wir anstoßen? fragt er. Ich denke einen Moment nach und sage dann, auf Mädchen, die Jungs wie dich zum Frühstück vernaschen, auf dass sie ihnen schwer im Magen liegen mögen. Die dicken Gläser klacken beim Anstoßen. Also, Emilia, was hast du am meisten? fragt er. Hassen? Wie wär's mit mir selbst? Oder der Welt im Allgemeinen? Lass uns mit dir anfangen und dann nach und nach die Welt im Allgemeinen mit einbeziehen. Ich hasse es, dick, hässlich und dumm zu sein, sage ich. Chris nimmt einen ordentlichen Schluck. Du bist nichts davon. Aber bei irrationaler Selbstverachtung bin ich sofort dabei. Was noch? Ich hasse es, dass ich so oft wütend werde. Ich hasse es, dass mich niemand ernst nimmt. Ich hasse es, dass ich mich gerade wie eine ewige Jammer-Tante anhöre. Aber eigentlich ist das dein Pech, weil du danach gefragt hast. Hm. Und wie sieht's mit der Welt im Allgemeinen aus? Ich lehne mich zurück und trinke einen Schluck. Ich weiß, was ich jetzt sagen sollte, nämlich, dass ich Krieg und Hungersnöte und Ungerechtigkeit hasse. tue ich auch. Aber im Alltag hasse ich am meisten, dass meine Eltern rauchen. Wir haben ein kleines Reihenhaus und es gibt nur ein Wohnzimmer, in dem auch der Fernseher steht. Es stinkt. Es setzt sich in meinen Kleidern und Haaren fest. Mein Vater wird sogar richtig wütend, wenn ich mich darüber beschwere. Meine Mutter sieht einfach weg und tut so, als hätte sie nichts davon mitgekriegt. Das Zimmer, ey, ist völlig verqualmt. Sie machen das auch, wenn meine dreijährige Schwester daneben sitzt. Das kotzt mich richtig an. Als ich jünger war, habe ich einmal mit rotem Textmarker lauter Zettel geschrieben und sie überall im Haus aufgehängt. Rauchen verursacht Krebs und so weiter. Mein Dad hat mich gezwungen, sie alle wieder abzunehmen. Da war ich stinksauer. Ich fand, ich sollte ein Recht darauf haben, meine Meinung zu äußern. Indem du Zettel in ihrem Haus aufhängst? Es ist auch mein Haus, oder? Es sind auch meine Lungen. Sonst noch was? Ich hasse es, wie Pip immer noch denkt, dass Estella ihn heimlich liebt und eines Tages alles gut sein wird. Wird es aber nicht. Liest du immer noch große Erwartungen von Charles Dickens? Ich bin zu fast drei Viertel durch. Pip sollte langsamer erwachsen werden. Er hält einfach weiter an dem Glauben fest, dass sie wegen der widerlichen Umstände nicht zusammenkommen können. Wobei doch der wahre Grund schlicht und ergreifend der ist, dass Estella ihn nicht liebt. Außerdem ist sie eine Schlampe, die ihn gar nicht verdient hat, im Gegensatz zu Bidi. Das ist eine klasse Frau. Doch Pip bemerkt sie noch nicht mal. Ach, die Bidis dieser Welt kriegen nie einen ab. Ich mache eine Pause, um Luft zu holen. Du springst aber ziemlich hart mit Pip um. Denkst du, er kann einfach so mir nichts, dir nichts beschließen, Estella nicht mehr zu lieben? Kommst dir ein bisschen vor wie Pip, was? Frage ich. Vielleicht. Wegen Casey? Nee. Casey ist nur das Mittel zum Zweck. Und ich dachte, du magst sie wirklich. Tue ich auch. Tate ich auch. Aber der Knackpunkt ist, dass ich im Prinzip Ablenkung suche von... naja, dem eigentlichen Problem. Nach ein paar Schlucken schmeckt das Bier gar nicht mehr so schlecht. Ich nehme einen kräftigen Zug, bevor ich nach dem eigentlichen Problem frage. Das eigentliche Problem ist, dass ich in jemand anderes verliebt bin. Wahre Liebe. Nicht nur seine Schwärmerei. Wahre Liebe? Mach dich bloß nicht über mich lustig. Ich mach mich nicht lustig. Warum bist du dann nicht mit ihr zusammen? Ich war mit ihr zusammen. Aber bin es nicht mehr. Wieder wirkt Chris wie am Boden zerstört. Er sieht über meine Schulter hinweg in die Ferne. Ach, wie auch immer, Kleine, sagt er dann. Um auf eben zurückzukommen, du meinst also, dass Pip verdammt nochmal endlich erwachsen werden und die Dinge so nehmen sollte, wie sie sind. Ja, irgendwie schon, finde ich. Die Pizza kommt. Wir schieben so viele Stücke auf unsere Teller wie drauf passen und Chris macht sich noch ein Bier auf. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich meins mittlerweile fast ausgetrunken. Also, was hast du noch? fragt er zwischen zwei Bissen. Warum willst du das eigentlich wissen? Es interessiert mich einfach. Du interessierst mich. Eine weitere Einladung brauche ich nicht, um mich direkt über das nächste Ärgernis auszulassen. Schon etwas weniger gehemmt nach dem Bier. Also, ich hasse die Verzweiflung meiner Mom. Ihre Verzweiflung? Genau. Meine Mom hat diese extrem nervenaufreibende Ganztagsstelle von Montag bis Freitags und außerdem noch Jessie, mein Dad und die ganze Hausarbeit am Hals. Und sie ist einfach furchtbar unglücklich. Bei mir zu Hause ist alles durchdrungen vom Elend meiner Mutter und von ihrer Erschöpfung und der Unzufriedenheit mit ihrem Leben. Das hasse ich. Wenn ich oben in meinem Zimmer bin und sie ist gerade unter mir in der Küche, kann ich spüren, wie sich ihre Verzweiflung überall im Haus breitmacht. Was hat sie denn für einen Job? Sie ist Lehrerin für Englisch und Geschichte an der Highschool. Aber weißt du was? Ich habe rausgefunden, was eigentlich für das Los meiner Mutter verantwortlich ist. Und das wäre? Der Feminismus. Der Feminismus? Chris runzelt die Stirn. Das musst du mir genauer erklären. Ich bücke mich und hole aus meiner Schultasche ein paar zerknitterte Fotokopien, die ich auf den Tisch knalle. Also, unsere Englischlehrerin hat uns das hier zum Lesen aufgegeben. Es nennt sich Der Weiblichkeitswahn von einer Feministin namens Betty Frieden. Es ist 1963 erschienen. Entschuldige bitte, aber ich muss da mal nachhaken. Deine Lehrerin gibt euch in der Zehnten dem Weiblichkeitswahn auf? Ja, also, so wie ich es verstanden habe, schreibt Betty Frieden von dieser massiven Kampagne nach dem Zweiten Weltkrieg um den Frauen, den weißen Frauen aus der Mittelschicht, wohlgemerkt nicht, irgendwelchen Frauen, wirft Chris ein. Sie hat ihre Untersuchungen zuerst an ihren ehemaligen Kommilitoninnen durchgeführt. Wie auch immer, rutscht es mir ungeduldig heraus. Sie hat behauptet, dass die Frauen damals wieder heim an den Herd geschickt wurden und man ihnen erzählt hat, dass Weiblichkeit bedeute, Hausfrau und Mutter zu sein. Diese Lebensform führt schließlich dazu, dass die meisten Frauen vor Elend durchtreten und variumabhängig wurden. Dann entwickelte sich eine neue Gegenströmung, die als zweite Welle der Frauenbewegung gilt und die versucht hat, die Frauen wieder in die Welt hinauszuführen. Und dank dieser zweiten Feminismusbewegung verbringt meine Mutter ihre Tage damit, von straffälligen Jugendlichen angepöbelt zu werden, Jessie von der Vorschule abzuholen, einkaufen zu gehen, nach Hause zu kommen und sauber zu machen, Abendessen zuzubereiten, Jessie in die Wanne zu setzen, die Wäsche zusammenzulegen, Jessie aus der Wanne zu holen, Abendessen zu servieren, das Geschirr wegzuräumen, Jessie ins Bett zu bringen und anschließend zusammenzubrechen. Am nächsten Morgen geht das Ganze wieder von vorn los. Ich hole Tiefluft. Chris sieht nachdenklich aus. Naja, vielleicht hast du recht, sagt er. Man könnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass Frauen wie deine Mom durch den Feminismus verraten und verkauft worden sind oder besser von seinen Auswirkungen. Aber mal im Ernst, glaubst du nicht, dass sie eher vom Patriarchat beschissen werden als vom Feminismus? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass sie vor der Frauenbewegung wenigstens nicht alles gleichzeitig hätte erledigen müssen. Nur die Kinder und die Hausarbeit. Ja, und wenn sie in den 50ern gelebt hätte, hätte sie in Ruhe ein Mittagsschläfchen halten können, während die Kinder in der Schule waren. Sie hatte Zeit gehabt, die Zeitung zu lesen und im Garten in der Sonne Kaffee zu trinken, vielleicht sogar Freundinnen zu treffen. Alles, worum sie sich hätte kümmern müssen, war, wie der neueste Staubsauger funktioniert. Nieder mit dem Feminismus. Chris prostet mir mit seiner Bierflasche zu. Nieder mit dem Feminismus, proste ich lachend zurück. Aber mal ganz im Ernst, sagt Chris. Diese Geschichte von der immer gut gelaunten Hausfrau wäre doch total daneben, wenn das alles im Leben wäre. Lass uns doch nicht die arme Betty Frieden für die geschlechtsspezifische Aufteilung bei euch zu Hause verantwortlich machen. Was für eine Rolle spielt eigentlich dein Dad? Mein Dad, ich höre auf zu kaum. Ich erzähle dir ein anderes Mal von ihm. Ich bin noch völlig k.o. von meinem Rumgemecker. Und, wie steht's mit dir? Was hast du? Komm schon, raus damit. Chris schüttelt den Kopf. Nein, es wird Zeit für die Kutsche, Cinderella. Er winkt Reno wegen der Rechnung. Trink schnell aus, Kleine, damit ich dich nach Hause bringen kann. Ich komme schon klar, ich laufe ja jedes Mal nach der Arbeit alleine nach Hause. Ich kann dich doch nicht um diese Zeit alleine gehen lassen. Du sollst geleit haben. Draußen ist es frostig kalt. Der Winter hält langsam Einzug. Wir gehen durch die dunklen, stillen Straßen. Unsere Schritte und Stimmen sind das Einzige, was zu hören ist. Sind deine Eltern noch wach? fragt Chris. Vielleicht wollen sie wissen, warum ich ihre tugendhafte Tochter unter der Woche ausführe, wenn sie am nächsten Morgen Schule hat. Mom schläft bestimmt schon. Dad ist vielleicht noch wach, aber der fragt nicht nach. Du musst mich auch nicht bis zur Tür bringen. Eine Zeit lang gehen wir schweigend nebeneinander her. Der Alkohol hat mich mutig gemacht und so frage ich. Also, wer ist das Mädchen? Das Mädchen heißt Mikaela. Sie ist ein Semester lang mit mir zur Uni gegangen. Und was ist so besonders an ihr? Naja, wir sind einfach. Er sucht nach den passenden Worten. Hör mal, du kannst ruhig sagen, also, wenn dir das zu persönlich ist, aber du hast noch nie Sex gehabt, oder? Ich schnappe nach Luft. Zum Glück ist es dunkel. Soll ich lügen? Vielleicht hätte ich eine Chance, wenn er dächte, ich hätte schon. Nein, sage ich. Naja, je nachdem, mit wem man ihn hat, kann es einen in eine völlig andere Welt entführen. Mit Mikaela ist mir das passiert und ich bin noch immer nicht wieder ganz zurück. Warum habt ihr euch dann getrennt? Sie ist nach Perth zurück, wo sie eigentlich her ist. Und damit war Schluss? Was ist denn mit so einem Fernbeziehungsding? Sie ist dort wieder mit ihrem Ex zusammen, sagt er ausdruckslos. Er heißt Brad. Kannst du dir einen blöderen Namen vorstellen? Am schlimmsten ist, dass ich erst an dem Tag, an dem ich sie zum Flughafen gebracht habe, erfahren habe, dass sie nie wirklich Schluss gemacht hatten. Sie hatten nur eine Pause eingelegt. Mist, steuere ich voller Mitgefühl bei. Doch insgeheim danke ich dem Schicksal für die Existenz von Brad. Ich bleibe stehen. Hier wohne ich. Wir sehen uns an. Danke für das Abendessen, sage ich. Es macht deine Biestigkeit fast wieder wett. Es war mir ein Vergnügen. Ich will dir ja nur beibringen, wie man zu einer kritischen Liebhaberin wird. Wie rührend von dir. Und ich dachte schon, du bist ein komplettes Arschloch. Weißt du was? Du hast dich vorhin davor gedrückt, von deinem Dad zu erzählen. Und ich habe mich sogar um ein ganzes Gespräch gedrückt. Also, lass uns Folgendes machen. Wir schreiben uns Briefe, anstatt die Unterhaltung fortzusetzen. Ein Brief über meinen Vater? Genau. Wir schleichen durch das Gartentor des kleinen Reihenhauses. Während ich meinen Schlüssel hervorkame, stehle ich mich zum Fenster und spähe durch einen Spalt im Vorhang. Mein Vater sitzt im Sessel neben der Heizung und liest. In der einen Hand hält er ein Glas Madeira, in der anderen den New Yorker. Das First Fifteen Team Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Schule zu kommen. Im Sommer gehe ich zu Fuß, was ungefähr 50 Minuten dauert, wenn man schnell geht. Im Winter fahre ich mit dem Bus, mit zwei Bussen um genauer zu sein. Der erste bringt mich zum Taylor Square in der Stadt, wo ich neben den sozialen Überbleibseln der vorigen Nacht auf den nächsten Bus warte. Alles in allem dauert das ebenso soll einer verstehen. Heute morgen fahre ich mit dem Bus. Ich stehe allein am Taylor Square und bibbere in meinem dünnen Schulpulli. Penny kommt mit einem anderen Bus. Sie wohnt in der entgegengesetzten Richtung. Neben dem Haltestellenschild steht eine metallene Bank, auf die ich mich manchmal setze, während ich warte. Heute schläft ein Obdachloser drauf. Seine Haut und sein langer grauer Zattelbart starren vor Dreck. Er hält beim Schlafen eine braune Papiertüte mit einer Flasche in den Armen. Eine kalte Windböe weht seinen Gestank von Verzweiflung und Krankheit zu mir herüber. Ich rücke ein paar Schritte ab und trete vor Kälte von einem Fuß auf den anderen. Später esse ich mit Penny auf dem Rasen zu Mittag umringt von unserer Clique. Wie geht's deinem Bruder? frage ich Penny. Ein bisschen bleiben müssen. Penny zieht die Knie zur Brust und den Saum ihres Faltenrocks bis zu den Knöcheln runter. Anscheinend müssen wir alle zur Familientherapie. Mom rastet völlig aus, weil sie glaubt, dass sie irgendwie für Jamies Defizit verantwortlich gemacht wird. Wir sitzen einen Moment lang schweigend da. Das First 15 Rugby Team der Jungsschule präsentiert sich gerade in der Mitte des Feldes beim Gedrängetraining. Mittwochs ist Rugby Training am Gedrängesimulator angesagt. Nachdem sie sich zuerst einmal davon überzeugt haben, dass sie auch jeder sieht, ziehen sie ihre Aufwärmshow ab. Da werden genüsslich die Oberschenkelmuskeln gedehnt, breite Schultern in ihren Gelenken gedreht, Brust- und Armmuskeln ausgiebig vorgeführt. Bescheuerte Alphamännchen, brummt Penny. Chris gejammer darüber, dass Mädchen wie Kathy Jungs wie ihn zum Frühstück vernaschen, halt mir noch in den Ohren. Diese Jungs vernascht niemand zum Frühstück. Nur wenigen Mädchen aus der Elften und Zwölften ist es überhaupt erlaubt, sich ihnen zu nähern. Und das auch erst, nachdem sie bestimmte eindeutige Signale empfangen haben. Bei den Partys haben sie Muskelprotze an der Tür platziert, die ungebetene Gäste wieder nach Hause schicken. Keiner aus unserer Clique war je auf einer ihrer Partys gewesen. Die Mädchen, die eingeladen werden, sind handverlesen. Wer ist denn heute alles beim Training? Ich erkenne Ed Kennedy, Stephen Harris und James Roberts, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Es erstaunt mich selbst, dass ich so viele von ihnen beim Namen kenne. Noch nie habe ich mit einem von ihnen auch nur geredet. Und dennoch scheinen ihre Namen in das Kollektivbewusstsein der Schule eingebrannt zu sein. Nach dem Aufwärmen fangen die Jungs mit ihrem Gedrängetraining am Simulator an, einem riesigen Metallteil, das die klotzigen Köpfe und Schultern der gegnerischen Mannschaft ersetzt. Sie stellen sich in Formation auf und beugen sich vor, um den Hintern der Spieler vor ihnen. Sie wuchten sich mit einem schrecklich männlichen Ha! voran und halten dabei die Köpfe, Oberschenkel, Arme und Ärsche aneinander gepresst. Die Jungs ganz vorn haben die Köpfe zwischen die gepolsterten Streben des Gedrängeapparats gesteckt und drücken ächzend und stöhnend alle gleichzeitig dagegen, um ihn ein Stück nach hinten zu bewegen. Dann lösen sie sich aus der Stellung und das Ganze geht wieder von vorne los. Niemand auf dem riesigen Schulgelände schafft es, den Blick von diesem Spektakel abzuwenden. Für mich ist diese gesamte Übung so lächerlich, dass ich es kaum fassen kann, dass nicht die gesamte Schule in schallendes Gelächter ausbricht. Aber niemand traut sich, den Status quo offenen Frage zu stellen. Und vielleicht hoffen wir alle eines Tages zu einer ihrer Partys eingeladen zu werden. Die Glocke läutet zur sechsten Stunde. Was hast du jetzt? Frage ich Penny. Doppelstunde Kunst. Und du? Eine Hausaufgabenstunde. Ich werde sie nutzen, um Chris einen Brief zu schreiben. Aha, sagt Penny. Dad Lieber Chris, bei Tageslicht betrachtet bin ich mir nicht mehr so sicher, was ich dir eigentlich schreiben soll. Wir haben nur von einem Brief über meinen Dad gesprochen, oder? Das könnte im Prinzip alles mögliche heißen. Außerdem könnte er endlos lang werden, angefangen von meiner frühsten Kindheitserinnerung bis heute. Deshalb erzähle ich dir erst mal von dem Dad meiner Freundin Penny. Dann fällt es mir vielleicht leichter, über meinen eigenen Dad zu schreiben. Weil ich seit der siebten Klasse mit Penny befreundet bin, hatte ich inzwischen Seminare gehalten, aber jetzt betreut er ausländische Studenten. Als ich Penny kennenlernte, ist mir aufgefallen, dass sie jeden Tag eine Lunchbox mit zwei belegten Weißbrotschnitten und einem Stück Obst dabei hatte. Manchmal ist auf den Broten Erdnussbutter, manchmal Schinken mit Salat, ein anderes mal Käse und Tomaten. Eines Tages habe ich sie gefragt, wie sie es schafft, täglich ihre Brote so. Mein Dad macht das, sagte sie. Und tatsächlich, er bereitet jeden Morgen die Lunchbox für sie und ihrem Bruder Jamie zu. Und jetzt halt dich fest. Wenn ich bei ihr übernachte und wir am nächsten Tag Schule haben, macht er dasselbe für mich? Als ich einmal bei Penny übernachtet habe und wir am nächsten Tag in der Küche Brownies backten, kam mir Dad rein, legte den Arm um sie, küsste sie auf die Wange und fragte Was macht mein Mädchen denn da? Wenn ich unter der Woche bei Penny übernachte, kriege ich mit, wie er Pennys Mom küsst, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, so richtig, mit offenem Mund und voller Gefühl. Hast du so etwas schon mal gesehen? Am Wochenende werkelt er im Haus herum, wäscht die Schuluniformen und Dad trainiert die Mannschaft. Im Ernst, einmal in der Woche geht er mit Jamie zum Training und Samstag machen sie immer ein Spiel. Einmal, als ich bei Penny übernachtet habe, sind wir von dort aus ins Kino gegangen. Wir haben spontan beschlossen, uns eine Doppelvorstellung anzusehen, sodass wir erst zwei Stunden später nach Hause kamen. Pennys Dad hat im Wohnzimmer auf uns gewartet. Als wir kamen, ist er aufgesprungen und hat gefragt, wo wart ihr denn so lange? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ihr müsst doch anrufen, wenn ihr später nach Hause kommt. Bei uns läuft es ganz anders. Zunächst einmal ist mein Dad ständig unterwegs. Er ist Regisseur für Film, Theater und Fernsehen. Einer der Besten. In Sydney gibt es nicht so viele Aufträge für ihn, weshalb er dorthin muss, wo die Arbeit ist. So war das schon immer. Er führt bei einem Schauspiel in einer anderen Stadt Regie, er geht mit einem Stück auf Turnier oder dreht eine Episode einer Fernsehserie. Wenn er hier ist, ist er meist bei Proben oder er zieht sich zu Hause in sein Arbeitszimmer zurück und überarbeitet Drehbücher. Man könnte denken, dass es für meine Mutter schwerer ist, wenn er nicht da ist, weil sie dann praktisch alleinerziehend ist. Aber ganz ehrlich, es gibt weniger Spannungen, wenn er weg ist. Wie du vielleicht anhand meines Betty Frieden Kommentars gemerkt hast, bleibt die gesamte Hausarbeit an meiner Mom hängen. Sie arbeitet Vollzeit und kümmert sich um unser kleines Nesthäkchen, ob der da ist oder nicht. Ich helfe ihr, wo ich kann, aber ich in der geschlechtsspezifischen Aufteilung im Haushalt, wie du es genannt hast, weniger offensichtlich. Ich bin fast immer wütend auf ihn. Und wie es scheint, er auch auf mich. Sodass alle unsere Begegnungen, die sowieso schon äußerst selten sind, von Spannungen durchdrungen sind. Wenn er dann abends noch den Familienraum zuqualmt, ist der Gipfel des Erträglichen erreicht. Sie rauchen beide. Nicht nur sie kriegen Krebs, sondern die verpassen ihnen auch noch Jessie und mir. Wenn ich an meine Mom denke, habe ich ein Bild von ihr vor Augen, wie sie um 17 Uhr zur Haustür reinkommt, Jessie auf dem einen Arm und eine Menge Einkaufstüten auf dem anderen. Sie wirkt immer sehr abgespannt. An den Tagen, an denen ich nicht arbeite, versuche ich die Küche schon mal ein bisschen aufzuräumen, bevor sie kommt. Aber meistens überfällt sie zu Hause das totale Chaos. Diese Vorstellung bringt mich zu Dad. Ich bin einmal völlig verschwitzt vom Touch Football nach Hause gekommen und direkt unter die Dusche gesprungen. Das war das erste Mal, dass ich von der Schule kam und mein Dad war da. Ich habe mich gerade in meinem Zimmer umgezogen, als er laut anklopfte und fast schon gebieterisch nach mir rief. Er ließ mich wissen, dass es mein Job war, das Frühstück und das Mittagessen abzuräumen, bevor Mom nach Hause kam. Dann verschwand er in seinem winzigen Arbeitszimmer. Frühstück und Mittagessen? Es war nach 16 Uhr. Ich trocknete meine Haare und schlenderte hinunter in die Küche. Beim Anblick, der mich dort erwartete, war mir sofort alles klar. Auf dem Küchentisch standen die Überreste seines Frühstücks und seines Mittagessens. Mehrere benutzte Teller, eine Teekanne mit Teeristen, ein Teesieb, das auf dem Tisch auslief, Krümel überall, Schinken, Apfelschalen, ein schmutziges Schneidebrett, Brotmesser und das Honigglas. Der Ofen stand offen und in seinem Inneren hatte sich eine Schicht geronnenes Fett festgesetzt. In mir stieg die Wut auf und ich fragte mich, wieso um alles in der Welt er nicht wenigstens die Essensreste weggeworfen hatte. Wie konnte er bloß auf die Idee kommen, nahm zwei Stufen auf einmal und klopfte an die Tür seines Arbeitszimmers. Nachdem er mich hereingebeten hatte, fragte ich ihn, warum er den Dreck seiner zwei Mahlzeiten nicht weggeräumt hatte und weshalb er der Meinung war, ich sollte das für ihn erledigen. Mein Vater geht extrem schnell in die Luft. Seine Wut ist eins der Dinge auf Erden, von denen ich mich wirklich fürchte. Sie vermittelt mir auf direkten Weg, wie machtlos ich bin. Eine Minute später stand ich in der Küche, warf die Reste weg, spülte das Geschirr und wischte die Krümel vom Tisch. Vor Wut über meine Ohnmacht hatte ich Tränen in den Augen. Das ist das Bild von meinem Vater, das bei mir momentan vorherrscht. Zwischen diesen und der Verzweiflung meiner Mutter. Was bleibt da? Danke, dass du mir zugehört hast. Ich habe das Gefühl, ich könnte dir alles erzählen. Emilia. Ich stopfe den Brief in meinen Rucksack. Nach Schulschluss ziehe ich meine Arbeitskluft an und Hetze zur Bushaltestelle. Mein Bus steht schon da. Als ich bei der Arbeit eintreffe, sitzt Chris schon an der Kasse neben meiner. Ich gehe mit ungewohnter Kühnheit Sie wünschten einen Brief, Mr. Harvey, sage ich, und ich habe ihnen einen gebracht. Ich schiebe ihn in die Seitentasche seiner schwarzen Cargo-Hose. Holla, das war ja geradezu Street Crit donnerreif. Chris unterbricht das Kassieren einen Moment lang und sieht mich an. Es ist eine ganz besondere, noch nie dagewesene Version seines sonst schon gewinnenden Lächelns. Er kramt ein paar zusammengefaltete gelbe Blätter aus der anderen Hosentasche hervor. Und das ist für Sie, Miss Hayes. Damit steckt er sie in die Seitentasche meiner schwarzen Cargo-Hose und tätschelt leicht mein Bein. Die gesamte Schicht überbohre ich mit meinem Blick zwei Löcher an seinem Rücken. Etwa um 20 Uhr dreht er sich um und zwinkert mir lächelnd zu. 5. August Uhrzeit 14 Uhr Ort Unibibliothek Unihausarbeiten, die zu recherchieren und zu schreiben sind drei plus ein Referat vorbereiten Gesundheit Kopfschmerzen und Verspannungen in den Schultern Wartezeit an Bushaltestellen diese Woche 4,2 Stunden Statusbericht der Suche nach der perfekten Frau ergebnislos aber andauernd Erspartes vom Job bei Wulis 250 Dollar Geldausgaben für wahllosen Schnickschnack wie Alkohol Koffein Paracetamol düstere Musik und ein oder zwei hippe Klamotten Mama und Dad haben mich heute Morgen gefragt ob ich meinen 21. feiern will es würde wahrscheinlich bedeuten die üblichen Verdächtigen einzuladen und im Garten zu grillen ich werde mich garantiert volllaufen lassen und für die Erziehungsberechtigten wäre es bestimmt äußerst peinlich mich in einem solchen Zustand erleben zu müssen deshalb könnte ich ebenso gut im Pub feiern und dort einen Abend zubringen an den ich mich gerne erinnern werde anstatt einen den ich wünsche möglichst schnell wieder zu vergessen die die Unibar hat diese woche Long Island Eis Tee im Angebot heute muss ich noch nach der Uni arbeiten aber morgen nachmittag bin ich verdammt nochmal dabei Ich werde dort sein, sobald sie die Rollos hochziehen und mir zu einem angemessenen Preis ein großes Glas Besinnungslosigkeit bestellen. Am Nachmittag habe ich eine Doppelstunde Vorlesung in Geschichte der amerikanischen Außenpolitik und nüchtern, überstehe ich die auf keinen Fall. Es ist nun 14.25 Uhr und Zeit, dass ich mich auf den Weg zum Geschichtskurs mache. Wenn ich jetzt losgehe und den kleinen Umweg über das Physikgebäude nehme, treffe ich vielleicht Casey. Sie ist zurzeit einmal mehr der Fokus bei meiner Suche nach der perfekten Frau. Sie sieht jeden Tag besser aus und während sie mich an der Uni weitgehendst ignoriert, scheint es mir doch hin und wieder zu gelingen, bei der Arbeit ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hat allerdings nur noch zwei Schichten pro Woche, das ist ziemlich beschissen. Letzten Endes habe ich kaum Chancen bei ihr. Und wisst ihr was? Gott sei Dank, weil ich ansonsten kaum Gelegenheit hätte, meine Lebensweise der herzerweichenden Einsamkeit und sexuellen Frustration weiter zu pflegen. Ich bin darin inzwischen so gut, dass ich nicht einfach so damit aufhören kann. Ich könnte im Prinzip für ganz Australien grübeln. Abgang Harvey 14. August Heute schreibe ich draußen auf dem Rasen. Die Sonne scheint und ich freue mich schon auf die Sommerferien. Ich habe mich doch noch dazu durchgerungen, nächstes Jahr meinen Abschluss zu machen, weil die Vorstellung, die Uni in drei Monaten zu verlassen und mir einen richtigen Job zu suchen, überhaupt nicht in Betracht kommt. Anscheinend ebenso chronisch bin ich heute Morgen wieder völlig verkatert aufgewacht, mit einem gefühlen Mund, als wäre etwas darin verwest. Mir war es sogar zu elend, um mir unter der Dusche einen runterzuholen. Ich habe die leere Weinflasche in meinen Rucksack eingepackt, weil es meine Mutter beunruhigt, wenn sie neben meinem Bett leere Flaschen findet, und bin zur Uni gefahren. Nach ein paar Paracetamol und zwei Kaffee fühle ich mich allmählich wieder halbwegs menschlich. Wulis verarscht mich nur. Jetzt haben sie sogar Casey zur Kundendienstleiterin befördert, und sie muss nicht mehr an der gottverdammten Kasse sitzen. Ich bin genauso lange dabei wie sie. Bianca kam auch nur ein paar Wochen vor mir und ist schon seit Monaten Leiterin. Die denken doch tatsächlich, es würde mich beschwichtigen, wenn sie mich zum Belegschaftsausbilder machen. Tut es aber nicht. Klar, ich darf den endlosen Strom an unglücklichen Teenagern, die sie ständig einstellen, quälen, mich über sie lustig machen, sie verderben und mit ihnen flirten. Aber die meiste Zeit verbringe ich nach wie vor an der Kasse. Darauf geschissen. Wenn sie mir nicht bis Ende des Jahres eine Leitungsstelle anbieten, höre ich entweder auf, oder ich bitte Mr. Albert Heller, mich in die Frischkostabteilung oder sonst wohin zu versetzen. Alles außer in die Lebensmittelabteilung zu dem Wichser Stuart Green. Was ist sonst noch passiert? Ah ja, Casey hat gestern bei der Arbeit einen Rock mit Strumpfhosen getragen, statt der üblichen Hosen. Das war so aufregend, dass ich heute Abend wahrscheinlich noch bei Ed vorbeigehe, auf eine Bong oder drei, um wieder runterzukommen. Es ist an der Zeit, den Stand der Dinge bei der Suche nach der perfekten Frau zu aktualisieren. Das Feld sieht folgendermaßen aus. Casey. Nein, Millionen von Jahren nicht. Georgia Sanders. Sie ist groß, sie ist blond, sie arbeitet in der Delikatessenabteilung. Ed und Lincoln betrachten es als abgemachte Sache, wenn ich mich nur mal bequemen und was unternehmen würde. Trotzdem interessiert mich nichts wirklich von dem, was sie zu erzählen hat. Lauren aus dem Soziologie-Seminar. Ziemlich abgefahren. Ich kenne sie kaum. Trägt auffällige Ketten. Hass Dirkheim. Michaela. In Billionen von Jahren nicht. Ziemlich krank, sie überhaupt zu erwähnen. 22. August. Okay. Zuerst einmal muss ich gestehen, dass ich total besoffen bin. Der Grund dafür ist, dass heute aus Perth ein Anruf von Michaela kam. Der hat mich restlos fertig gemacht. Ich dachte, ich hätte ihr auf dem Flughafen bereits erklärt, was ich davon halte, an jenem scheußlichen Tag. Aber nein, sie ruft aus Perth an und meint, sie könne sich ein bisschen mit mir unterhalten, als wäre nichts geschehen. Sie fragt mich, wie es mir geht, wie es in der Uni läuft, wie es Mom und Dad geht. Ich frage sie, von wo aus sie anruft. Sie zögert einen Moment und gesteht dann, dass sie bei Brad ist. Oh, wie geht's, Brad, denn so, frage ich mit eindeutigem Unterton. Sie ziert sich ein bisschen. Dann reißt sie sich zusammen und sagt, es ging ihm gut. Na, das ist doch prima, Michaela, entgegne ich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht. Und warum zum Teufel rufst du mich an? Darauf meint sie, dass sie immer noch hoffe, wir könnten Freunde sein. Wenn ich nur an ihr Leben in Perth denke, steigt mir vor Eifersucht die Galle hoch. Ich schmecke sie und spüre sie durch jede meiner Zellen pulsieren. Ich bin auf ihre gesamte Familie eifersüchtig. Ihre Eltern, Schwestern, Onkel, Tanten, Cousinen, die sie ständig sehen dürfen, die mit ihr Weihnachten und ihre Geburtstage feiern. Ich bin eifersüchtig auf alle ihre Freunde, die mit ihr nach der Uni den Strand entlanglaufen dürfen. Ich bin eifersüchtig auf die Verkäufe im Laden, wo sie ihre Kaugummis und Zeitungen kauft, über die flüchtigen Begrüßungen und Berührungen, die hinzukommen, wenn sie ihnen das Geld gibt. Ich bin eifersüchtig auf das heiße Wasser, das beim Duschen über ihre Haut rennt. Ich bin eifersüchtig auf den Spiegel, der das Funkeln ihrer Augen wiedergeben darf. Ich bin neidisch auf das Kissen, auf dem sie nachts ihre Wange bettet. Elende Bastarde. Sie haben so viel von ihr und ich habe nichts. Brad kann ihre Schultern küssen, wann er will. Ich halte es nicht aus, auch nur daran zu denken. Aber plötzlich kann ich an nichts anderes mehr denken. Das ist der Grund, warum wir keine Freunde sein können, wie sie es am Flughafen und dann nochmal in einem Brief und nun per Telefon vorgeschlagen hat. Sie versucht bloß, ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Wie stellt sie sich das denn vor, diesen freundschaftlichen Auftritt? Also, Michaela, Freundin, Kumpeline, erzähl doch mal, wie hat es dir Brad gestern Nacht besorgt? Vielleicht habt ihr zusammen auf der Couch gesessen und fern gesehen, bis die Sendung zu Ende war? Dann zog er dich zu sich heran und küßte deine Lippen. Ihr seid eng umschlungen nach oben in sein Zimmer. Hat er dich auf dem Bett liegend ausgezogen und dir bei jedem Kleidungsstück geholfen? Oder war es vielleicht dazu zu kalt und ihr habt eure Klamotten hastig im Stehen abgestreift und euch dann schnell unter der Decke verkrochen? Nein, wirklich, Michaela, mir kannst du es doch ruhig erzählen. Wir sind doch Freunde. Was ich so gemacht habe, also mal überlegen. Ich bin hier und da gewesen, an der Uni, bei der Arbeit, hab's mir zuckend wie ein Fisch an Land selbst besorgt. Bin in dem Vakuum, das du hinterlassen hast, erstickt. Träume halbwach davon, wie wir uns drei Tage am Stück geliebt haben. Spinne mir zusammen, wie deine Lippen gerade meinen Hals küssen. Ja, das Übliche eben. Richtig dreckig. Es fällt mir schwer, den Kuli zu halten. Und ich weine. Michaela, es kostet mich jede Menge von dem, was ich einst als meine Männlichkeit betrachtet habe, um das zu sagen. Aber dein Vergnügen war mir stets mehr Vergnügen als mein eigenes. Verdammt, wenn mir noch vor einem Jahr jemand hätte erzählen wollen, dass Sex mehr sein kann als die erbarmungslose Suche nach jemandem, der einem Erleichterung verschafft, hätte ich ihn lauthals ausgelacht. Und dann kommst du mit deiner makellosen Haut, deinen Schultern voller Sommersprossen, deinem wunderbaren Lachen und zerrüttest mit einem Schlag mein gesamtes Leben. Du hast geredet wie ich. Du hast meine Witze verstanden. Du hast mich verstanden. Du hast mich kopflos gefögelt. Dann bist du gegangen. Die Schatten in deinem Gesicht beben im Schein der Kerze, die wir in Lura gekauft haben. Ich sehe sie jeden Tag. Also ruf mich nicht aus dem Haus deines Freundes von der anderen Seite des Kontinents an, fast platzend vor Zufriedenheit, weil es dir da drüben so unendlich gut geht und frag mich nicht, ob wir Freunde sein wollen. Du hast die Entscheidung getroffen. Punkt. Aus. Ich will deine Freundschaft nicht. Ich will nur dich. Mit Haut und Haaren. So wie es an unseren drei Tagen in Lura war. An diesen Nächten war einfach alles gut. Alles. 23. August Gestern Nacht war nur ein vorübergehender Rückfall, ein kurzes Intermezzo in dem voranschreitenden Prozess des Darüberhinwegkommens. Mir ging's tatsächlich schon besser. Ich hatte mich mit dem Schmerz auseinandergesetzt. Oder ihn zumindest erfolgreich in stetig wachsenden Mengen von Alkohol und Koffein ertränkt. Nachdem ich das, was ich geschrieben habe, nochmal durchgelesen hatte, habe ich ernsthaft in Erwägung gezogen, die Seiten rauszureißen. Es war insgesamt eine ziemlich erbärmliche Darbietung. Aber die Seite, auf dem ich den Songtext von Romeo und Juliet von den Dire Straits zitiert habe, habe ich sofort rausgerissen. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, in diesem Tagebuch ehrlicher zu sein als in den vorangegangenen. Deshalb bleibt alles andere stehen. Es ist schon schlimm genug, dass ich meiner Familie und Freunden gegenüber nur die überarbeitete Fassung von mir präsentiere. Wenn ich jetzt auch noch mein Tagebuch zensiere, wird das nur meine bereits vorherrschende Tendenz zur Feigheit noch verstärken. Nur fürs Protokoll. Sie hat tatsächlich geweint, als wir uns geliebt haben. Und sie hat gesagt, dass sie mich liebt wie die Sterne über uns und dass sie mich ewig lieben würde, bis in den Tod. Aber man weiß ja, was manche in diesem Augenblick so alles von sich geben. Alles in allem hat Christopher John Harvey schon mal bessere Tage erlebt. 2. September Ich sitze im Bus auf dem Weg zur Arbeit. Es ist Samstagmorgen, 7.05 Uhr. Ich bin hundemüde. Weitere fünf Stunden meines Lebens, die ich bei Wullis zubringe, indem ich so tue, als wäre ich freundlich zu den Kunden. Halbherzige Versuche, Unternehmen mit Casey zu flirten, bei denen sie mich abblitzen lässt und 15-jährige Aushilfen von einer klemmenden Kasse befreie. Meine Schwester Zoe kam letzte Nacht zu mir ins Zimmer, nachdem ich gerade ziemlich angeschlagen nach Hause gewankt war, unmittelbar nach dem verheerenden Anruf von Michaela. Sie stand in der Tür und zog die Augenbraue hoch. Dann sagte sie, Du kniest dich aber auch mächtig rein in dein Unglück. Ich habe sie angesehen und gesagt, Wenn es eine Sache wert ist, ist sie es wert, gut gemacht zu werden. Sie starrte mich nur an und ließ mich ihre Überlegenheit spüren. Ich habe ihr nahegelegt, beim Hinausgehen die Tür hinter sich zu schließen. Sie schlug sie zu. 7. September Der Casey-Virus hat mich mal wieder erwischt. Gerade als ich dachte, ich könnte in aller Ruhe im Belegschaftsraum einen Tee trinken. Sie ist süß, sie ist clever, sie trägt eine eng anliegende Bluse, sie spielt ziemlich gut Billard für eine Frau. Normalerweise würde ich mich für meine Dummheit verfluchen, die mich schon wieder dazu bringt, mich in einem Akt der Aussichtslosigkeit zu verrennen. In diesem Fall verhält es sich aber so, dass es sehr viel erträglicher wäre, wenn es mir gelänge, meine Michaela-Manie in eine Casey-Manie zu verwandeln. Casey zu begehren, sie aber nicht zu kriegen, wäre ein Lebensstil, mit dem ich mich arrangieren könnte. Mich dürstet nicht nach dem Duft ihres Halses und Schlüsselbeins, weil ich ihn nie gerochen habe. Zur Hölle, ich weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt duftet. Im Gegensatz dazu ist es nicht vertretbar, Michaela zu begehren und sie nicht kriegen zu können, nachdem ich mit ihr ein eigenes kleines Universum aufgebaut habe. So sieht's aus. Und heute Abend hat Casey sogar über etwas besonders Witziges, was ich gesagt habe, gelacht und meinen Arm berührt. Ich brauche ein Bier. Wer was von mir will, findet mich in der Bar, wo ich meinen nächsten Schritt im Casey-Manöver aushäcke. 22. September Auf mich wartet jede Menge Arbeit für die Uni. Man kann sich davor nur begrenzt drücken, nur so lange, wie es einem dabei gut geht und es einen nicht umhaut. An dem Punkt war ich letztes Jahr um diese Zeit und habe mir geschworen, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Dad war ziemlich sauer auf mich. Er hat das anscheinend persönlich genommen. Aber ich bin schließlich derjenige, der den Studienkredit zurückzahlen muss für die Fächer, in denen ich durchrassle. Ich habe Anfang des Jahres den Vorschlag gemacht, ob er und Mom vielleicht meine Schulden im Voraus zahlen könnten, damit wir den Rabatt kriegen, wie sie es bei meiner Schwester Zoe getan haben. Ich erinnere mich nicht mehr an die genauen Worte, aber es lief ungefähr darauf hinaus, dass Dad meinte, ob ich mich nicht lieber verpissen wolle. Na ja, dann zahle ich den Kredit eben selbst zurück, vorausgesetzt, ich finde jemals einen richtigen Job. Vielleicht liegt es in Wirklichkeit daran, dass Dad einfach total enttäuscht ist, dass sein Sohn einen Abschluss in Geisteswissenschaften anstrebt, anstatt sein Diplom in Betriebswirtschaft oder Ingenieurwesen zu machen. Ich muss mal an meinem Aufsatz über das stalinistische Russland weiterschreiben. Als ich vor ein paar Tagen von den Säuberungsaktionen gelesen habe, hatten meine Tränendrüsen einen spontanen Überraschungsauftritt und es wurde feucht hinter meinen Augenlidern. Ich kann mir das gar nicht vorstellen und will es auch nicht. 23 Uhr Manchmal habe ich das Gefühl, dass Stuart es nur auf Casey abgesehen hat, weil er weiß, dass ich was von ihr will. So ein leidenschaftsloser Muskelberg, die vollkommene Coolness, ein Kraftprotz mit breiten Schultern. Er könnte gut meine Nemesis sein und meine Antithese. Na, wie klingt das? Abgang Harvey. PS. Meine Schultern sind mickrig und ich habe kein Problem damit. Naja, fast keins. 5. Oktober Besoffen und völlig erledigt. Ich hatte die 16 bis 21 Uhr Schicht und habe eine neue Kleine an der Kasse eingearbeitet. Sie ist eine der Interessanteren aus der Horde der Neuen, die sie gerade wieder eingestellt haben. Sie heißt Amelia und ist echt anders, die Kleine. Sie ist amüsant, hat wilde Ringelocken und einen feurigen Blick. Ich würde ihr mal unterstellen, dass sie vollständige Sätze bilden kann. Sie ist eine gesunde Mischung von Widersprüchen. Humor? Häkchen. Sehr ausgeprägt sogar für ihr Alter. Sie hat noch nicht gelernt, über den eigenen Tellerrand zu sehen und nicht alles auf sich zu beziehen. Sie nimmt alles furchtbar ernst. Oh, traute Jugend, wie sehr ich dich nicht vermisse. Sie ist clever und braucht sich nicht zu verstecken. Aber sie hat diese Art, ihre Arme zu verschenken, dabei ihre Ellbogen zu umklammern und nach unten und zur Seite zu sehen, die regelrecht in die Welt hinausschreit. Ich fühle mich unwohl. Vielleicht braucht sie nur einen Meister, der sie anleitet. Casey führt nach wie vor das Feld an und ich überlege, ob ich Lauren aus dem Soziologie-Seminar von der Liste streiche, nachdem ich sie händchenhaltend mit einem Typen auf dem Campus gesehen habe. Georgia ist noch immer eine Option und sie wäre wahrscheinlich mehr als bereit. Vielleicht sollte ich sie endlich nageln, nur um mir Ed mit seinen ewigen Sprüchen vom Hals zu schaffen. Wenn er so scharf darauf ist, dass Georgia flachgelegt wird, warum macht er es dann nicht selbst? Es ist Zeit, die Dürre zu beenden, Chris hatte heute Abend zu mir gesagt. Es wird dir guttun. Ich arbeite dran, dass Casey mit mir ausgeht, wandte ich ein. Er sah mich mit hochgezogener Braue an. Stimmt schon, die Chancen, jemals Casey ins Bett zu kriegen, sind spärlich bis gar nicht vorhanden. Abgang Harvey Später am Abend Als wir noch klein waren, hat uns Mum aus einem Buch vorgelesen, das Emilia Bedelia hieß. Die Hauptfigur darin ist ein Hausmädchen, das sich immer wieder Probleme einhandelt, weil sie sehr gegenständlich denkt und alles wortwörtlich nimmt. Sie wird richtig wütend, wenn sie etwas falsch gemacht hat und läuft davon. Nein, eigentlich ist es anders. Ihr Arbeitgeber wird richtig wütend und schickt sie weg. Nach vielen abenteuerlichen Seelenirrungen kehrt sie dann schließlich wieder zurück. Ihr Dienstherr empfängt sie freudig, seine Wut ist verraucht und er bittet sie, ihm eine Suppe zu kochen. 7. Oktober Gestern Nacht habe ich einiges zu viel getrunken und Georgia, die üppige Blonde aus der Delikatessenabteilung, genagelt. Bei ihr zu Hause. Die anschließende Unterhaltung war eine eher magere Ausbeute. Ich fragte sie, ob sie Jeff Buckley mag. Sie fragte, Jeff wer? Das sagt schon alles. 12. Oktober Die Termine für die Prüfungen und Abschlussarbeiten hängen aus. Mir bleiben noch 6 Wochen. Ich werde übermenschliche Kräfte benötigen, damit ich es schaffe, alle Arbeiten rechtzeitig abzugeben und die Zinsen vom Studienkredit auf durchschnittlichem Niveau zu halten. Ich muss den Abschluss im nächsten Jahr schaffen. Im Sommer werde ich so viele Schichten wie möglich bei Wulis Reisen in der Hoffnung, genug zur Seite legen zu können, damit ich dann nächstes Jahr auf 12 Stunden die Woche runter kann. Dann schaffe ich es vielleicht, ein bisschen mehr Zeit mit Studieren zu verbringen und den Abschluss zu machen. Okay. Abschluss machen. Und dann? Ein viel zu unangenehmes Thema. Einen neuen Absatz, bitte. Mick, Rowan und Suess warten auf mich in der Unibar. Inzwischen ist es fast dunkel hier draußen auf dem Rasen. Ich gehe besser mal los. Ich verstehe mich ganz gut mit zwei von den Neuen auf der Arbeit. Zwei, die ihr Wissen über Obst und Gemüse nur meiner harten, aber gerechten Einweisung zu verdanken haben. Donna ist eine alte Seele und ganz schön reif für ihr Alter. Sie ist 16, wirkt aber wie 35 und kommt aus einem ziemlich kaputten Zuhause. Immer scharf auf einen Trink nach der Arbeit. Sie ist Biancas neuste Schmusepuppe. Die beiden sind richtig dick miteinander, rauchen zusammen im Hof und alles, was sonst noch dazu gehört. Die andere ist Emilia. Als meine Schwester und ich noch klein waren, habe ich sie manchmal so wütend gemacht, dass sie ein paar Schritte zurückgetreten ist, um dann Anlauf zu nehmen und mit erhobenen Fäusten auf mich loszugehen. Ich habe dann immer bloß den Arm ausgestreckt, die Hand flach auf ihre Stirn gedrückt und sie einfach zappeln lassen. Sie ruderte mit den Armen in der Luft und verfehlte ihr Ziel. Sie tobte so lange weiter, bis Mom von dem Radau aufgeschreckt ankam, uns auseinanderbrachte und mich in mein Zimmer schickte. Wenn ich mich mit Emilia unterhalte, erinnere ich mich irgendwie daran. Sie ist sehr direkt. Wenn ich genauer nachdenke, erkenne ich vielleicht sogar was von mir selbst in ihr. Zoe und ich haben die Rollen vertauscht, seit wir älter geworden sind. Inzwischen bin ich meist derjenige, der mit den Armen rudert, während sie gelassen daneben steht. Okay, Bierzeit. 22. Oktober Die neue Kleine, Emilia, hat so etwas wie einen Fanclub um sich geschart, der in erster Linie aus mir besteht. Ihre Nähe entspannt mich, weil man bei ihr nicht ständig irgendwelche Vermutungen aufstellen muss, was sie gemeint haben könnte. Ich werde versuchen, sie mit Ed zu verkuppeln. Ihm würde eine Freundin bestimmt guttun, besonders eine, die lesen und schreiben kann. Das wird voraussichtlich das letzte Mal sein, dass ich bis nach den Prüfungen was in dieses Buch schreibe. Im kommenden Monat werde ich kaum Zeit haben, mich auch nur zu kratzen, so viel habe ich zu tun. Aber darauf folgen drei prächtige Monate Sommerferien, die aus drei wesentlichen Elementen bestehen werden. Strand, dem Land der Träume und Bier. Also bis Dezember dann, vorausgesetzt, ich sterbe nicht vorher an Herzversagen durch Koffeinüberdosis, womit durchaus zu rechnen ist. Es ist schon spät. Entschuldigt mich, es ist Zeit, ins Bett zu gehen und ein wenig an die Decke zu starren. Zweiter Dezember. Willkommen auf der anderen Seite. Am liebsten würde ich sagen, willkommen im Sommer der Liebe. Wieder alle Erwartungen habe ich meine sämtlichen Hausarbeiten abgegeben und alle Prüfungen überstanden, was zum dritten Mal in drei Jahren beweist, dass es einen Gott gibt und dass er mich liebt. Die letzte Prüfung war Soziologie, ein dreistündiger Hammer. Als der Prüfer um zwölf Zeit zur Abgabe ankündigte, fiel mir der Kuli aus den verkrampften Fingern und mein Kopf sank wie von selbst auf die Tischplatte. Eine eigenartige Montage des letzten Jahres wuselte mir durch den Kopf. Viele Michaela-Szenen in verschiedenen Entwicklungsstadien dieser traurigen Angelegenheit. Casey, wie sie draußen vor der Bibliothek Audienz hielt. Streit mit meiner armen Schwester, die meine nächtlichen Wutausbrüche anscheinend am meisten zu spüren kriegt. Und seltsamerweise Amelia bei der Pause im Belegschaftsraum, wie sie auf dem Stuhl sitzt, die Knie zum Kinn hochgezogen und dabei einen abgegriffenen Joseph Conrad-Roman liest und Tee aus einem Styroporbecher nippt. Anschließend habe ich Mick, Rowan und Suess in der Unibar getroffen. Ich habe viel getrunken. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe 15 Stunden geschlafen. Und hier bin ich. Also gut, machen wir eine Bestandsaufnahme. Zu den positiven Dingen zählt, dass ich drei Monate von der Uni frei habe und es gut aussieht für den Abschluss in Soziologie im nächsten Jahr. Zu den weniger schönen Dingen zählt, dass die Suche nach der perfekten Frau immer noch ergebnislos verläuft und ich von daher keine Freundin habe, mit der ich den Sommer verbringen könnte. Außerdem habe ich kein Geld und werde 30 Stunden die Woche bei Wulis arbeiten müssen, um das Konto auszugleichen. Ich werde mich ernsthaft bemühen, meinen Lohn nicht zu vertrinken. Aber ich verspreche nichts. Rohan hat seinen Bachelor als Chemieingenieur gemacht und sich in Newcastle beworben. Das nächste Unijahr ohne ihn wird ziemlich merkwürdig sein. Den Sommer über wird er auch kaum da sein, weil sein Dad ihm zum Examen eine Europareise geschenkt hat. Ich versuche, Rohan nicht zu beneiden, um all die Dinge, die ihm seine Eltern finanzieren, wie die Reise und das Auto und die Tatsache, dass er so viel mehr Zeit für das Studium hat, wenn er nicht arbeiten muss, während ich scheinbar jeden gottverdammten Tag im Bus zum Land der Träume sitze. Es ist abscheulich, seine Zeit mit Neid zu verbringen, wenn in Afrika gleichzeitig ganze Familien, ganze Stämme zu Tausenden abgeschlachtet werden, wenn in zerlöcherten Flüchtlingsbooten Hunderte auf offener See ertrinken oder verhungern und wenn die Kinder derer, die es bis hierher schaffen, hinter Stacheldraht aufwachsen und zusehen müssen, wie ihre Eltern langsam durchdrehen. Ich finde mich selbst zum Kotzen, wenn ich Rohan um die Dinge in seinem Leben beneide. Andererseits schmecken die Kirschen des Nachbarn schon immer süßer als unsere eigenen. Im letzten Semester gab es in moderner australischer Literatur ein Seminar zu Kurzgeschichten. Meine Lieblingsgeschichte war von Kate Jennings. Sie erzählt darin von einem Schriftsteller-Kollegen, der phänomenalen Ruhm und Erfolg erntet, der weit über die eher bescheidene Anerkennung der Autoren selbst hinausreicht. Neid, schreibt Kate Jennings, ist ein schmuddeliges, kleines Gefühl. In letzter Zeit scheint mir das Glück ein wenig holder. Georgia hat es anscheinend auf mich abgesehen seit unserer Affäre. Die kleine Donner scheint auch nicht abgeneigt zu sein. Vielleicht hat das eine ja nichts mit dem anderen zu tun, aber Casey war mir gegenüber definitiv weniger kaltherzig als sonst. Donner hängt nach der Arbeit oft noch mit uns rum. Im Pub fragt niemand nach ihrem Ausweis. Eine junge Frau, die Tattoos trägt, mit einem Glas Scotch in der einen, einer Zigarette in der anderen Hand, die mehr Schmuckstücke trägt, als man zählen kann und die beim Billard gewinnt, hat schon was. Würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, mit einer 16-Jährigen zu gehen? Das ist eine schwierige Frage. 14. Dezember Macht euch bereit für eine weitere ziemlich rührselige und angetrunkene Tränendrüsen-Geschichte. Es ist genau die richtige Tageszeit dafür. Es ist spät. Ich komme gerade vom Pub nach Hause und wie der Hochzeitsgast in Coleridge's Ballade seid ihr gezwungen, zuzuhören. Oder vielleicht ist es auch nur besoffenes Gefasel, das niemals von irgendwem gelesen werden wird. Selbst wenn meine Tagebücher nach der Apokalypse gefunden werden sollten, würden die Leute wahrscheinlich die ersten Seiten durchblättern und den Kopf schütteln. Was für ein Loser! Und dann, was noch wesentlicher ist, wen interessiert das? Und sie dann auf den postapokalyptischen Müllhaufen werfen. Ich hatte heute Abend auf der Arbeit ein seltsames Erlebnis. Es war etwa viertel vor neun und ziemlich ruhig. Ich habe mich ein bisschen mit der kleinen Amelia unterhalten. Irgendwann ist unser Gespräch ins Stocken geraten. Sie war müde. Sie war schon den ganzen Tag in der Schule gewesen und es war Ende der Woche. Sie legte beide Unterarme auf die Theke, ließ den Kopf einen Moment hängen, riss ihn dann hoch, um lauthals zu verkünden, ich bin am Verhungern. Sofort war ich ganz woanders. Ich befand mich in dem Häuschen in Lura, wo ich mit Michaela den letzten März verbracht hatte. Es ist später Nachmittag. Wir liegen im Bett, die Decken kreuz und quer über den Boden verteilt. Ich liege mit dem Kopf auf ihrem Bauch und habe einen Arm über ihre Oberschenkel gestreckt. Ich lausche ihrem ruhigen Atem und betrachte den letzten Widerschein des rosa-orangen Sonnenlichts an der Wand. Ich atme tief den Duft an ihrem Bauch ein, wodurch sie wach wird. Sie schiebt meinen Kopf sanft zur Seite, reckt sich ausgiebig, setzt sich dann mit einem Ruck auf und verkündet lautstark, ich bin am Verhungern. Sie sieht mich an. Ich streiche ihr eine Locke aus dem Gesicht. Sie springt aus dem Bett, schlüpft in ihren Slip, ein Geburtstagsgeschenk von mir, und fängt an, etwas in der Pfanne zu brutzeln. Ich sehe sie an. Ich liebe sie. Dann kehre ich gedanklich zu Vulvors zurück, noch ein wenig benommen, aber wieder hier. Ich bin mit einem detaillierten und gut ausgebildeten Langzeitgedächtnis bestraft, deshalb ist es mir nicht neu, von einer lebhaften Michaela-Erinnerung ausgenockt zu werden. Ich versuche, sie so schnell wie möglich abzuschütteln, und meist gelingt mir das auch ganz gut, aber diesmal war es anders. Es war kein bloßes Erinnern. Es war ein Wiedererleben. Die Umgebung, die Gerüche, wie sich die Laken anfühlten, die Wärme von Haut auf Haut, das war so real, unvermittelt, fast schon beunruhigend. Ich werde mich gleich mit einem Bier in den Garten raussetzen. Es ist bereits nach Mitternacht. Dort ist es jetzt ruhig und der Mond steht am Himmel. Unser Garten ist ziemlich unansehnlich und nicht besonders einladend, aber in einer Mondnacht glitzert sogar das rostige Blechdach der Garage und ganz East Lakes ist in ein stilles Licht getaucht. 20. Dezember Auf der Arbeit ist es echt chaotisch. Vier Tage noch bis Weihnachten. Ich setze besser mal meinen Arsch in Bewegung und besorge ein paar Weihnachtsgeschenke. Ich werde noch eine Münze werfen müssen, ob ich Michaela zu Weihnachten schreibe oder ihr was schenke. Ich habe in einem Laden namens Kaschka ein paar Ohrringe gesehen, die ihr sicher gefallen würden. Bist du völlig irre, Chris? Das Miststück hat dir den Laufpass gegeben, dir das Herz gebrochen und dich seit Monaten nicht mehr angerufen. Das hat zwar damit zu tun, dass du sie das letzte Mal angeschnauzt hast mit sowas in der Art wie Ruf mich bloß nicht mehr an, Schlampe, aber sie wird doch hoffentlich kapieren, dass das nur mein wundes Herz war, das da gesprochen hat. Wie auch immer, ich bin da mal weg, um die Clique in der Stadt zu treffen. Wir wollen Rowans Abschied feiern. Er fliegt morgen Abend los. 21. Dezember Ich habe Mist gebaut. Ich bin gestern Nacht sturzbesoffen nach Hause gekommen und habe Romeo und Juliet gesungen, dann bei Interflora angerufen und 400 Dollar für einen riesen Blumenstrauß für Michaela zum Fenster rausgeworfen, ihn nach Perth verschickt, zusammen mit einem unter starkem Alkoholeinfluss verfassten Weihnachtsgruß. Das Ganze habe ich natürlich mit der Kreditkarte meiner nichtsahnenden, schlafenden Mutter bezahlt. Als ich heute Morgen zu mir kam, hatte ich eine vage Erinnerung daran, aber die starke Hoffnung, es möge nur ein Traum gewesen sein. Ihre Kreditkarte neben meinem Telefon auf dem Nachttisch gab dann Aufschluss genug. Ich habe meiner Mutter heute das Geld zurückgegeben, was einen neuerlichen Tiefstand auf meinem Bankkonto bedeutet. Scheiße, Chris. Es wird höchste Zeit, dass du über das Mädchen hinwegkommst. 24. Dezember Holla, schon wieder fast Mitternacht. Komme gerade von der Arbeit nach Hause, wo die Hölle los war. Warum warten die Leute immer bis zur letzten Minute mit allem? Ich mache das auch. Natürlich. Ich war heute in der Mittagspause bei Go Low und habe billige kleine Geschenke für meine Familie besorgt mit dem bisschen, was noch von meinem Geld übrig war. Mir bleiben nur noch wenige Hirnzellen, aber was ist die Entschuldigung für alle anderen? Als Zeugnis dessen habe ich heute Abend etwas getan, für das ich keine Rechenschaft ablegen kann. Ich habe heute bei der Arbeit eine Stunde früher Schluss gemacht, bin noch eine Weile dort geblieben und habe allen frohe Weihnachten gewünscht. Ich habe die Gelegenheit genutzt, Casey auf die Wange zu küssen. Sie hat mir keine Ohrfeige gegeben, was schon mal gut ist, doch darum geht es nicht. Ich habe gerade mit Victoria gequatscht, während sie Blumensträuße mit einem Reduziertsticker versehen hat. Ich sah ihr über die Schulter und habe Emilia an Kasse 7 entdeckt. In dem Moment hat sie sich gerade mit dem Handrücken den Schweiß von der Schläfe gewischt. Die verfluchte Klimaanlage ist kaputt. Hey Vic, sagte ich. Ich nehme einen. Ich wünschte ihr noch frohe Weihnachten, während meine Beine mich schon zur Kasse 7 hinübertrugen, wo ich Emilia die Blumen überreichte. Wenn ich sage überreichte, meine ich eigentlich, ich warf sie ihr hin, murmelte etwas und machte mich aus dem Staub. Das soll einer verstehen. Auf jeden Fall sind Mom, Dad und Zoe draußen auf der Terrasse und trinken ein Entspannungsbier nach den ganzen hektischen Weihnachtsvorbereitungen, denen ich erfolgreich entkommen bin, indem ich bei der Arbeit war. Ein Dankeschön ans Land der Träume. Ich werde mich jetzt draußen zu ihnen gesellen, zu dem einfinden, was ein seltener Familienmoment sein könnte. Verfluchte, frohe Weihnachten. Abgang Harvey. 15. Januar. Die Wochen beginnen zu verschwimmen. Sie bestehen aus Strandleben und Arbeiten. Abends ein paar kalte Drinks mit Mom oder Zoe im Garten zu kippen, mit Dad hin und wieder Tennis zu spielen, meine Seminartexte für die Uni vorzubereiten, Zeitung zu lesen, Schrott im Fernsehen zu gucken, ganze Tage mit Cricket zu verplempern und noch mehr Hirnzellen an den stetig fließenden Bierstrom zu verlieren. Dad und ich erfüllen voll und ganz das Klischee, dass Männer sich nicht über Gefühle oder persönliche Dinge unterhalten können und der Sport dafür herhalten muss. Wenn wir zusammen Tennis spielen, gehen wir beide vollkommen im Spiel auf. Weil er viel besser spielt als ich, gibt es kein destruktives Konkurrenzdenken. Wir haben beide etwas davon, wenn er mir Tipps gibt und er freut sich riesig darüber, wenn ich hinterher auch nur ein bisschen besser spiele. Genau so könnten wir den ganzen Tag schweigen vorm Fernseher beim Cricket verbringen. Es besteht keinerlei Zwang zu tiefschürfenden Gesprächen. Wir kommunizieren wortlos. Durch Grunzen oder Gestikulieren fragen wir den anderen, ob er noch ein Bier will. Wenn einer von uns aus dem Raum muss, weil er etwas anderes im Haus zu erledigen hat, ruft er zwischendurch immer wieder wie steht's, von wo auch immer er sich gerade befindet. Stand? Sieben zu vier. Wow! Volltreffer! Yeah! Und so weiter. 21. Januar Habe eine Postkarte von Rowan bekommen. Er ist jetzt auf Mykonos und hat einen Mordspaß. Trifft sich gut, dass ich mich inzwischen darüber freuen kann, wenn es ihm gut geht, anstatt ihn um sein Glück zu beneiden. Er kommt Ende des Monats zurück und muss sich in Newcastle eine Wohnung suchen. Er hat die Stelle bekommen, für die er sich beworben hat. War doch klar, es gibt Leute, die haben ihr Leben im Griff und sind dabei, es zu leben. Und wisst ihr was? Ich freue mich für sie. Ehrlich. 25. Januar Die Arbeitstage ziehen sich. Ganz besonders, wenn draußen die Sonne scheint. Ed und ich haben uns vorgenommen, am Anfang jeder Woche einen neuen Insider Witz zu erfinden und ihn bis zum Ende der Woche unter den Aushilfen etabliert zu haben. Die kleine Emilia ist dabei die schnellste. Mit Abstand. Es gibt da diesen kleinen egoistischen Scheißkerl namens Jeremy. Er ist gerade mal 16 und hält sich für total cool. Er empfängt am Donnerstagabend immer eine schier endlose Schlange von Mädels aus der Privatschule. Garantiert verkauft er ihnen Zigaretten und außerdem flirtet er mit ihnen, als gäbe es kein Morgen. Bianca macht ihn schamlos an, weil seinem Ego noch mehr Futter gibt. Ich dachte eigentlich immer, dass Oberflächlichkeit eher das Spezialgebiet von Frauen sei. In meinen seltenen, klaren Momenten ist mir vollkommen bewusst, dass Bianca und auch Casey ziemlich künstlich sind, wenn man es mal auf einen Nenner bringen will. Jeremy ist das männliche Gegenstück zu ihnen. Amelia wiederum ist das genaue Gegenteil von Jeremy. Sie ist echt. Sie ist belesen. Ich mag sie richtig gern. Oder vielleicht ist es ja auch nur meine Vorstellung von ihr, die mir gefällt. Sie ist so jung, dass sie überhaupt nicht in Betracht kommt. Gestern Morgen habe ich um 7 Uhr angefangen zu arbeiten und fast bis 21 Uhr durchgearbeitet. Dann war ich kurz davor, die Wände hochzugehen. Um 20 55 stand ich Abendansage über Lautsprecher zu verkünden, meist irgendwas in der Form von Achtung liebe Kunden, es ist kurz vor neun, wir schließen in fünf Minuten. Bitte beenden Sie Ihre Einkäufe und begeben Sie sich zu den Kassen. Danke, dass Sie bei Woolworth eingekauft haben, dem Laden mit dem Frischesiegel. Manchmal werde ich nachts davon wach, dass ich vor mich hin murmele. Auf jeden Fall habe ich mir das Mikrofon geschnappt und anstatt die Feierabend Ankündigung zu machen, habe ich die Vietnam Veteran Hymne K. Sun hineingeschmettert. Ich bin bis zu der Stelle mit 1973 gab es keine V-Day Helden mehr gekommen, Während sie mich anschrie und Jeremy hinter ihr breit grinste, knisterte es abermals im Lautsprecher und kurz darauf dröhnte Ed Stimme durch den Laden. Er sang an der Stelle weiter, wo ich aufgehört hatte, bis jemand ihm das Mikro entriss. Ed und ich sind eins. Am Ende stellte sich heraus, dass eh keine Kunden mehr im Laden waren. 8. Februar In drei Wochen geht die Uni wieder los. Rowan hat in Newcastle eine Wohnung gefunden. Nächste Woche ist die Einweihungsparty. In zwei Wochen geht sein Job los. Ich arbeite immer noch 25 bis 30 Stunden bei Woolies. Zoe hat eine Graduiertenstelle bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen gefunden und Dad ist hoch erfreut darüber. Sie hat vor auszuziehen, sobald sie sich die Kaution und eigene Möbel leisten kann. Schön für sie. Mom und Dad hat sie noch nichts davon erzählt. Dad wird einen fürchterlichen Aufstand machen und ihr nahelegen, zu Hause zu bleiben, solange sie sich kein eigenes Zuhause leisten kann. Warum willst du das Geld für die Miete aus dem Fenster werfen, ist sein Standardargument. Ich Ich dagegen betrachte Mietzahlung eher als Investition für die psychische Gesundheit und Unabhängigkeit. 14. Februar Bin in Rowans Wohnung in Newcastle. Heute Abend steigt die Fete. Er, Mick und Sue sind gerade los und machen die letzten Besorgungen. Ich habe um Nachsicht gebeten und mir es mit einem Bier auf Rowans Balkon gemütlich gemacht. Ich kann Ausschnitte vom Hafen ersperren. Da draußen liegen ein paar riesige Tanker vor Anker, die so aussehen, als ob sie geduldig darauf warteten, Einlass in den Hafen zu erhalten. Ich frage mich, wie lange sie noch ausharren müssen. Ich frage mich, wie sich die Besatzung die Zeit vertreibt. In meiner Vorstellung spielen sie Karten. Wir sind schon gestern hier angekommen mit dem Landcruiser von Mick's Dad. Wir sind mit voll aufgedrehter Musik über die F3 nach Newcastle gebrettet. Irgendwo in der Nähe der Pete's Ridge Abfahrt hatte ich eine von Mick's Kings of Leon CDs herausgefischt. Wir fuhren zum Kanal hinunter, den Kopf in den Nacken gelegt, aus voller Kehle grölend. Und dann ging's auf der anderen Seite wieder hoch, mit dem Schwung, den wir auf dem Ronan und ich mit unseren Ehepartnern und Kindern irgendwo über die Vorstädte versprengt leben, die Köpfe tief in den Kragen gezogen, vom langen Marsch durch unsere 50 Jahres Pacht Verträge und wir uns immer seltener sehen, werde ich ein paar Kisten mit alten CDs durchstöbern und auf die Kings of Leon stoßen. Ich werde sie einlegen und mich zurückversetzt fühlen an den Tag, als ich mit meinen Freunden Mick und Sus die F3 hinunter gedüst bin, auf dem Weg zu Rowans Party Newcastle und wir dabei so laut gesungen haben, dass wir hinterher heißer waren. Und was für ein vielversprechender Abend das werden wird. Die Wodka Wackelpudding stehen schon im Kühlschrank und wenn das Eis da ist, werden wir ein riesenbottig Blue Lagoon mixen. Wir haben drei Kästen Bier, die nur noch im Bad kalt gestellt werden müssen. Wir haben für 20 Uhr türkische Pizza bestellt. Es werden haufenweise Ingenieur-Kumpels von Rowan kommen, einschließlich der reizenden Stella, die für eine Ingenieurin unglaublich zierlich und extrem hübsch ist. Rowans Cousins und deren Freunde, die hier oben wohnen wollen, auch kommen. Vielleicht ist die perfekte Frau gar nicht mehr weit weg und steht soll. Viel Glück bei der Klamottenwahl, Miss Perfect. Es ist verdammt heiß, weit über 30 Grad. Wir haben den Morgen am Strand verbracht, mit Surfen und Frisbeespielen, aber ab elf haben wir uns auf heißen Sohlen davon gemacht. Buchstäblich heißen Sohlen, denn der Sand war definitiv zu heiß, um barfuß darauf zu laufen. Ich höre dann mal auf, will mich noch ein wenig zurücklehnen und die Aussicht genießen. Fünf Uhr morgens? Im Osten färbt sich der Himmel gerade orange. Allein, allein und ganz allein, auf weiter, weiter See. Nicht lindert meine Todesangst ein Heiliger in der Höhe. Bitte, lieber Gott, lass mich nicht kotzen. 15. Februar, 23 Uhr. Zuhause in meinem Zimmer. Heute ist mein erster alkoholfreier Abend seit wer weiß wie lang. Die Stimmung auf der Fahrt zurück nach Sydney war etwas gedämpft. Ich weiß nicht, wer von uns am meisten verkatert war. Wir sahen alle aus wie ausgekotzt. Wie dem auch sei, ich entschuldigte mich damit, dass mir übel sei und taukelte direkt um mein Zimmer. Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin, Ei mit Speck, Tee und Kaffee, nichts hilft gegen den Schmerz an meiner Schädelbasis. Ich bin gestern Nacht vielleicht etwas zu weit gegangen, wie die obigen Zeilen, die aus Coleridge's Ballade vom alten Seemann stammen, vermuten lassen. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass die perfekte Frau nicht auf Rowans Party erschienen ist. In meinem Rausch kam dann all das wieder hoch, wofür ich die ganze Zeit mächtig viel Energie aufgebraucht hatte, um es zu verdrängen, nämlich das andere Mal in Newcastle. Gleich nach den Zwischenprüfungen im letzten Jahr waren Michaela und ich hierher gefahren, um eine ihrer Freundinnen zu besuchen, die dort ein Semester an der Uni studierte. Wir wohnten in diesem riesigen Haus. Studenten-WGs üben auf Menschen wie mich, die zu Hause wohnen müssen, eine ungeheure aus. Bernadette, Michaellas Freundin, wohnte mit acht anderen zusammen. Es gab zwei große Wohnzimmer mit Couchtischen aus Milchkisten und vergilbten Tarantino-Postern an den Wänden. Wir schliefen auf dem Fußboden ihres großen, feuchten Zimmers, in dem sich die Tapete von den Wänden löste. Am Samstagnachmittag gab es hinten im Garten ein großes Grillfest mit einem Haufen weiterer Studenten. Noch drei Wochen, bis mir graute es vor ihrer bevorstehenden Abreise, aber nicht eine Sekunde lang hätte ich gedacht, dass es mit uns vorbei sein würde. So ziemlich die einzigen Momente, in denen wir uns nicht ständig berührten, waren die, wenn einer von uns aufs Klo musste. Dieses verzweifelte Aneinanderklammern beruhte auf Gegenseitigkeit. Sie muss sich mit aller Macht an mir festgehalten haben, weil sie genau wusste, dass sie bald zu Brad zurückkehren würde. Weil sie überlegen musste, wie um alles in der Welt sie das durchziehen soll. Später in jener Nacht bin ich auf dem staubigen Boden in Bernadettes Zimmer aufgewacht und habe Michaela dabei ertappt, wie sie mich beim Schlafen beobachtete. 28. 28. Februar Ed war gestern auf der Arbeit ausnahmsweise mal etwas besser drauf und ich habe die Gelegenheit ergriffen, ihm ein paar Vorschläge zu machen. Erstens, er sollte etwas weniger Gras rauchen. Zweitens, er sollte mal mit der kleinen Amelia ausgehen. Sie ist nicht mal drei Jahre jünger als er und dazu noch eine super Braut. Das habe ich ihm versucht nahezulegen. Sie ist clever, sie hat Sinn für Humor, sagte ich. Sie ist süß und nimmt kein Blatt vor den Mund, sagte ich. Du wirst dich gut mit ihr verstehen. Ed zuckte nur mit den Schultern. Warum denn nicht? fragte ich. Sie ist wirklich sehr nett, aber ich bin ein nicht mal halb so großer Fan wie du. Naja, ist schließlich sein Leben. Ich hab's wenigstens mit Georgia probiert. 3. März. Ich arbeite nur noch 15 Stunden die Woche, sodass sich die Uni-Arbeit mehr oder minder gut anlässt. Werfen wir mal einen Blick auf das Feld. Casey. Seit etwa drei Jahren ist der Casey-Virus immer wieder mal mehr, mal weniger am Abklingen. Vielleicht werde ich dieses Jahr eine endgültige Entscheidung treffen und sie endlich mal eindeutig anmachen. Mal sehen, was dann passiert. Wenigstens weiß ich dann, dass ich nicht kampflos aufgegeben habe. Stella, die hübsche Chemie-Ingenieurin, obwohl ich gesehen habe, dass Rowan und sie auf der Einweihungsparty ziemlich eng beieinander standen. Vielleicht sollte ich erst mal mit ihm darüber sprechen, bevor ich ihn nach ihrer Nummer frage. Die abgedrehte kleine Sweater Tarasova, 16-jährige Kassiererin, immerhin völlig legal, hat umwerfende Beine. Sie ließe sich bestimmt nach ein paar Einladungen zum Kaffee von mir flachlegen. Sie schauen alle so bewundern zu mir auf, die Kleinen. Ich wünschte, ich würde auf die Casey's und Michaelis auch so unwiderstehlich wirken. 18. März Sonntagabend Onkel Onkel Jeff war schon da, als ich von der Arbeit nach Hause kam und offensichtlich wollte er auch zum Abendessen bleiben. Oh Mann, ich habe mich in meinem Zimmer versteckt und vorgegeben, für die Uni büffeln zu müssen. Da kam Mom rein und sagte, ich sollte mich mit ihm unterhalten. Es ist so erniedrigend, wenn sie das macht. Ich bin 21 Jahre alt. Ich darf wählen, mich freiwillig zur Armee melden und in den USA legal Alkohol trinken. Ich habe einen Hochschulabschluss, aber ich kann nicht einfach von der Arbeit nach Hause kommen und mich auf mein Bett fallen lassen. Gott, wie sehr ich mir wünsche auszuziehen. Wenn ich den Abschluss vorzeitig abbrechen würde und Vollzeit bei Wulis arbeitete, könnte ich mich nach einem Monat nach einer eigenen Wohnung umsehen. doch runtergegangen und habe mit Onkel Jeff geplaudert, dem fünf Jahre älteren Bruder meines Vaters und einem der schlimmsten Vertreter der Nachkriegsgeneration. Er macht irgendetwas mit Umweltmanagement. Er hat jahrelang beim Amt für Infrastruktur, Planung und Ressourcen gearbeitet. Dann hat er dort aufgehört und ist in die freie Wirtschaft gegangen. Früher hat er in Lane Kauf gewohnt. Nach der Scheidung hat er sich eine Wohnung in Rose Bay genommen. Sein unverhohlener Zorn auf mich schließt meine gesamte Generation mit ein, was auch immer das bedeuten mag. Ich vermute, dass Onkel Jeff mir derart einen Karren fährt, weil seine eigenen Kinder es vorgezogen haben, bei ihrer Mutter zu bleiben. Heute hat er mir vorgehalten, wie apathisch meine Generation doch sei und dass sich keiner mehr gegen etwas auflehne. Als ich studiert habe, fuhr Jeff fort, sind wir auf die Straße gegangen und haben für alles demonstriert, was wichtig war. Wir haben Veränderungen herbeigeführt. Er hielt einen Moment lang inne, um Luft zu holen und sah sehr zufrieden mit sich aus. Ihr seid gegen das Vergehen der Zeit auf die Barrikaden gegangen, fügte ich hilfreich hinzu. Chris, musst du nicht noch eine Hausarbeit für die Uni schreiben? Mum entließ mich, denn sie wusste genau, dass sich das hier nicht ewig aushielt. 2. April Bianca schmeißt eine Party bei sich zu Hause, in einer Villa mit Seeblick. Man kann von dort aus nach Shark Island rüberschwimmen. Es ist an der Zeit, das Schicksal ein wenig herauszufordern und reinen Tisch mit Casey zu machen. Virus ist schwer zu verstehen. Hat es mich erwischt, weil sie so hübsch ist und sich nicht für mich interessiert? Geht es nur um die Eroberung? Den masochistischen Kitzel möglicherweise abgelehnt zu werden? Hängt es mit meiner Einsamkeit zusammen oder mit meiner Unfähigkeit mich festzulegen? Was immer es auch sein mag, es ist zu stark, um sich dagegen zu wehren. Ich muss etwas unternehmen, dann weiß ich wenigstens woran ich bin. Nach etlichem Grübeln habe ich Folgendes beschlossen. An der Uni scheint sie von ziemlichen Langweilern umgeben, die aber mit Betriebswirtschaft und Ingenieurswesen ziemlich gute Zukunftsaussichten haben dürften. Ich schätze, meine einzige Chance ist, auf meiner sensiblen Geisteswissenschaftlerseite zu spielen. So könnte es funktionieren, wenn ich es mit diesen Deppen aufnehmen will. Denn obwohl Casey eines Tages einen von ihnen wählen wird, damit er in der Zukunft für sie sorgen kann, will sie vielleicht vorher noch mit dem sensiblen Typen ein bisschen Spaß haben. Jahre später, wenn sie über ihren akkurat geschnittenen Rasen hinweg aufs Meer blickt, während die Kinder ihr Abendessen hinunterschlingen, wird sie sich an die Affäre aus längst vergangener Zeit erinnern, an Christopher Harvey, der ihr Gedichte schrieb, und sie wird sich fragen, wo er sich wohl aufhält. Tja, und wo werde ich dann wohl sein? Wahrscheinlich in der Frischkostabteilung im Land der Träume. Ich werde ihr ein Gedicht schreiben. Der Anfang geht mir schon eine Weile im Kopf herum, und heute Abend werde ich es zu Papier bringen. Dann werde ich es ihr am Abend vor der Party zusammen mit einem Blumenstrauß schicken, ohne Absender. Sie hat dann die ganze Nacht Zeit wach zu liegen und sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wer wohl der leidenschaftliche Wörterschmied sein könnte. Am nächsten Abend bei Bianca werde ich sie dann zur Seite nehmen und gestehen. Ich werde ihr meinen ganzen Charme und meine gesamte Überzeugungskraft widmen. Jetzt muss ich Hier schon mal der vorläufige Entwurf des Gedichts, der den Casey-Virus hoffentlich in eine nützliche Bakterie verwandeln wird. Die Sonne hat das Meer entzündet, in Gold und Rosé, Millionen tanzender Funken. Sie scheint, weil du gelächelt hast. In ihrer Wärme betrachte ich die Farben deines Gesichts, so jung und doch so alt. Strahlend grüne Augen, wie das seichte Meer an einem Sonnentag, umrangt vom dunklen Grün eines Kiefernwaldes. Seit Jahren liebe ich diese Augen, habe mich danach gesehnt, von ihnen angeschaut zu werden und ihre Lieder zu küssen. In ihrer Mitte liegt das Versprechen eines langen, tiefen Schlafs. Dunkle Wolken ziehen auf, sie vertreiben die Sonne. Dein Stirnrunzeln hat sie herbeigerufen. Wenn mich das nicht weiterbringt, und zwar schleunigst, dann werde ich akzeptieren, dass mir das Universum diesen besonderen Wunsch verwehrt und meine Aufmerksamkeit einer anderen sinnlosen Übung zuwenden. 16. April Das Gedicht und die Blumen sind gut angekommen. Ein Geniestreich der Romantik. Die einzige bittere Pille an diesem Abend war, dass Stuart Green mir in die Quere kam, bevor ich Gelegenheit hatte, ihr zu gestehen. Ich bin mir sicher, Casey wäre in meinen Armen dahingeschmolzen, wenn sie nicht so sehr damit beschäftigt gewesen wäre, es mit Stuart Green zu treiben, der die Lorbeeren für die Blumen und mein Gedicht eingeheimst hat und dann mit Casey verschwunden ist. Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Und wie zum Hohn auf diese narzisstische Verletzung hat Emilia auch noch mit diesem halbstarken Vollpfosten Jeremy Horan rumgeknutscht. Dabei hatte ich sie für den ultimativen Triumph des Guten über das Böse gehalten. Nach all ihrem Gemecker und ihren wohl überlegten Meinungsäußerungen hatte sie mir echt den Eindruck vermittelt, dass sie etwas darstellt. Ich weiß nicht genau was, aber eines weiß ich mit Sicherheit. Sie ist clever. Trotzdem brauchte er ihr nur ein paar Gläser Wein einzuschenken und eine Stunde Unterhaltung zu investieren. Ich muss heute Abend arbeiten. Sie wird wahrscheinlich auch da sein. Ich halte es für meine Pflicht, ihr bessere Manieren beizubringen. Soweit kommt's noch, dass Typen wie Stuart und Jeremy auch noch für ihr dummes Flachwichsergetue belohnt werden. Wenn sich jemand wie Amelia ernsthaft etwas aus jemandem wie Jeremy macht, können wir alle einpacken. Verdammte Scheiße. Das Land der geplatzten Träume. Amelia wird noch den Tag bereuen, an dem sie seine Zunge auch nur in ihre Nähe gelassen hat. Ich werde es ihr schon ordentlich zeigen. 19. April, Mitternacht. Ich komme gerade von einem durch und durch schönen Abend mit Amelia zurück. Meine Mitgliedschaft in ihrem Fanclub ist auf unbestimmte Zeit verlängert. Wenn ich nicht so ein Scheißkerl wäre, würde ich mich bestimmt ein bisschen dafür schämen, wie ich sie gequält habe diese Woche. Ich habe sie nach der Arbeit auf eine Pizza eingeladen und ihr große Mädchendrink spendiert. Ich weiß, ich weiß aber, Irgendwie habe ich dann angefangen, Amelia von Michaela zu erzählen. Ich muss völlig vergessen haben, wie jung sie ist und dass ich sie entsprechend behandeln sollte. Ganz der Gentleman habe ich sie dann nach Hause begleitet. Ich unterhalte mich wirklich gern mit ihr. Ich mag es, wie sie gedanklich alles nochmal und nochmal durchkaut und dabei ihre Gedanken nicht zensiert. So wie es aussieht, bin im Titel Was ich hasse. Ich habe den letzten Bus nach Hause gekriegt und mir einen Schlummertrunk gegönnt. Den Brief schreibe ich morgen. 1 Uhr Wenn sie nur zwei Jahre älter wäre, würde sie das Feld anführen. 26. April Heute Morgen habe ich mich gefragt, was ich wohl ohne mein ständiges Getorkel, meine Kopfschmerzen und das ständige Gejammer über Michaela tun würde. Würde ich mich total langweilen? Scheiße, vielleicht sollte ich heute Abend mal so richtig die Sau rauslassen. Morgen ist Samstag. Ich werde den ganzen Tag arbeiten, wie fast alle anderen auch. Danach gehen wir in den Pub, ich werde Bier trinken und irgendwann vier Stunden älter sein. Immer das Gleiche. Rowan hatte schon richtig gemacht. Wie lange kann man es denn an ein und demselben Ort aushalten? Mein Leben hier erinnert mich sowieso nur an Michaela. Ich brauche mal einen Tapeten Wechsel, brauche eine eigene Wohnung und muss einen Weg einschlagen, der allein mir gehört. Meine Eltern kann ich momentan nur schwer ertragen. Ich will nicht mehr der Sohn unter ihrem Dach sein. Ich will nicht dazu aufgefordert werden, mich mit Wenn ich eine eigene Wohnung hätte, würde ich Mom und Dad bestimmt oft besuchen. Ich liebe sie ja, aber der nächste Lebensabschnitt kann gar nicht früh genug kommen. Ich bin mal wieder auf Rowan eifersüchtig. Er hat einen Kurs angesteuert, der ganz eindeutig auf einen Job nach der Uni abzielte und schon hat er einen und seine eigene Wohnung noch dazu. Und was fange ich mit einem Abschluss in Soziologie an? Ich brauche erstmal eine Pause vom Studieren. Was soll bloß aus mir werden? 28. April Ich schreibe jetzt den Brief an Amelia. Hier ist er. Hallo Kleiner. Was ich hasse, könnte ein ganzes Buch füllen. Hier eine kurze Zusammenfassung. Erstens Oh Brad Ich habe keine Ahnung wie er aussieht, aber in meiner Vorstellung ist er groß, breitschulterig, durchtrainiert und gut aussehend. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einen Uniabschluss macht, der eine besonders gut bezahlte Stelle bringt. Er hat täglich uneingeschränkten Zugang zu der Frau, die ich liebe. Aber das Schlimmste daran ist, dass ich Michaela gut genug kenne, um zu wissen, dass sie mich nicht immer wieder angelogen abserviert, denn wenn sie nie wirklich mit ihm Schluss gemacht hatte, waren wir auch nie wirklich zusammen. Zweitens Stuart Green. Er steht für alle Ungerechtigkeiten dieser Welt. Wenn es nach ihm ginge, würde er die Welt einfach komplett ausplündern. Er will nur absahen. Früher dachte ich, aus seinem Blick spreche ein Meer von seelenlosem Nichts. Aber im letzten Jahr habe ich meine Meinung geändert. Sein Blick verrät gut getarnte Bösartigkeit. Mit der Casey-Nummer hat er bei mir einen neuen persönlichen Tiefstand erreicht. Drittens Ich befinde mich momentan in einem merkwürdigen Lebensabschnitts Fegefeuer. Ich bin weit über 21, aber ich wohne noch bei Mami und Daddy in meinem Kinderzimmer. Es ist ein besonders demütigendes Dasein und es macht die Beziehung zu meinen Eltern beschissener als sie sein sollte, was mich zu meinem nächsten Punkt führt. Viertens Sobald ich in der Uni fertig bin, ziehe ich aus. Wenn es sein muss, werde ich noch mehr Stunden im Land der zerplatzten Träume abreißen, um die Miete zahlen zu können. Ich will irgendwo hin, wo es erschwinglich ist, aber nicht ans Ende der Welt. Eines jedenfalls ist jetzt schon absehbar. Irgendwann werden mir mein Vater und mein Onkel damit in den Ohren liegen, ich müsse mir ein Haus kaufen. Ich habe dieses Haus gekauft, als ich so alt war, wie du jetzt. Mieten ist rausgeschmissenes Geld, und so weiter, und so weiter. Weißt du, Kleine, ich betrachte Mietzahlungen als den Preis für die Freiheit und nicht als totes Kapital. Wie kann man nur Dads in den 70ern getätigten Kauf unseres Vier-Zimmer-Hauses für 24.000 Dollar mit dem Kauf eines Vier-Zimmer-Hauses in irgendeinem halbwegs netten Vorort für heutzutage mindestens 600.000 Dollar vergleichen? Halten Sie das wirklich für fair? Und dazu kommen noch die Rückzahlung für den Studienkredit? Ich kriege schon Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke. Fünftens Ich glaube, die Kirschen der Nachbarn schmecken viel süßer als meine eigenen. Ich bin nicht gerade glücklich darüber, dass andere ihr Leben im Griff haben und es genießen, dass sie Geld, Unabhängigkeit, Intelligenz, Einfluss und verdammt heiße Freunde in ihr eigenen. Mein Kumpel Rowan hat vor ein paar Tagen angerufen und mir mitgeteilt, dass er gerade die Anzahlung für ein Haus in Newcastle gemacht hat. Er arbeitet gerade mal seit zwei Monaten. Woher hast du denn die Anzahlung, konnte ich nicht umhin ihn zu fragen, obwohl ich die Antwort schon kannte. Von meinem Dad. Na klar, woher auch sonst. Schön für dich, Rowan. Bin ich nicht widerwärtig. Ich kann einfach nie zufrieden sein mit dem, was ich habe. Ich vergleiche mich ständig mit den anderen. Sechstens. Ich bin jung, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch, es ist warm, ich habe Freunde und mir geht's die meiste Zeit miserabel. Ein Großteil meiner Zeit verbringe ich damit, mir die Schläfen zu massieren und mich über die verschiedensten Missstände aufzuregen. Wenn du mich jetzt entschuldigen damit ich beobachten kann, wie der letzte Widerschein des rosa-orangen Sonnenlichts an der Wand erlöscht. Chris Luke und Trug Der Beethoven-Tanz Als Lissi und ich noch klein waren, hat Dad nach dem Abendessen eine Ruhezeit eingeführt. Wenn wir mit dem Essen fertig waren und Mom den Tisch abgeräumt hatte, sollten ich und Lissi drüben bei der Couch in Stille lesen, spielen und verdauen. Fernsehen war streng verboten. Wir konnten tun und lassen, was wir wollten, solange wir dabei still waren. Mom und Dad blieben am Tisch sitzen und Dad schenkte Wein nach, zündete für Mom und sich selbst zwei Zigaretten an und legte klassische Musik auf. Er und Mom saßen schweigend da und lasen, während Lissi und ich die Uhrzeiger beobachteten. Die Musik, die Dad aussuchte, war laut und aufbrausend, durchdringend und düster. Er legte immer wieder eine bestimmte Auswahl von Beethoven, Liszt und Chopin auf. Lissi war die frechere von uns beiden. Sie hatte eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne und war eine wilde Tänzerin. Ich war leicht beeinflussbar. Diese beiden Umstände zusammen führten zu einem unserer Lieblingsspiele in der Ruhezeit, dem Beethoven-Tanz. Der Beethoven-Tanz entstand in der Zeit, als gerade Beethovens Neunte angesagt war, auch wenn sich das Spiel nicht nur auf Beethoven beschränkte. Das wilde Tempo, die Ernsthaftigkeit und die Intensität des zweiten Satzes und Dads innige Freude daran forderten einen gewissen Spott geradezu heraus. Lissi war die Choreografin des Beethoven-Tanzes und beschränkte sich dabei ausschließlich auf Bewegung und Mimik, da jegliches Geräusch untersagt war. Wir marschierten mit konzentriertem Gesichtsausdruck im Takt der Musik durchs Zimmer, änderten bei jedem Paukenschlag die Richtung. Wenn die Musik an Tempo und Intensität zulegte, durchbrachen wir den Marschkreis und galoppierten auf unseren Fantasiepferden umher. Jedes Mal, wenn der Schlussakkord erklang, ließen wir uns auf den Boden fallen und lachten uns kringelig, aber strikt nach Vorgaben der Ruhezeit, ohne einen Ton von uns zu geben. Zumindest 80 Prozent hatte der Beethoven-Tanz das Ziel, bei Dad eine Reaktion hervorzurufen. Er tat, als ob er nichts bemerkte. Aber wenn das finale nahte, umspielte manchmal das leiseste Lächeln seinem Mundwinkel und hin und wieder konnte er sich ein leichtes Kopfschütteln nicht verkneifen. Mädchen, ermahnte uns Mom dann und verbarg ihr Lächeln, indem sie einen Schluck Wein trank. Heute ist Donnerstag. Einer der beiden Abende in der Woche, an denen ich nicht arbeite. Dad ist mindestens noch den ganzen nächsten Monat zu Hause. Jess liegt seit sieben im Bett und Mom und Dad und ich haben geradezu Abend gegessen. Es ist gleich halb neun und ich begebe mich auf die Couch. In unserem kleinen Haus ist das Esszimmer zugleich das Wohnzimmer, das Fernsehzimmer und natürlich auch der Rauchsalon. Die Ruhezeit gibt es schon lange nicht mehr und ich mache es mir vor Grey's Anatomy gemütlich. In der ersten Werbepause drehe ich mich um und werfe Dad einen meiner bösen Blicke zu. Starren ist das Einzige, was ich mich als Protest gegen das Rauchen noch traue. Es war vor sieben Jahren, ich war acht, als sein unbändiger Zorn das erste Mal über mich hereinbrach. Ich hatte überall im Haus Rauchverbotsschilder aufgehängt. Dann stibitzte ich alle Zigaretten im Haus und entsorgte sie in einem Container hinterm Haus. Dad war außer sich vor Wut. Er tobte wegen des Nikotinentzugs und war absolut nicht in der Stimmung, seine protestierende achtjährige Tochter irgendwie niedlich zu finden. Wenn er schreit, ist es nicht die Lautstärke, die mich in Angst und Schrecken versetzt. Er schafft es irgendwie, einen Ton zu treffen, der jeden Widerstand im Keimer stickt. Meinen finsteren Blick während der Werbepause erwidern weder Mom noch Dad. Mein Vater pustet den Rauch aus, während er von dem Bühnenautor berichtet, der das Stück, das er gerade am Brook Street Theater inszeniert, geschrieben hat. Er kommt zu fast allen Proben und beobachtet mich mit Argus-Augen. Er unterbricht die Schauspieler, wenn sie das falsche Wort betonen und es nicht so betonen, wie er sich das vorstellt. Er scheint nicht zu kapieren, dass nachdem er das Stück geschrieben hat, seine Arbeit beendet ist und meine beginnt. Oh je, Miné, murmelt Mom und nickt verständnisvoll. Im dritten Akt versuche ich, das Tempo rasant zu steigern, was zum größten Teil durch den Dialog passiert. Wenn ich mich an jedes Komma halten würde, das er eingefügt hat, beeinträchtigt es das Tempo. Also sage ich den Schauspielern, dass die Energie untereinander und die Dynamik wichtiger sind, als sich exakt an Satzzeichen und Klammern zu halten, die dieser Mann wie besessen eingestreut hat. Teile seines Skripts widersprechen dem, was er eigentlich erreichen will. Wie dem auch sei, er dreht vollkommen durch, weil er Angst hat, sein Dialog könnte untergehen. Der Dialog bedeutet alles. Für ihn vielleicht, aber ich muss zusehen, dass das Ganze auf der Bühne funktioniert. Möchtest du eine Zigarette, Liebling? fragt Mom. Boah, jetzt reicht's. Ich erhebe mich, schalte den Fernseher aus und marschiere demonstrativ hinaus. Das war sowieso eine blöde Folge. Ich sitze oben in meinem kleinen Zimmer auf dem Bett. Meine Kleidung und meine Haare riechen nach Rauch. Auch meine Wut ist noch nicht verraucht. Doppelstunde Geschichte, Doppelstunde Mathe. Nach der Schule muss ich von 16 bis 21 Uhr arbeiten. Ich ziehe den Schlafanzug an und putze mir die Zähne. Im Bett ziehe ich die Nachttischschublade auf und hole Chris Brief heraus. Mein Blick huscht über seine Schrift. Ich rolle mich zusammen und denke, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und immer noch kein Chris. Schwesternschaft Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber irgendwann sind dort, wo ich mit Penny und den anderen immer mittags esse, ein paar Jungs aufgekreuzt. Sie unterhalten sich mit uns. Naja, mit mir nicht, aber mit den meisten anderen und am meisten mit Penny. Die Jungs sind alle im selben Jahrgang wie wir. Ich schnappe ein paar ihrer Namen auf. Daniel, Leonard, Sam, James. Sie werden von einem Scott angeführt, den ich nicht abkann. Ich habe ihn dabei beobachtet, wie er dieses Jahr schon andere Mädchengruppen abgegrast hat. Er hält sich anscheinend für ganz besonders toll. Einige der Jungs könnten ein Deo vertragen, andere Claire Rasiel. Sie sind sehr darum bemüht, cool rüber zu kommen. Woher kennst du die denn? raune ich Penny zu. Sie fahren in dem gleichen Bus wie ich, entgegnet sie. Scott setzt sich neben sie auf die andere Seite und sie unterhalten sich, fast die gesamte Mittagspause hindurch. Ich weiß meist nicht so genau, was ich machen soll, wenn Penny mit jemand anderem beschäftigt ist. Ich bin auch mit anderen in unserer Clique befreundet, aber ich fühle mich unsicher ohne unseren gewohnten Doppelakt. Als ich an diesem Nachmittag zur Arbeit komme, sitzt Chris bereits an einer Kasse. Casey treibt sich in seiner Nähe rum, aber ich kann sehen, dass der Casey Virus heute auf dem Rückzug ist. Ich schließe meinen Schrank im Belegschaftsraum auf, um meinen Rucksack hineinzustellen. Im Spind liegt ein zusammengefaltetes gelbes Papier. Es sind mehrere mit blauem Kugelschreiber beschriebene Seiten in Chris' Handschrift. Ich stehe reglos da, meine Daumen streichen zärtlich über das Papier. Dann gehe ich an meine Kasse. Wie zum Teufel geht's dir Kleiner? Begrüßt mich Chris freudig, während ich das Geschlossen Schild vom Warenband nehme. Hast du's gefunden? Na klar, und ich freue mich schon, es zu lesen. Wie war's heute in der Schule? Naja, entgegne ich. Neuerdings kriegen wir Jungsbesuche in der Mittagspause. Wie aufregend! Sie sind nicht so besonders aufregend. Hey, sei nicht so streng mit 15-jährigen Jungs. Sie geben ihr Wie kommst du mit deiner Abschlussarbeit voran? Wechsle ich das Thema. Ich habe sie noch nicht im Griff. Aber ich habe diese Woche mit einem sehr interessanten Experiment angefangen. Ich versuche herauszufinden, ob ein 20-Jähriger dauerhaft von schwarzem Kaffee, Rotwein und Paracetamol leben kann. Ich sehe ihn mir genauer an. Die dunklen Ringe um die Augen sind noch dunkler als sonst. seine Lippen sind spröde und aschfahl. Genau wie sein Gesicht. Der letzte Haarschnitt liegt auch schon etwas länger zurück. Zwei Tage Bart. Er ist wunderschön. Um neun eile nach der Arbeit nach Hause und taste immer wieder nach dem Brief in meiner Tasche. Zu Hause ist es still. Der ist bei der Probe und Mom und Jessie schlafen schon. Mom hat mir einen Zettel geschrieben, dass mein Abendessen im Backofen steht. Gebratene Nudeln mit Schweinefleisch und Gemüse. Es duftet köstlich. Danke, Mom. Ich setze mich an den Esstisch, die Gabe in der einen Hand, den Brief in der anderen. Sei gegrüßt, Kleine. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast, als wir Pizza essen waren, darüber, wie deine Mom von unseren modernen Zeiten reingelegt wurde. Von deinem Standpunkt aus betrachtet, hat der Feminismus dazu beigetragen, dass sie Vollzeit berufstätig sein kann, dazu noch den gesamten Haushalt schmeißen und die Kinder versorgen darf. Ich bin mir immer was mit Feminismus zu tun hat, aber deine Mutter wird übers Ohr gehauen. Da hast du sicher recht. Ich habe eine Menge Artikel gelesen, die alle besagen, dass der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer über die letzten 30 Jahre hinweg stetig angestiegen ist, aber die Übernahme der häuslichen Tätigkeiten durch die Männer hat im Vergleich dazu nicht zugenommen. Das kann ich unterschreiben. Auch bei uns zuhause trägt meine Mom den Löwen Anteil am Kochen und Putzen. Das war schon immer so. Mein Dad täuscht Unfähigkeit vor. Vielleicht hat das was mit ihrer Generation zu tun. Unsere Mütter wurden beschissen, weil sie die Generation waren, denen es offen stand, arbeiten zu gehen, ihr eigenes Einkommen zu verdienen und sich mit was anderem als dem Haushalt zu beschäftigen. Erst als sie das erreicht hatten, wurde ihnen bewusst, dass Vollzeitbeschäftigte eine Ehefrau brauchen, die sich um Haushalt und Kinder kümmert. Aber Frauen haben keine Ehefrauen. Hey, Moment mal, heißt das, ich soll das alles alleine machen? Ja, das heißt es. Man erwartet sogar von ihnen, dass sie arbeiten gehen und Geld verdienen, weil die Zeiten, in denen die Hypothek und der Haushalt von einem einzigen Einkommen bestritten werden konnten, endgültig vorbei sind. Vielleicht werden die nachfolgenden Generationen dieses Muster wieder durchbrechen. Aber eigentlich glaube ich nicht daran, weil wir alle miterlebt haben, wie unsere Mütter alles bekommen haben und deshalb auch alles tun mussten, während unsere Väter vorm Fernseher saßen und darauf warteten, zum Essen gerufen zu werden. Wenn du erwachsen bist, Kleine, und einen Typen kennenlernst, wird im Haushalt keinen Finger krumm zu machen, und du wirst daran gewöhnt sein, dass die Frau alles macht. Hin und wieder werdet ihr euch deswegen streiten. Du wirst sagen, so geht es nicht weiter und er wird dir versprechen, darüber nachzudenken. Nach dem Streit wirst du ein paar Wochen lang nach Hause kommen und das Bett ist gemacht, das Geschirr gespült und deine besten Klamotten wurden in einer wild zusammengewürfelten, gut gemeinten Waschladung ruiniert. Aber irgendwann in deinen Mit- oder Endzwanzigern wird dir allmählich bewusst, dass es in seinem System kein Programm dafür gibt, dauerhaft die gleichen Hausarbeiten auszuführen und dann bleibt dir nur die Wahl, dich von ihm zu trennen oder dich damit abzufinden. Du hast wahrscheinlich auch als kleines Mädchen Mary Poppins gesehen. Aus dem ersten Lied des Vaters der Kinder lässt sich schließen, dass es um 1910 gewesen sein muss. Die Mutter singt die Overtüre, als sie von den Protesten gegen die Ausbeutung der Frau nach Hause kommt. Sie trägt die Scharpe von ihren Fesseln befreien und mit ihren Schwestern ins Gefecht ziehen. Im Allgemein wird dieser ursprüngliche Aufstand als die erste Welle der Frauenbewegung bezeichnet. Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Frauen, die sich darüber beschwerten, dass man sie als Menschen zweiter Klasse behandelte. Sie hatten kein Stimmrecht, sie wurden weithin benachteiligt und sie waren In den 60ern kam es dann erneut zu einem Aufstand, zur zweiten Welle der feministischen Revolte. Es folgten zahlreiche Schriften und Abhandlungen über das Recht der Frauen in Erziehung und Bildung, am Arbeitsplatz, in der Rechtsordnung, in der Gesundheitsvorsorge und so weiter. Selbst unter den gemäßigten Frauenrechtlerinnen herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass die Ehe dazu dient, das Patriarchat aufrecht zu erhalten. Wie dem auch sei, Anfang der 80er kam es zur dritten Welle in der Frauenbewegung, die folgerichtig darauf verwies, dass die Unterdrückung der Frau, wie sie von der ersten und zweiten Welle beschrieben worden war, sich fast ausschließlich an Frauen der weißen Mittelschicht mit einem gewissen Bildungsgrad festmachte. Zuletzt noch ein paar abschließende Bemerkungen zu den Unterschieden und den Pfeilern der Unterdrückung. der Unterschied anhand des Vergleichs von uns erfolgreichen, wohlhabenden Australiern mit Menschen in Entwicklungsländern oder Kriegsgebieten deutlich gemacht. Selbst ein Blinder kann erkennen, dass es enorme Unterschiede gibt zwischen den Möglichkeiten und Erfahrungen von uns Australiern und Menschen, die in permanenter Angst davor leben, dass die Miliz ihre Häuser platt macht, Frauen und Kinder vergewaltigt und anschließend alle abknallt. Der Vergleich ist banal. Weißt du was, Kleiner? Wir müssen gar nicht so weit weg gehen. Wenn du dir Sydney und dein Leben hier vorstellst, die Gegend, in der du und deine Freunde leben, der Weg zur Schule und zur Arbeit, die Innenstadt, wo du einkaufst und ins Kino gehst, ich wette, dass du dabei nicht an die Sozialghettos beispielsweise in Morton denkst, wo sich die 20-jährigen Mütter mit drei Kindern ein Dasein ohne Gewalt und Armut gar nicht vorstellen können. Ich wette, du fragst dich sogar, wo verdammt noch mal liegt denn Morton? Es ist ein Vorort im Westen. Sie haben dort keine Zuganbindung, keine überregionalen Buslinien und viele der privaten Busunternehmen weigern sich sogar, dieses Gebiet zu befahren. Man muss gar nicht so weit gehen, um den Unterschied zu erkennen. Denk bloß nicht, er befände sich in sicherer Entfernung. Abgang HW Ich bin total überwältigt und lehne mich für einen Moment zurück. Es ist fast zehn. Zeit für die Hausaufgaben, obwohl ich am liebsten den Brief noch einmal lesen würde. Ich nehme meinen Rucksack mit nach oben. In meinem Zimmer knipse ich die Schreibtischlampe an und hole meine Bücher raus. Den Brief lege ich in die obere Schublade zu dem anderen. Reife Es ist sieben Uhr. Ich habe bereits geduscht und die Schuluniform angezogen. Mom fühlt sich im Bad die Haare, als ich hinunter gehe. Ich bin die Erste in der Küche. Ich stelle den Wasserkocher an und stecke zwei Scheiben Soja Leinsamenbrot in den Toaster. Ich hole eine Tasse, einen Teebeutel, Teller, Messer, Margarine, Marmelade und Milch heraus. Mom mag ihren Tee stark mit einem Schuss Milch und einem halben Löffel Zucker. Das kriegt nicht jeder hin. Ich höre, wie Mom und Jessie sich auf dem Weg nach unten streiten. Mom taucht in der Küche auf. Ich komme heute etwas später von der Schule nach Hause, sagt sie. Wir haben hinterher noch Personalversammlung. Eine von Moms Kolleginnen war Anfang der Woche von einem Schüler mit einem Messer bedroht worden. Ich war nach Hause gekommen und hatte Mom rauchend im Garten vorgefunden, um vier Uhr nachmittags. Das kommt nur vor, wenn etwas Schlimmes in der Schule vorgefallen ist. Seit Jahren ist immer wieder im Gespräch, die Riley Street High School zu schließen, weil es dort so viele Probleme gibt. Wenn wieder etwas passiert, wie die Massenschlägerei mit der Enmore High School bei einem Basketballturnier, stellt sich der Sprecher der Oppositionspartei vor die Kamera und sagt, die Riley Street High School ist eine Schande für Sydney und sollte plattgewalzt werden. Seiner Meinung nach sollte vieles plattgewalzt werden. Die Wohnanlagen der Aborigines, die Jugendzentren, die Drogenkonsumräume, die meisten der öffentlichen Highschools. Ein weiterer Morgen, an dem meine mit viel Bedacht ausgewählte herzhaft süße Toastkombination und mein nicht den erhofften Erfolg gebracht haben. Sie haben in keiner Weise auch nur irgendwas an der Verzweiflung meiner Mutter geändert. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zur Schule aufzumachen. Nach dem Abendessen nehme ich das Telefon mit ins Zimmer. Ich habe noch nie bei Chris angerufen. Bisher fehlte mir immer der Mut. Aber heute Abend muss ich ihn sprechen. Ich zähle bis drei. Dann wähle ich seine Nummer. Ich spüre, wie meine Hallo? Die Stimme einer jungen Frau. Hi, ähm, könnte ich bitte Chris sprechen? Aber sicher. Wer ist denn dran? Amelia Hayes. Einen Moment. Nach etlichem Knistern hört man Chris, für dich eine Amelia Hayes. Es klingt, als wäre sie belustigt, so wie sie meinen Namen betont hat. Warum habe ich nicht einfach Amelia gesagt? Versuch's mit der Streetcred Donnermasche. Stell dir vor, du hast ein Piercing in der Unterlippe und ein Tattoo auf dem Oberarm. Guten Abend, Kleine, vernehme ich Chris' Stimme. Hi Chris, was machst du gerade? Ich gucke mit meiner Schwester Media Watch. Ist aber gleich zu Ende. Was gibt's? Also, ich hab mich gefragt, ähm, ich wollte mit dir über was reden. Was ist los, Kleiner? fragte er in seinem typisch geduldigen Tonfall. Wenn er mit mir spricht, verfällt er öfter in seinen geduldigen Tonfall. Was zum Teufel ist das denn für ein Ende bei großen Erwartungen? frage ich. Was für ein bescheuertes Ende! Sah ich keinen Schatten einer Trennung von ihr. Was soll das denn heißen? Das bedeutet doch hoffentlich nicht, dass sie wieder zusammenkommen. Genau das bedeutet es. Was hat denn das Ganze für einen Sinn? Was soll denn die Lektion sein, die Pip gelernt hat und die wir von ihm lernen? Naja. 493 Seiten lang habe ich Pip und seinen Blödsinn ertragen, habe mit angesehen, dass er den Leuten, die ihn lieben, gegenüber grausam ist und er stattdessen weiter denen nachrennt, die es nicht tun. Ich habe das alles bis zum Ende ertragen, in der Hoffnung, dass dann der ganze Schwindel aufliegen würde und die Figuren die Dinge sehen, wie sie sind. Pip würde dann endlich in Estella und Miss Havisham die wahren grausamen Schlampen erkennen, die sie sind. Er würde lernen, seinen Niedergang mit Würde zu ertragen und beschließen, sein Leben weiterzuleben. Wir kriegen nicht immer, was wir wollen, ganz besonders da nicht, wenn wir, du weißt schon, jemand anderem begehren. Aber es ist doch schon mal viel wert, wenn wir am Ende etwas klarer sehen, oder? Also, ich finde schon, sagt Chris. Was hat sich Dickens nur dabei gedacht? Was wollte er bezwecken, wenn der Held nicht gereift daraus hervorgeht? Na ja, macht Chris, sah ich keinen Schatten einer Trennung von ihr. Was er eigentlich hätte sagen sollen, ist, ich sehe eine ganze Menge Schatten einer weiteren Trennung von ihr, weil ich es so will. Ich bin lange genug an diesem kaputten Ort herumgeirrt und jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Vielleicht hätte Dickens Bedenken, dass die Leser empört wären, und wenn es kein Happy End für Pip und Estella gäbe, wirft Chris ein. Dann hätte er seinen Lesern mehr Respekt zollen sollen, bricht es aus mir heraus. Wenn ich ein Happy End will, dann sehe ich mir Pretty Woman an, blöder Pip, ey. Er hätte Bidi heiraten sollen, solange er noch Gelegenheit dazu hatte. Klar, wollen wir alle eine Estella, aber wir kriegen nicht immer, was wir wollen, stimmt doch. Ja, stimmt mir Chris zu. Weißt du eigentlich, dass Dickens zuerst ein anderes Ende für das Buch vorgesehen hatte? Eins, bei dem sie nicht zusammenfinden? Echt? Ja. Pip und Estellas Wege trennen sich. Pip arbeitet hier und da. Estella wird von ihrem brutalen Gatten zu Brei geschlagen. Er wird schließlich von einem Pferd, das er misshandelt, niedergetrampelt. Sie heiratet dann den Arzt, der sie nach einer dieser Handgreiflichkeiten versorgt hat. Ein paar Jahre später treffen sich Pip und Estella und tauschen Förmlichkeiten aus. Pip ist zufrieden, dass sie so viel einstecken musste, um zu verstehen, was er all die Jahre durchgemacht hat. Was er aber wirklich sagen will, ist, dass er froh ist, dass sie die wohlverdiente Strafe zuteil geworden ist. Das ist ein viel besserer Schluss. Was ist daraus geworden? Edward Buller-Lytton hat ihn Dickens ausgeredet. Wer ist Edward Buller-Lytton? Ein anderer berühmter Schriftsteller. Der Urheber von Es war eine finstere und stürmische Nacht. Dem wohl miesesten Romananfang aller Zeiten. Ich höre, wie Chris gehnt und sich regelt. Du wolltest also unbedingt, dass Pip erwachsen wird, was? Ich wollte, dass er seine wohlverdiente Strafe kriegt. Dass ihm bewusst wird, dass er sich all die Jahre hat an der Nase herumführen lassen. Kurze Stille. Also Kleiner, ich muss Schluss machen. Versuch dich mal an das 20. Jahrhundert zu halten. Da gibt es jede Menge konfrontierenden Realismus. Wir sehen uns bei Woolies, sage ich und lege auf. Bathurst. Dieses Wochenende fahre ich mit dem Zug nach Bathurst, um Lissy zu besuchen. Das wollte ich schon seit einem Jahr machen, aber ich habe mich bislang nicht getraut, Bianca, die die Dienstpläne macht, um ein freies Wochenende zu bitten. Als ich Chris davon erzähle, schleppt er mich schnurstracks zum Service-Schalter und bleibt neben mir stehen, bis ich Bianca gefragt habe. Sie hat Ja gesagt. Wann geht's denn los, Kleine? fragt mich Chris, als wir am Ende unserer Schicht gemeinsam zum Mitarbeiterausgang gehen. Morgen früh. Ich fahre mit dem ersten Zug. Wir gehen raus in Richtung Chris' Bushaltestelle. Ab da trennen sich unsere Wege. Gute Fahrt, sagt Chris. Und lass die Finger vom Weißwein. Geht klar. Ich bin schon halb über die Straße, als ich mich noch einmal umdrehe. Hey Chris, was ist? Es gibt Mädchen, die richtig nett zu dir wären, wenn du dich für sie interessieren würdest. Gibt es die? Tatsächlich? Wo denn? Er sieht die Straße auf und ab und schaut unter der Bank an der Bushaltestelle nach. Na mach schon, brüllt die innere Emilia. Sag's ihm. Eine davon steht gerade vor dir. Ich zucke die Schultern. Nicht gerade bravourös. Dann drehe ich mich um und gehe nach Hause. Am Samstag stehe ich um 5 Uhr auf, um mit dem Bus zum Hauptbahnhof zu fahren. Alles schläft noch, als ich aus dem Haus schleiche. Es ist ein eiskalter Augustmorgen. Die erste Stunde der Zugfahrt verbringe ich damit, aus dem Fenster zu sehen. Der Zug schlängelt sich durch Sydney nach Westen Richtung Blue Mountains im Blacktown, steigt ein junges Mädchen mit einem Kleinkind ein. Ihr Haar ist fettig und ihr Gesicht mit Akne überseht. Sie trägt eine schmutzige Trainingshose aus Polyester. Auf dem linken Wangenknochen hat sie einen Bluterguss. Sie starrt vor sich hin. Später verlaufen die Gleise ein paar hundert Meter parallel zur Fernstraße. Ich sehe ein großes Schild, das auf die nächste Abfahrt hinweist. Morton. Morton, höre ich Chris sagen. Man muss gar nicht so weit gehen, um den Unterschied zu erkennen. Der Kleine schreit. Seine Mom packt eine Cola-Dose aus und lässt ihn davon trinken. Sie steigen an einer Station namens Emu Plains aus. Die restliche Fahrt verbringe ich damit zu lesen und mich mit Chris zu unterhalten. In Gedanken. In diesen Gesprächen bin ich immer geistreich. Manchmal richtig cool. Und ich habe die absolute Kontrolle. Der Zug trifft gegen 11 Uhr in Berthurst ein. Der Himmel ist von tief hängenden Wolken überzogen. Selbst durch die Scheiben spüre ich, dass es hier viel kälter ist als in Sydney. Ich springe aus dem Zug und entdecke Lissi am anderen Ende des Bahnsteigs. Sie hat einen Typen dabei. Wir rennen aufeinander zu, umarmen uns ganz fest und begrüßen uns mit einem leisen Hey. Es tut so gut, sie zu sehen und sie in den Armen zu halten. Im Prinzip sieht sie aus wie immer, aber ich achte auf die unauffälligeren Veränderungen an ihr. Seit sie weg ist, hat sie zu Hause einen fast mythenhaften Status erreicht. Ganz besonders bei Jessie. Die flippt total aus vor Freude, wenn Lissi mal vorbeikommt. Sie lädt alle ihre Freunde aus der Nachbarschaft ein, damit sie auch Zeugen der glorreichen Rückkehr der großen Schwester werden. Nur Lissi darf sie auf der Schaukel anschubsen und ihr beim Rutschen zusehen. Das ist Jono, mein Mitbewohner, sagt Lissi und dreht sich zu dem Typen um, der sie von hinten umfasst hat. Er hat ein Auto und wir müssen nicht laufen. Wieso habt ihr die gleichen Klamotten an? Frage ich, als wir zum Parkplatz hinübergehen. Sie tragen beide Jeans, Chucks und Holzfällerhemden. Oh, sagt Lissi, bei Big W gibt's gerade Holzfällerhemden im Angebot. Es geht nichts über ein Flanellhemd gegen die Kälte in Bathurst. So ist es, Ma'am, steuert Jono bei. Wir quetschen uns in Jonos zweitürige Subaru-Kiste aus den 80ern. Unterwegs erzählt mir Lissi, dass sie heute Abend eine Party geben. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, sie für mich zu haben, um mit ihr ausführlich über Mom und Dad zu sprechen und ihr von Chris zu erzählen. Lissi kann gut mit Jungs. Sie ist selten ohne. Aber eine Party ist vielleicht gar nicht so schlecht. Eine gute Vorbereitung auf Chris' Welt. Jono parkt den klapprigen Subaru vor ein paar maroden Reihenhäusern. Wir sind da. Lissi springt heraus. Ich kämpfe mich mit meinem Rucksack ins Freie. In der gesamten Häuserzeile befinden sich Studentenquartiere. Lissi führt mich zuerst nach hinten, wo es keine Zäune zwischen den Grundstücken gibt. Es ist eine einzige mit Gras überwucherte Fläche mit Inseln aus umgedrehten Milchkisten, Wäschespinnen und ein paar vergammelten Grills. Wir sind alle eine große Familie. Sie grinst ein paar Leuten zu, die mit Kaffeetassen und Zigaretten auf dem Stufen zum benachbarten Hintereingang sitzen. Wir gehen rein. Sie stellt mich ihren Mitbewohnern Guy und Lissi vor, die am Küchentisch sitzen. Sie sind beide im Schlafanzug und Morgenmantel. Vor ihnen stehen leere Frühstücksteller und Kaffeetassen. Sie rauchen genussvoll und aschen in eine leere Keksdose. Dann gehen wir hinauf in Lissis Zimmer. Sie war noch nie ordentlich. Nicht so wie ich. Das Bett ist nicht gemacht, überall liegen Klamotten rum, einer ihrer alten Sarongs dient als Vorhang. Ich stelle meinen Rucksack ab und beginne zu zittern. Es ist eisig hier drin. Da hast du recht, stimmt mir Lissi zu. Oh, du kannst ja Flanellhemd und eine Jacke von mir haben. Hey, ist dieser Jono dein Freund? Jono? Nee, er war es mal, eine Zeit lang. Ich habe ein Auge auf diesen Typen geworfen, der zwei Häuser weiter wohnt. Hoffe, dass ich heute Abend ein Stück weiterkomme bei ihm. Wir setzen uns auf ihr Bett. Es riecht genauso wie ihr Bett zu Hause. Oh, Delissi. Ich mag den Geruch. Er bedeutet, dass meine Schwester in der Nähe ist. Erzähl mal, wie geht's den Eltern? Fragt sie mich. Alles beim Alten. Mom geht es meist schlecht. Jessie ist niedlich und Dad ist... Dad. Ich glaube, seine neue Aufführung in der Brook Street läuft ziemlich gut. Lissi sagt nichts dazu. Hey, ich habe mit einem Jungen rumgeknutscht. Wo? Auf einer Party. Wow, toll. Wer war denn der Glückliche? Ach, nur so ein Typ von der Arbeit. Und was ist daraus geworden? Nichts. Er hat seitdem nicht mehr mit mir gesprochen. Depp. Soll ich mal versuchen, heute Abend was für dich klarzumachen? Neckt sie mich? Nein, bloß nicht. Ich lasse mich ins Kissen sinken. Also, wegen der Party heute Abend? Ja? Ich werde mich so gut wie möglich um dich kümmern. Aber, wenn es Gelegenheit geben sollte, Zeit mit Ben zu verbringen, müsstest du vielleicht allein klarkommen. Du schläfst auf jeden Fall hier, aber flipp nicht aus, wenn ich nicht hier penne. Ich muss wohl etwas enttäuscht ausgesehen haben, was Lissi dazu veranlasst, mich in dem Arm zu kneifen. Na komm schon. Du bist doch schon ein großes Mädchen. Mir stellen sich die Nackenhaare auf. Ein großes Mädchen, das heute Morgen im Dunkeln aufgestanden ist und viereinhalb Stunden im Zug gesessen hat, um Zeit mit dir zu verbringen, denke ich bockig. Mach dich ruhig lustig darüber, dass ich keine Nacht allein mit seltsamen Leuten in einem eiskalten Haus verbringen will. Ich hasse es, wenn sie solche Bemerkungen loslässt. Sie sind die erwachsene Form ihrer Sticheleien von früher. Es gibt nur ein Bad und man muss zur Hintertür raus, um dorthin zu gelangen. Nachdem ich die Temperatur darin gefühlt und die Duschkabine inspiziert habe, habe ich beschlossen, mir das Duschen bis morgen Abend zu verkneifen. Es ist etwa 18 Uhr. Ich sitze auf dem Bett und sehe Lissi dabei zu, wie sie sich vor dem Spiegel schminkt. Ich fühle mich plötzlich fürchterlich einsam. Ich kenne niemanden auf der Party. Ich will Lissi. Ich will meine Mami. Du fehlst mir, sage ich und fange an zu heulen. Lissi schraubt die Wimperntusche zu und setzt sich neben mich. Was ist los? Was hast du denn? Ich bin einfach traurig, kriege ich nur heraus und schluchze weiter. Weshalb denn? fragt sie. Wegen allem. Ich wünschte, du würdest wieder nach Hause kommen und ich will nicht, dass du mich allein lässt, weil ich keinen hier kenne. Ich wollte den Abend nur mit dir verbringen. Partys machen Spaß, Emilia. Ich wollte, dass du Spaß hast. Sie schüttelt den Kopf über mich. Worüber wolltest du denn mit mir reden? Mein Schluchzen hat sich gelegt und ist in ein ruhiges Schniefen und Seufzen übergegangen. Nichts, sage ich. Die Party findet in erster Linie in dem Gemeinschaftsgarten statt, obwohl es bitter kalt ist. Überall unterhalten sich Leute lautstark über Ereignisse, von denen ich keine Ahnung habe und über Leute, die ich nicht kenne. Das Abendessen besteht aus Brot und Dips. Die meisten trinken Bier, aber ich fülle meinen Plastikbecher mit Rotwein aus einem Vier-Liter-Kanister, der auf einer umgedrehten Milchkiste steht. Nachdem ich den halben Becher davon getrunken habe, fühle ich mich schon wesentlich weniger einsam. Lissi zeigt mir ihren Ben. Er trägt eine gefütterte Jeansjacke, einen grauen Wollschal und eine Mütze, die etwas von einer übergroßen Kippa hat. Er sieht sehr gut aus und er weiß es. Ich mache mir nichts aus Leuten, die wissen, dass sie gut aussehen, wie dieser schreckliche Scott, der in der Schule immer bei uns sitzt oder wie Casey. Ich schätze mich glücklich, nicht davon abhängig zu sein. Ich halte durch bis etwa zehn und habe bis dahin eineinhalb Becher Wein intus. Ich finde Lissi in einer kleinen Gruppe mit Ben und zwei anderen Mädchen wieder. Ich gehe schlafen. Ja? Sie legt den Arm um mich. Ja, bis... Mein Blick streift Ben. Irgendwann dann. Ich putze mir im eiskalten Badezimmer die Zähne mit noch eisigerem Wasser. Meine Zunge ist grotesk lila gefärbt vom roten Tetra-Packwein. In Lissis' Zimmer ist es so kalt, dass ich es fast nicht packe, meine körperwarme Kleidung gegen den eiskalten Schlafanzug einzutauschen. Ich streife mir die Klamotten so schnell wie möglich ab, halte die Luft an und ziehe mir den Schlafanzug in einem Rutsch über, knipse das Licht aus und springe unter die Daunendecke. Alleine in dem großen Bett, dem Blick im Dunkeln zur Decke gerichtet, zieht sich mir mit einem plötzlichen, bohrenden Verlangen nach Chris der Magen zusammen. Chris! Sage ich laut, als ob er mich hören könnte. Und noch einmal weine ich, diesmal noch viel hemmungsloser, weil niemand in der Nähe ist, der mich hören kann. Mein Zug kommt am Sonntag gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof an. Bin völlig verspannt, dreckig und sehne mich nach einer heißen Dusche. Mom wartet mit Jessie an der Hand auf den Bahnsteig. Die Kleine hüpft aufgeregt auf und ab und kommt dann auf mich zugerannt. Ich fange sie auf. Oma hat einen Extraschal für Teddy geschickt, weil Winter ist, sagt sie. Prima! Ich küsse sie auf ihre Pausbacken und lasse sie wieder runter. Hi, Mom! Hi, mein Schatz, antwortet Mom und wir umarmen uns, was selten vorkommt. Es fühlt sich verdammt gut an. Gelockerte Grundlagen Als ich am Dienstagnachmittag ins Land der Träume komme, steht Chris vor dem Dienstplan und bindet sich die Fliege um. Ich stelle mich neben ihn. Hallo, sage ich und grinse ihn an. Miss Hayes, sagt er und betont jedes Wort. Schön, Sie zu sehen. Chris setzt sonst immer ein gewinnendes Lächeln auf und ist alle Zeit bereit für ein geistreiches Geplänkel, aber bisher kam nichts dergleichen. Stattdessen lächelt er nur, weniger strahlend als sonst, aber dafür umso ehrlicher. Es geht mir runter wie Öl. Über uns ertönt eine Stimme. Gehen wir heute noch an unsere Kassen oder stehen wir bloß rum und quatschen? Bianca. Immer dabei, wenn es etwas zu zerstören gibt. Sie hat Chris auf den Dienstplan an Kasse 2 in der Nähe vom Service-Schalter, wo sie arbeitet, eingeteilt und mich an Kasse 16 ans andere Ende gesetzt. Die Schicht zieht sich wie ein Kaugummi ohne Chris nebenan, mit dem er mal quatschen kann. Zwischen den einzelnen Kunden werfe ich immer wieder einen Blick ans andere Ende und sehe ihn mit Bianca und Ed plaudern. Von 4 bis 9 Uhr geht meine 5-Stunden-Schicht. Um 10 vor 9 kriege ich mit, wie Ed und Chris etwas besprechen und dabei zu mir sehen. Dann kommt Ed zur Kasse 16. Hallo, Emilia, sagt er förmlich. Hallo, Ed, sage ich im gleichen Tonfall. Also, ich feiere Sonntag, nächste Woche meinen Geburtstag. Er zieht einen Zettel aus der Tasche und gibt ihn mir. Meine Eltern sind weg und wir wollen gleich nach der Arbeit zu mir. Chris an Kasse 2 hält beide Daumen hoch. Super, danke, ich komme. Wie alt wirst du denn? 19, sagt er. Ich mache jetzt mal besser den Kassensturz. Und weg ist er. Sonntag in einer Woche, berichte ich Penny am nächsten Tag. Ist das nicht der Abend vor der Geschichtsprüfung? Ja, glaub schon. Was soll ich denn anziehen? Anfang des Jahres hat Melissa ein Oberteil und einen Rock geliehen für die Geburtstagsparty zum 16. einer Freundin. Penny und ich haben uns zusammen bei mir in Schale geworfen. Zu guter Letzt habe ich dann doch wieder T-Shirt und Jeans angezogen. Beim nächsten Leuten ist Mittagspause. Die Mittagspause bedeutete bisher immer 40 Minuten Quatschen mit Penny. Jetzt sind 30 Minuten davon für die Scott-Show reserviert. Täglich zieht Scott seine Vorstellung vor interessiertem Publikum ab. Ich habe beschlossen, das Thema anzusprechen. Ganz behutsam, weil Penny direkte Konfrontation meistens sofort abwehrt. Warum unterhältst du dich eigentlich jeden Tag mit Scott, diesem Idioten? rutscht es mir raus. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Kein gutes Zeichen. Der ist doch total daneben, fahre ich fort. Er sitzt Tag für Tag da und denkt, ich bin der Obermacker. Und statt ihn dem Laufpass zu geben, ermunterst du ihn auch noch. Kein Wunder, dass er total selbstverliebt ist. Du hast ja offensichtlich schon eine Menge Gedanken darüber gemacht, sagt Penny, ohne mich anzugucken. Ja, schon. Er ist so unhöflich. Jeden Tag kommt er und setzt sich neben dich. Und zu mir hat er noch nicht ein einziges Mal Hallo gesagt. Keiner von denen. Also mal ehrlich, Amelia. Jetzt sieht sie mich an. Glaubst du nicht, das könnte was mit den verächtlichen Blicken zu tun haben, die du ihm zuwirfst? Du gibst ihnen ganz klar zu verstehen, dass sie deiner komplett unwürdig sind. Du sitzt da oben auf deinem hohen Ross und blickst abfällig auf sie herab oder vergräbst dich in deinem Buch. Wieso sollten sie denn mit dir reden? Das sind Deppen. Meine Güte, so schlimm sind sie nun auch wieder nicht. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, für manche von uns sind sie alles, was geht. Wir legen bei den Jungs nicht alle die Chris-Latte an. Niemand sonst hat einen Chris. Ich versichere dir, wenn du nicht so sehr darauf fixiert wärst, alle Jungs der Welt an deinen Angebeteten zu messen, könntest du mit Scott und seinen Freunden auch entspannter umgehen. Ich bin eingeschnappt. Du magst ihn doch nicht etwa, oder? Aber Penny antwortet nicht und tut so, als ob sie nichts mehr interessiere als Algebra. Ich komme am Sonntag später von der Arbeit nach Hause, sage ich zu Mom. Es ist kurz vor 17 Uhr und ich bin gerade vom Netzbeitraining nach Hause gekommen. Mom sitzt am Küchentisch mit einer Tasse Tee und hört im Radio den Klassik-Sender. In der Spüle stehen zwei schmutzige Pfannen. Sie sind noch vom gestrigen Abendessen und Dad sollte sie abwaschen. Ich betrachte sie nervös. Einer von den Jungs bei der Arbeit hat Geburtstag. Der, der dir die Blumen geschenkt hat? Nein, ein anderer. Gut. Sie trinkt einen Schluck Tee. Willst du nicht wissen, wo es ist und wann ich nach Hause komme? Also, sagt Mom. Es ist dir völlig egal, lege ich los. Wo ich hingehe, was ich tue. Ich könnte ebenso gut da draußen Drogen nehmen oder ungeschützten Sex haben. Ich könnte dir in mir Tattoos stechen lassen oder die Schule schmeißen und du würdest es gar nicht mitkriegen. Ich weiß nicht so genau, warum ich das plötzlich alles sage. Ich bin Mom gegenüber sonst nie aggressiv. Ich habe viel zu viel Angst, sie noch trauriger zu machen, als sie sonst sowieso schon ist. Aber immerhin habe ich nun ihre Aufmerksamkeit. Tatsächlich, du könntest all das tun, sagt sie. Aber ich glaube nicht, dass du es machst. Warum glaubst du das nicht? Es könnte durchaus passieren. Weil ich weiß, dass du ein vernünftiges Mädchen bist. Nein, denke ich. Weil du weißt, dass ich eine Versagerin bin, ohne soziale Kompetenz und ohne Abwechslung im Leben. Was könnte mir schon zustoßen? Ich stapfe hinauf in mein Zimmer. Eine Stunde später ist meine Gereiztheit immer noch da. Ich sitze im Zimmer und werfe finstere Blicke an die Decke. Ich weiß, warum das alles aus mir rausgesprudelt ist. Ich bin so unleidlich, weil ich mich die ganze Zeit nach Chris sehne. Aber es gibt keine Lösung, nichts, was ich tun könnte, kein Anzeichen eines Rettungsschirms. Ich denke über Pennys Bemerkung in Mathe nach. Nicht jeder hat einen Chris. Ich habe aber auch keinen Chris, denke ich wütend. Amelia, ruft meine Mutter von unten aus der Küche. Was? Motze ich lauter als nötig zurück, aber es fühlt sich gut an zu schreien. Kannst du für Jesse das Badewasser einlassen? Premiere Freitagabend soll ich Jesse babysitten. Mom und Dad gehen zur Premiere von Dads Stück. Mom kommt wie immer beladen mit Einkaufstüten und Jesse nach Hause und sieht sehr müde aus. Sie klappert mit Töpfen und Pfannen, während sie die Einkäufe wegräumt. Lass mich das machen, biete ich hier lustlos an. Setz dich. Sie ignoriert mich einfach. Ich überlege, ob ich ihr eine Tasse Tee machen soll. Aber bei ihrer Laune würde sie bestimmt ablehnen. Als sie die Einkäufe weggeräumt hat, füllt sie den Wasserkocher und holt eine Tasse und einen Teebeutel raus. Setz dich, sage ich zu ihr. Ich bringe ihn dir. Ich schiebe sie sanft in Richtung Sofa und endlich gelingt es mir, dass sie sich im Zimmer nebenan niederlässt, wo Jesse fernsieht. Ich pack's vielleicht nicht mehr aufzustehen, mummelt sie matt. Ich bringe ihr den Tee. Sie nimmt ein paar Schlucke und stellt ihn dann auf dem Couchtisch ab. Eine Minute später ist sie eingenickt. Ich mache für Jesse und mich einen Toast mit Honig. Mom wacht eine halbe Stunde später wieder auf, total groggy und orientierungslos. Sie sieht auf ihre Armbanduhr, hieft sich hoch, taumelt nach oben. Kurz darauf hört man die Dusche, gefolgt von dem gedämpften Geräusch des Föhns. Warum bleibt Mami heute Abend nicht zu Hause? Sagt Jesse, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden. Ich gehe nach oben zum Badezimmer. Die Tür ist angelehnt. Mom steht vorm Spiegel und schminkt sich. Ich trete ein und setze mich auf den Badewannenrand. Warum musst du heute Abend ausgehen? Frage ich maulend. Du musst dich ausruhen. Du hast die ganze Woche gearbeitet. Hm, sagt Mom und konzentriert sich darauf, die Wimpern zu tuschen. Warum sagst du ihm nicht einfach, dass du nicht mitkommen willst? Nicht hingehen? Was meinst du damit? Du sollst am Wochenende nicht auch noch ausgehen müssen, wenn du so müde bist. Ich muss da nicht hin. Aber es ist Dads Premiere. Natürlich gehe ich hin. Aber du bist müde. Mach dir keine Sorgen. Mir geht's gut. Sie wirft die Schranktür zu. Dad taucht in der Badezimmertür auf. Er trägt das dunkelblaue Ralph Lauren Hemd auf das Aftershave, das wir ihm zum Geburtstag geschenkt haben. Ist alles in Ordnung? Ich starre auf die Fliesen und frage mich, wie viel er von unserer Unterhaltung mitgekriegt hat. Mhm. Gib Mom von sich. Bist du in 15 Minuten soweit, Schatz? Ja. Tschüss, ihr zwei. Mom trägt einen braunen Satinrock und das passende Oberteil dazu. Sie hat die Kette mit dreieckigen Metallteilen um, die sich fächerförmig über ihrem Schlüsselbein ausbreiten. Meine Mutter sieht super aus. Darin besteht gar kein Zweifel. Die Haustür fällt hinter ihnen zu. Jessie heult ein bisschen, aber lässt sich ganz leicht mit einem Schaumbad und einer Mini-Pizza ablenken. Ich lasse sie bis lange nach ihrer Schlafenszeit aufbleiben, weil ich mich einsam fühle. Umgehauen Am Morgen vor Ed's Party lerne ich ein bisschen für den Test in Geschichte und sage mir, dass ich weiter lernen werde, wenn ich wieder zu Hause bin. Mittags dusche ich und ziehe meine Arbeitskluft an. Die Klamotten für die Party packe ich ein. Meine dunkle Jeans, die leicht abgetragenen Bluntstone-Stiefel, mein graues Longsleeve und das hellblaue T-Shirt zum Drüberziehen. Ich stecke auch eine meiner wenigen Heizketten ein. Eine recht große Jade-Figur in einer schwarzen Samtschnur. Ich schleiche mich in Mams Zimmer und stecke ihre Flasche Coco ein. Der stille, authentische Chris der letzten paar Schichten ist heute Abend wie ausgetauscht. Kleiner, schreit er, als ich an ihm vorübergehe und ihm kurz zunicke. Er packt die Lebensmittel mit noch mehr Schwung ein als sonst. Als Bianca ihn zum Einkaufswagen einsammeln schickt, schiebt er die Wagen krachend ineinander und knallt sie in den fahrbaren Süßwarenstand. Geht's dir gut? frage ich ihn. Gut? Mir geht's fantastisch, sprudelt es aus ihm heraus. Wir schließen den Laden um 18 Uhr. Streetcred Donner geht gleich raus eine rauchen. So wie sie ihre Arbeitsuniform trägt, lässt sich daraus leicht ein Partyoutfit machen. Die Ärmel hochgekrempelt, silberne Anhänger an einem Lederband, in jedem Ohr drei Ohrringe. Die blondierten Haare im Pferdeschwanz mit zu beiden Seiten herunterhängenden Strähnen, schwarzer Mini, Netzstrümpfe und Stiefel, die ihr bis kurz unter die Knie reichen. Ich ziehe mich auf der Damentoilette um und sprühe mir einen Hauch Koko an den Hals. Neben mir drängen sich Elena und Kelly vor dem Spiegel. Bianca lehnt an der Wand und überwacht ihre Zöglinge. Schöne Kette, sagt sie und zeigt auf meinem Jadeanhänger. Ich bin so überrascht, dass es mir für einen Moment die Sprache verschlägt. Danke, bringe ich heraus. Bianca kommt herüber und streckt die Hand nach dem Anhänger aus, der genau unter meiner Kehle sitzt. Er sieht alt aus, stellt sie fest. Wo hast du den her? Sie steht so nah bei mir, dass sie mich fast berührt. Wir haben ihn bei den Sachen meiner Großmutter gefunden, nachdem sie gestorben ist. Ich weiß nicht, wo sie den her hat. Hm. Sie sieht mir in die Augen. Wunderschön. Ich habe mich noch nie so lange am Stück mit Bianca unterhalten. Sie hat mir noch nie ein Kompliment gemacht. Es fühlt sich gut an. Zu gut. Also, wir sehen uns dann bei Ed, sagt sie. Die meisten, die direkt von der Arbeit kommen, passen in Biancas und Casys Auto. Aber Chris entscheidet, dass Ed, er und ich mit dem Bus fahren. Aber dann kommen wir doch alle vor Ed an, bemerkt Casey. Chris wendet sich an Ed. Gib ihr deinen Schlüssel. Ed kramt in seiner Hosentasche und zieht einen Schlüsselbund und einen Flaschenöffner hervor. Key Street 18, sagt er zu Katie. Wir strömen aus dem Mitarbeiterausgang. Ed, Chris und ich gehen zur Bushaltestelle beim Getränkemarkt. Chris sieht auf den Fahrplan und verschwindet dann mit Ed im Laden. Fünf Minuten später kommt Ed mit einem Kasten Bier auf der Schulter heraus. Chris schleppt etliche braune Papiertüten. Bereit für die Party, Kleine? Ed betrachtet mich mit glasigen Augen und etwas, das Sympathie sein könnte. Ich kram in meiner Tasche nach Geld für den Bus. Eds Familie wohnt in einem kleinen Haus in einer ruhigen Straße. Der krasse Gegensatz zu dem Hafenpanorama bei Bianca. Wahrscheinlich trägt das auch dazu bei, dass sich alle auf der Party von Anfang an ordentlich benehmen. Weil das Haus so klein ist, halten wir uns nur im Wohnzimmer und in der angrenzenden Küche auf. Sämtliche Anzeichen für Biancas Freundlichkeit von vorhin sind verschwunden. Sie hält sich an Elena, Kelly, Streetcred Donna und Jeremy. Wenig später sitzt sie bei Jeremy auf dem Schoß. Jeremy schaut dabei ziemlich selbstgefällig. Casey scheint die ganze Zeit um Chris herum zu tänzeln. Es gibt jede Menge zu trinken und kaum etwas zu essen. Ich knabbere ein paar Chips und trinke ein Bier. Ich unterhalte mich ein bisschen mit Svetta, die im gleichen Jahrgang ist wie ich. Chris trinkt die ganze Zeit aus einer eigenen Flasche Wodka. In vollen Zügen. Ich bin nicht wirklich Fachfrau auf diesem Gebiet, aber ich weiß von meinen Eltern, dass man Spirituosen im Allgemeinen aus kleinen Gläschen nippt. Oftmals gemischt mit etwas anderem. Chris ertappt mich beim Starren. Willst du einen Schluck Kleiner? fragt er. Klar. Ich greife tapfer nach der Wodkaflasche. Eine Hand am Hals, die andere am Boden. Ich lege den Kopf in den Nacken und kippe den Wodka hinunter. Das Einzige, was noch schlimmer ist als der plötzliche, widerliche Geschmack, ist das scharfe Brennen in der Speiseröhre. Ich huste und pruste. Chris klopft mir auf den Rücken. Es brennt, japse ich. Nach einer Weile lässt's nach, beruhigt er mich, greift nach der Flasche und nimmt selbst erstmal einen ordentlichen Schluck. Ein paar Stunden später ist die Rede davon, Twister zu spielen. Irgendeine mir unbekannte Musik dröhnt durch den Raum. Ed, Lincoln und Victoria kehren mit roten Augen aus der Garage zurück. Chris hat inzwischen seine Flasche halb geleert. Elena und Kelly machen mit je einer Flasche Tequila und einer Art Limettensirup die Runde und verabreichen etwas, was sie Abfüller nennen. Nähere Betrachtungen zeigen, dass man sich dazu hinlegen muss, damit Kelly und Elena einem Tequila und Lime Cordial direkt in den Mund kippen können. Chris ist gerade dran. Wir sitzen auf dem Sofa und er streckt sich gehorsam aus. Seine Beine liegen auf meinen. Ohne mit der Wimper zu zucken, nimmt er einen gewaltigen Schluck und setzt sich wieder auf. Schreie nach, Emil, ja, werden laut und mir wird bewusst, dass ich jetzt dran bin. Ich setz lieber aus, versuche ich sie davon abzubringen. Ich habe noch immer den üblen Geschmack von dem Wodka im Mund. Aber schon packt mich Ed und Lincoln an den Schultern und drücken mich nach hinten. Ich öffne den Mund, während Elena und Kelly sich über mich beugen. Unverdünnter Limettensirup und ätzender Tequila fließen bis oben hin und ich frage mich, wie ich das jemals schlucken soll. Ich dücke mich unter dem Strahl hindurch, noch bevor sie aufhören zu gießen. Die Flüssigkeit schwappt mir auf Hals und T-Shirt. Ich schlucke alles hinunter und kämpfe gegen den anschließenden Würgereiz. Aus Angst, ich könnte den Kampf verlieren, rapple ich mich mühsam hoch und torkle zum Badezimmer. Ich ziehe die Tür hinter mir zu und atme tief durch. Dann spritze ich mir Wasser über Gesicht und Hals und trockne mich mit einem Handtuch ab. Ich mache es an einer Ecke nass und versuche, den klebrigen Fleck aus meinem T-Shirt rauszurubbeln. Dann lasse ich mich auf dem Fliesenboden nieder, mit dem Rücken gegen die Badewanne. Jemand pocht an die Tür. Emilia? Alles in Ordnung? Noch bevor ich etwas sagen kann, kommt Chris hereingestolpert. Die Wodkaflasche in der Hand. Er betrachtet mich einen Moment lang, zieht dann die Tür hinter sich zu und lässt sich neben mir auf dem Boden nieder. Geht's dir nicht gut? fragt er. Ist wieder okay. Ich denke, ich gehe bald nach Hause. Wie geht's dir denn? Ich deute auf die Flasche. Fand faktisch. Man kann sie nicht ertränken, aber man kann ihnen das Schwimmen beibringen. Wem denn? Ach, nichts. Wir sitzen schweigend da. Neben uns, unter dem Waschbecken, stehen ein paar Reinigungsmittel. Ich entdecke einen Schwamm, für den ich gestern erst den Werbespot gesehen habe. Ich nehme den Schwamm in die Hand. Hast du mal die Werbung für den neuen Wondersponge gesehen? Frage ich Chris. Da ist so ein schmieriger, grinsender Typ, der lauter Frauen dazu interviewt, wie fantastisch doch dieser neue Schwamm ist und wie gut er jegliche Reinigungsbedürfnisse befriedigt. Die Frauen sind alle ganz begeistert von ihrem neuen Schwamm. Sie stehen in der strahlenden Duschkabine und sehen aus, wie aus dem Ei gepellt. Er entfernt einfach alles. Und dreimal darfst du raten, natürlich ist kein einziger Kerl darunter. Was lernen wir daraus? Dass es das Los der Frau ist, den Dreck im Badezimmer wegzumachen? Ich halte kurz inne, um nach Luft zu schnappen. Ich schätze, der Dreck im Badezimmer ist tatsächlich das Los der Frau. Auf jeden Fall bei uns zu Hause. Ich wende mich ihm zu. Kümmerst du dich bei euch um den Dreck im Badezimmer? Er schüttelt langsam den Kopf. Tja, das habe ich mir fast gedacht. Ich werfe den Schwamm angewidert an die Wand. Amelia, sagt Chris, ja. Wenn du nur zwei Jahre älter wärst, würde ich mit dir zusammen sein wollen. Er sieht mich zärtlich an mit seinen geröteten Augen. Du würdest was? Ich wünschte, du wärst älter, sagt er. Du wärst die perfekte Frau. Und er umschließt mit der Hand, in der er nicht den Wodka hält, mein Kinn. Ich bringe keinen Ton heraus. Das Einzige, was ich wahrnehme, ist das Blut, das in meinen Ohren rauscht. Ich glaube, ich atme nicht. Und dann plötzlich finde ich meine Stimme wieder. Du bist perfekt! Wirklich? fragt er und stellt die Wodkaflasche auf den Boden. Ja! Er legt beide Hände um mein Gesicht. Amelia, ich muss dich jetzt küssen. Und dann zieht er mich mit meinem nach Limettensirup schmeckenden Mund zu sich heran. Ich küsse Chris, als hätte ich jahrelang nichts anderes getan, als Jungs im Badezimmern zu küssen. Ich glaube zu spüren, wie unsere Lippen miteinander verschmelzen. Die paar Zentimeter Fliesenboden zwischen uns verschwinden in einem Knäuel aus Armen und Beinen. Chris, löse ich meine Lippen für einen Moment. Ich liebe dich. Er öffnet die Augen. Sein Griff um mich scheint sich zu lockern. Er wirkt wie erstarrt. Nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Trotzdem spreche ich weiter. In ein paar Monaten werde ich 16. Er lässt mich los. Ich versuche, ihn nochmal zu küssen, aber er dreht den Kopf weg. Was ist denn los? Von draußen hämmert jemand an die Tür. Scheiße, sagt Chris und weicht zurück. Er wirft dabei die Wodkaflasche um, die mit einem lauten Klirren auf die Fliesen knallt, aber nicht zerbricht. Beeil dich, verdammt nochmal, schreit Bianca ziemlich schrill und bollert weiter gegen die Tür. Wahrscheinlich taucht sie auch noch bei meiner Hochzeit auf, um sie zu ruinieren. Von da ab geht alles ziemlich schnell. Chris macht die Badezimmertür auf. Endlich, zickt Bianca, die draußen auf dem Flur steht. Da entdeckt sie mich hinter Chris und eine Augenbraue schnellt nach oben. Er packt mich am Handgelenk und zieht mich raus. Halt die Klappe, sagte zu Bianca, die eben zu einer Bemerkung ansetzen wollte. Chris, flüstere ich und folge ihm durch den Flur. Da bist du ja, Amelia. Mein Vater wartet draußen. Willst du noch mit? Svetta wohnt in meiner Nähe und hatte mir angeboten, mich mitzunehmen. Oh ja, danke. Ich komme gleich. Es würde sonst schwierig für mich nach Hause zu kommen. Sonntagnacht fahren kaum Busse in den Vororten. Svetta nickt mir zu und geht raus. Ich ziehe an Chris' Hand. Ich gehe jetzt. Er sieht mich an. Ich bringe dich noch raus. Ich hole meinen Rucksack und wir gehen durch den Seiteneingang hinaus. Man sieht das Licht der Scheinwerfer von dem wartenden Auto, aber es strahlt nicht in unsere Richtung. Kleiner, sagt er und umarmt mich ganz fest. Ich muss los, sage ich, löse mich langsam aus der Umarmung in dem Bewusstsein, dass Svetta's Dad wartet. Er sieht mich einen Moment lang an, ganz nah. Deine Pupillen sind riesig, sagt er mit einem leichten Lein. Ich küsse ihn noch einmal auf den Mund. Einfach so, weil ich es will. Ich bin selbst verblüfft über die Freiheit, die ich mir da herausnehme und schreite selbstsicher die Auffahrt hinunter. Ich lerne nicht mehr und schlafe auch nicht, als ich gegen Mitternacht nach Hause komme. Es ist still. Ich sitze bis 1 Uhr senkrecht im Bett. Dann ziehe ich meinen Schlafanzug an und sitze noch einmal bis 4 Uhr auf dem Bett. Bis ich mich hinlege und vor mich hindämmere. Als ich um 6.30 Uhr vom Wecker aufwache, befürchte ich einen kurzen Moment, dass ich das Ganze geträumt habe. Ich habe schon öfter sowas geträumt. Mein Blick wandert zu dem Kleiderhaufen auf dem Boden. Ich hebe das blaue T-Shirt auf und untersuche den Fleck am Hals und auf der Schulter. Ich rieche daran. Limettensirup. Ich muss so breit grinsen, dass mir die Tränen in die Augen steigen. Seifenblasenmädchen. Nach der Schule taumle ich in Schlangenlinien nach Hause. Ich kann meinen Kopf kaum aufrecht halten. Die Augen fallen mir zu, aber meine Mundwinkel springen ständig nach oben. Noch bevor die Anwesenheitsliste komplett durchgegangen worden war, hatte ich Penny bereits alles brühwarm erzählt. Als Scott nebst Anhang in der Mittagspause auftauchte, bin ich noch nicht mal wütend geworden. Das Einzige, was mich interessiert, ist der Anruf von Chris, der heute Abend bestimmt noch kommt. Was werden wir wo sagen? Über was reden Paare denn so miteinander? Ich erzähle ihm von meinem Tag und er mir von seinem. Ich werde ihm gestehen, wie sehr ich mich nach diesem Tag gesehnt habe und er wird das Gleiche tun. Wann sehen wir uns denn wieder? Wird er fragen. Wir werden uns am Mittwochabend nach der Arbeit zum Essen verabreden. Wir gehen noch mal zu Rinos, aber diesmal wird er ganz nah bei mir sitzen und meine Hand unter dem Tisch halten. Danach wird er den Arm um mich legen und mich nach Hause begleiten. 19.30 Uhr. Er hat noch nicht angerufen. Nach dem Abendessen stecken sich Mom und Dad ihre Zigaretten an. Ich räume den Tisch ab, entsorge die Reste, halte die Teller unter das Wasser und staple sie am Beckenrand. Es ist Dads Aufgabe, den Geschirrspüler einzuräumen, wenn er zu Hause ist. Ich nehme den Hörer vom Telefon und überprüfe, ob es tutet. Ich ziehe mich damit in mein Zimmer zurück und setze mich im Schneidersitz aufs Bett. 21.30 Uhr. Noch immer nichts. Vielleicht sieht er wieder Media Watch. Wahrscheinlich denkt er, dass es zu spät sei, um anzurufen. Nach langem Überlegen und mit beginnender Panik, die mir allmählich die Kehle zuschnürt, reiße ich das Telefon an mich und wähle seine Nummer. Robin Harvey, sagt eine Frau von der ich annehme, dass es seine Mutter ist. Kann ich bitte Chris sprechen? Einen Moment bitte, Liebes. Sie hört sich nett an. Chris! Ruft sie. Telefon für dich. Schritte im Hintergrund und dann Chris' Stimme. Hallo? Meine Brust zieht sich zusammen. Ich bin's, Amelia. Hi. Er klingt irgendwie bestürzt, schroff, überrascht, verärgert. Wie geht es dir? Erkundige ich mich mutig. Ich habe das, was man als Mutter aller Kater bezeichnen könnte. Kann ich dich in zehn Minuten zurückrufen, Amelia? Er klingt ungeduldig. Klar. Er legt auf. Ich sehe auf den Wecker. 21.34 Uhr. Ich warte. Es klopft. Ich zucke zusammen. Ja. Mom öffnet die Tür, aber kommt nicht rein. Ich gehe jetzt ins Bett. Ist gut. Entgegne ich gereizt. Warum sagt sie mir das? Sonst sagt sie doch auch nie was. Aber jetzt steht sie da und sieht mich an, wie ich da mit dem Telefon im Schoß sitze. Ihr Blick wandert zu meiner nicht ausgepackten Schultasche. Ist alles in Ordnung? Fragt sie. Ja, doch. Für eine Sekunde bin ich kurz davor, in Tränen auszubrechen. Ich sehe dich morgen früh, Mom. 21.55 Uhr. Als plötzlich das Telefon klingelt, schrecke ich hoch und nehme schnell ab. Ich bin's, sagt er tonlos. Hi. Ich kämpfe gegen den Aufruhr in meinem zentralen Nervensystem an. Ich bin kein Freund von Klischees, fängt er an, aber ich muss mit gestern Abend beginnen. Ich unterdrücke ein leichtes Kichern und warte, dass er fortfährt. Wie du sicherlich mitgekriegt hast, habe ich gestern Abend ziemlich viel getrunken, was dazu geführt hat, dass ich völlig enthemmt war und die Kontrolle über mich verloren habe. Es hört sich so an, als würde er das ablesen. Ich entschuldige mich dafür, wie ich mich dir gegenüber benommen habe, fährt er fort. Aber ich bin mir sicher, du weißt, dass eine Beziehung zwischen uns absolut ausgeschlossen ist. Es ist passiert. Die Tränen schießen mir in die Augen und ich traue mich nicht, irgendwas zu sagen, aus Angst, er könnte es an meiner Stimme merken. Warum kriege ich gerade noch heraus? Weil du 15 bist und ich 22. Wir bewegen uns in völlig anderen Kreisen und befinden uns in völlig verschiedenen Lebensabschnitten. Du kannst nicht an meinem Leben teilhaben und ich nicht an deinem. Es würde einfach nicht funktionieren. Ich brauche jemanden, der mit mir und meinen Kumpels in den Pub gehen kann, der mit mir übers Wochenende wegfahren, den ich meiner Familie vorstellen kann und um ganz ehrlich zu sein, jemanden, mit dem ich Sex haben kann. Ich würde mit dir Sex haben. Nein, sagt er schroff. Die Tränen rinnen mir über die Wangen. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich sehe dich auf der Arbeit. Mach's gut. Er legt auf. Ich lege den Kopf aufs Kissen und all die Schluchzer, die noch in meiner Kehle stecken, kommen heraus. Schlimm. Als der Wecker am nächsten Morgen klingelt, bleibe ich liegen. Meine Augen sind wund und verkrustet. Mom, Jessie und Dad sind schon aus dem Haus. Mom hat Dad schon ganz früh zum Flughafen gebracht. Er hält diese Woche ein paar Vorträge an der University of New England. Modernes Drama oder sowas. Ich gehe später los als sonst. Die Busse sind überfüllt und bewegen sich nur schleichend vorwärts. Ich komme zu spät zur Anwesenheitsabfrage. Mrs. Chambers hakt mich kommentarlos ab. Ich bin sonst nie zu spät. Kurz nach der ersten Pause treffe ich Penny bei den Spinden. Was ist los? fragt sie. Chris. Er sagt, es ist vorbei. Er sagt, er war nur besoffen. Was für ein Scheißkerl, sagt Penny. Ich knalle die Spintür zu. Genau. Wir gehen raus und setzen uns zu den anderen auf den Rasen in die Sonne. Bleibt's bei Samstag, frage ich. Ich brauche dringend die Schokoladentherapie. Du könntest mir vielleicht beim Haarefärben helfen. Unser übliches Abscheidritual am Samstag besteht aus Kinobesuch, einem großen Becher Popcorn, übernachten bei mir oder Penny, Filme gucken bis spät in die Nacht und Schokolade. Ich kann dieses Wochenende nicht. Was? Wieso? Ich hab was vor. Mit deiner Familie? Nein. Was denn? Ich gehe zur Saisonendeparty, sagt sie und versucht locker zu klingen. An dem Samstag, an dem das Rugby-Team der Jungschule das letzte Spiel der Saison austrägt, gibt es anschließend eine Riesenparty in einem der luxuriösen Häuser eines der Spieler. Man kommt nur mit persönlicher Einladung rein und nur, wenn man zu den coolsten und sportlichsten Typen und den angesagtesten Mädchen gehört. Ich bin völlig fassungslos. Wie das denn? Ich bleibe stehen, sodass sie gezwungen ist, ebenfalls stehen zu bleiben. Scotts Schwester geht in die Zwölfte. Sie geht mit einem vom Team. Sie hat dafür gesorgt, dass Scott mit ein paar Freunden eingeladen wird, darunter auch ich. Dann gehst du also mit Scott dahin? Naja, seine Schwester fährt und ich sitze mit im Auto. Aber die sind ein Haufen von Angebern. Die Alpha-Männchen und ihre weiblichen Trophäen. Penny schweigt. Ich warte darauf, dass sie mich bittet, mitzukommen. Aber sie schweigt weiter. Was, wenn ich auch mitwollte? Frage ich sie spitz. Im Auto ist kein Platz mehr, entgegnet sie. Kein Platz mehr, wiederhole ich. Ach, verpiss dich doch. Während der Mittagspause rede ich kein Wort mit Penny und gebe vor, für einen Test zu lernen. Ich weine nicht. Wie üblich ist die Nachhausefahrt mit dem Bus ein Anschlag auf meine Sinner. Drei Football-Alpha-Männchen quälen einen winzigen Streber aus der siebten. Er wehrt sich, die tapfere kleine Seele. Als ich zu Hause ankomme, eilt mir Mom entgegen. Sie sagt, sie sei auf dem Weg zu einem Infoabend über den Altersruherstand. Im Kühlschrank liegt ein gegrilltes Hühnchen für dich und Jessie. Setz sie noch vor sechs in die Wanne. Die Haustür fällt hinter ihr zu, während ich noch in der Küche stehe. Mir fällt auf, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. Milia, ruft Jessie aus dem Wohnzimmer. Kann ich Ovo Martina haben? Wie heißt das Zauberwort? rufe ich zurück. Bitte. Um fünf kommt sie in die Küche. Der Fernseher ist zu Ende, sagt sie vorbruchsvoll. Kannst du was mit mir spielen? Nein. Oh, bitte. Spiel noch eine Weile allein. Dann ist es Zeit für die Badewanne und danach gibt's Essen. Ich hab nichts zum Spielen, schmort sie. Da reißt mir der Geduldsfaden. Hör auf zu quengeln, Jessica, schreie ich. Sie reißt die kleinen Äuglein auf. Lass mich einfach in Ruhe. Hau doch mal ab. Hau ab. Zum Schluss versagt mir die Stimme. Ich heule los. Ich spüre ihre kleine Hand auf meinem Arm. Mili, hau ab. Ihre Kinderfüße tappeln aus der Küche, die Treppe hinauf und in ihr Zimmer, wo sie die Tür zuknallt. Ich weine und weine, bis meine Ärmel durchnässt sind und ich völlig erschöpft bin. Da erst höre ich die kleinen Schluchzer von oben. Ich stehe auf und spritze mir an der Spüle kaltes Wasser ins Gesicht. Nach ein paar tiefen Atemzügen gehe ich nach oben. Jessie sitzt auf dem Bett, ihren Teddy im Arm. Ich setze mich neben sie. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Sie sagt nichts. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich bin heute ziemlich durcheinander. Warum denn? Einer bei der Arbeit ist ziemlich fies zu mir. Wie Felix? Felix ist ein Junge aus Jessicas Kindergarten, der sie öfter mal in den Sandkasten schubst. So ungefähr, sage ich. Ich strecke ihr die Arme entgegen und sie wirft sich hinein. Ich halte sie fest und atme tief den Duft ihrer Haut ein. Ich lasse dir jetzt das Badewasser ein und während du badest, mache ich uns Abendessen. Jessie badet gern und ausgiebig und spielt dabei mit ihren Enten und verschiedenen Barbie-Puppen. Eine halbe Stunde später sitzen wir nebeneinander vor dem Fernseher und essen kaltes Huhn und Salat. Das Telefon klingelt. Penny ist dran. Ich halte es nie lange aus, wütend auf Penny zu sein. Sie ist der Grund, dass ich mich nicht allein auf der Welt fühle. Ohne sie an meiner Seite wüsste ich nicht, wo mein Platz auf der Welt wäre. Ich fühle mich so vor den Kopf gestoßen, dass sie ohne mich zu dieser Party geht. Aber ich kann ihr einfach nicht lange böse sein. Hast du dich wieder beruhigt? Fragt sie mich. Ein bisschen. Mein Dad will sich von meiner Mom trennen, sagt sie gerade heraus. Scheiße. Warum denn? Ich weiß es nicht genau. Sie ist manchmal ganz schön schwer zu ertragen. Hast du sie darüber sprechen gehört? Nein. Er hat es mir im Auto auf dem Weg zur Schule gesagt. Hat er es ihr schon gesagt? Sie schweigt einen Moment lang. Nein, noch nicht. Und es ist ein schlechter Zeitpunkt, jetzt wo Jamie gerade wieder vom Banksy-Haus zurück ist. Hast du das Gefühl, er meint es ernst? Scheint so. Oh Mann. Das tut mir so leid. Deine Eltern sind doch... Du weißt schon, sie waren so... Schweigen. Willst du für eine Zeit bei uns wohnen? Nein, sagt Penny. Aber danke fürs Angebot. Funkstille. Als ich am nächsten Tag zur Arbeit komme, steht Chris gerade vor dem Dienstplan. Hi, sage ich und schiebe mich neben ihn. Er sieht mich kurz an. Hi, sagt er. Hält mir den Dienstplan hin und geht rasch davon. Kein Wort und keine Geste von ihm die gesamte Schicht über. Bianca holt Chris um 19.30 Uhr von der Kasse weg, die Einkaufswagen einsammeln. Er kommt ein paar Mal bei mir vorbei, würdigt mich aber keines Blicks. Jeremy und Bianca haben anscheinend was Wichtiges hinterm Service-Schalter zu besprechen. Kurz darauf schickt sie Jeremy los zu meiner Kasse unter dem Vorwand, einen Umtauschbon einsammeln zu müssen. Was ist denn mit dir und Chris los? fragt er mich unverblümt. Ignoriert er dich? Einfach unglaublich! Dieser Typ hat seit über drei Monaten nicht mehr mit mir gesprochen und er meint, er könnte einfach so auftauchen und mit mir über den wundesten aller wunden Punkte reden? Sie wittern die Schwächen anderer, Bianca und ihr Gefolge. So viel steht fest. Ich klatsche nur den Umtauschbon auf das Warenband. Er zieht die Augenbraue hoch, steckt ihn ein und schleicht wieder rüber zu Bianca. Chris spricht bestimmt noch mit mir. Es wäre das erste Mal, dass er das nicht tut. Er wird vorbeikommen und sich mit mir unterhalten und Biancas Zöglingen beweisen, dass ich immer noch seine Lieblingskleine bin. Es geht auf 21 Uhr zu. Zeit für den Kassensturz. Normalerweise gehe ich jetzt mit Chris nach hinten zum Büro. die Geldschublade abgeben. Doch bevor ich fertig bin mit Zehen, sehe ich, wie Chris seine Lade herausreißt und damit nach hinten verschwindet. Ich eile ihm so schnell wie möglich hinterher, nur um ihn aus dem Belegschaftsausgang stürmen zu sehen. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Ed überholt mich mit seiner Kassenlade. Ed! Den verzweifelten Ton in meiner Stimme muss selbst ein Kiffer wie Ed wahrnehmen. Ja? Chris redet er nicht mehr mit mir? Ich weiß von nichts, Emilia. Tut mir leid. Er geht weiter. Ich setze matt einen Fuß vor den anderen und gebe die Kassenlade ab. Ich hole meinen Rucksack aus dem Spind und bewege mich auf den Hinterausgang zu. Draußen an der Wand lehnen Bianca, Donna, Jeremy und Elena und rauchen. Bianca wirft mir einen zufriedenen Blick zu. Zufrieden damit, dass man mir endlich gezeigt hat, wo mein Platz ist. Dass ich mir bloß nicht mehr einbilden werde, ich sei klüger als sie und könnte auf Chris' Welle mitreiten. Die anderen würdigen mich keines Blicks, aber ich sehe sie hinter dem Qualm grinsen. Sie verabschieden sich nicht von mir und ich mich nicht von ihnen. Auf dem Nachhauseweg komme ich am Pub vorbei, wo Chris allein bei einem Bier sitzt und auf die anderen wartet. Ich bleibe stehen und quäle mich selbst, indem ich ihn ausgiebig anstarre. Dann gehe ich nach Hause. Heute Abend machen mir die dunklen Straßen Angst. Der Wind weht heulend über die Leitungen der Strommasten und die Ladenschilder klappern in ihren Aufhängungen. Nachdem ich die Hauptstraßen hinter mir gelassen habe, gehe ich mitten auf der Straße, um dem zu entkommen, was in den Schatten lauern mag. Nichts wie weg hier. Seit Eds Party sind auf den Tag genau zwei Wochen vergangen. Die Arbeit stinkt mir. Chris meidet geschickt jegliche Situation, bei der er mich womöglich ansehen oder mit mir reden müsste. Wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt, nickt er mir allenfalls kurz zu. Streetcred Donner rührt Chris in letzter Zeit immer mehr auf die Pelle. Sie gehen alle zusammen nach der Arbeit in dem Pub. Ich bleibe so lange im Umkleideraum, bis sie weg sind, damit ich mich nicht an ihnen vorbeiquetschen muss, wenn sie vorm Hintereingang rumhängen. Seht euch die Verschmiete an, die öffentlich Fallengelassene. Ich frage mich, ob er noch manchmal daran denkt, sage ich zu Penny. Es ist doch völlig gleichgültig, was er denkt, erwidert sie. Wir lernen für unsere Abschlussprüfungen. Ich bin froh, dass ich mich auf etwas anderes konzentrieren kann. Pennys Dad ist inzwischen ausgezogen. Ihre Mutter dreht ständig durch. Ihr Bruder Jamie hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und verpasst sehr auf den Unterricht. Wo wohnt dein Dad denn jetzt? Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Das weiß keiner von uns. Er sagt, er wohnt bei jemandem von der Arbeit. Aber er sagt nicht, wo. Ich bin völlig ratlos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater so etwas tun würde. Mich anschreien? Ja. Das Geschirr nicht spülen? Ja. Die Familie im Stich lassen? Nein. Penny hat ihr Mittagessen in letzter Zeit in der Schulkantine gekauft. Die Lunchpakete von ihrem Dad gehören der Vergangenheit an. Manchmal steht man 25 Minuten in der Schlange. Dabei ist die Pause gerade mal 40 Minuten lang. Es ist Sonntagabend. Ich bin oben in meinem Zimmer und lerne. Morgen ist die erste Prüfung. Englisch. Mein Schreibtisch ist übersät mit den Fragen der vorigen Prüfungen. Ich nehme nur am Rand wahr, dass das Telefon klingelt. Emilia, ruft meine Mutter. Telefon! Ich peutere zu ihr nach unten, wo sie mir den Telefonhörer hinhält. Chris, sagt sie. Ich erstarre. Sie sieht mich erwartungsvoll an. Ich nehme ihr das Telefon aus der Hand und sause wieder nach oben. Hallo? Kleine. Wie geht's? Bleib ganz ruhig, Emilia. Ganz ruhig. Warum sprichst du nicht mehr mit mir? Wenn Chris die Frage irgendwie beunruhigt haben sollte, lässt er sich nichts davon anmerken. Wahrscheinlich glaubt er, dass es nicht nötig ist, darauf zu antworten. Ich rufe an, weil ich Neuigkeiten habe. Ja? Ich bin jetzt in meinem Zimmer angekommen. Ich, äh, ich mach mich vom Acker. Was machst du? Ich gehe nach Japan. Ich schwanke und lasse mich auf das Bett fallen. Ich habe eine Stelle als Englischlehrer in einer Kleinstadt angenommen. Es ist eine Art Abendschule. Ich unterrichte mittags in einer Fabrik. Für wie lange denn? Frage ich nach einer beträchtlichen Pause. Der Vertrag ist erstmal für ein Jahr. Dann kann ich nochmal verlängern. Ich habe auch schon im Land der zerstörten Träume gekündigt. Mir fehlen die Worte. Und außerdem muss ich mich darauf konzentrieren, nicht loszuheulen. Nächsten Samstag mache ich eine Art Abschiedsparty. Abschiedsparty. Sonntagabend fliege ich los. Ich hätte dich gern dabei. Es werden ein paar Leute von der Arbeit kommen und ein paar Freunde von der Uni. Stille. Hast du was zu schreiben? Ich wühle unter den alten Prüfungsbögen auf meinem Schreibtisch und finde einen Kuli. Ja. Acacia Terrace 16 in East Lakes. Okay. Ich mache besser mal Schluss, Kleine. Ich muss noch eine Menge Leute anrufen und packen. Er liegt auf. Ich sitze einen Moment lang reglos da. Dann lege ich den Kopf auf die Knie. Meine Tränen sind gerade im Schluchzer übergegangen, als es klopft. Was ist? rufe ich, um dem Anklopfenden ganz klar zu verstehen zu geben, dass ich nicht komm rein meine. Trotzdem geht die Tür auf und Mom tritt ein. Sie zieht die Tür hinter sich zu. Ich habe nicht gesagt, dass du reinkommen kannst. Sie verschränkt die Arme. Was ist los, Emilia? Ich blinzle sie an. Es geht um diesen Jungen, Chris, von der Arbeit, oder? Was ist da los? Nichts. Nichts? Er ruft dich an und plötzlich bist du Tränen aufgelöst. Am Abend vor deiner Prüfung und es ist ja nicht das erste Mal, fügt sie hinzu. Er scheint nicht gerade einen positiven Einfluss auf dich zu haben. Er geht weg von hier. ist das Einzige, was ich herausbringe. Ins Ausland. Na, ein Glück, sagt Mom. Es ist überhaupt kein Glück, jammere ich. Aber es ist zu deinem Besten, Emilia. Es ist sinnlos, mit Leuten Zeit zu verbringen, die dich nur unglücklich machen. Es ist ein starkes Stück, so etwas von der unglücklichsten Frau der Welt zu hören. Und warum bleibst du dann bei Dad? Tränen dreht mir in die Augen. Wie bitte? Du bist unglücklich. Du bist unglücklich mit Dad, mit deiner Arbeit, mit mir und mit allem. Du zeigst mir jeden Tag, wie mies es dir geht und dass du irgendwie in dieses schreckliche Leben geraten bist. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Und es ist ja auch schlimm, dass du so hart arbeiten musst und dass Dad so oft weg ist und dass er, wenn er hier ist, keine große Hilfe ist. Ich wette, er kommt nur immer wieder, weil er es hier so gut hat. Amelia, sie setzt sich neben mich. Es gibt Dinge in meinem Leben, die mich alles andere als glücklich machen. Aber lass das meine Sorge sein. Und was deinen Vater und mich angeht, naja, ich werde dir nichts vormachen. Sie senkt den Blick. dass ich keine Ehe führen würde, in der die Arbeit gerecht verteilt ist. Er kann ganz schön anstrengend sein, aber an seiner Liebe zu mir oder seinen Kindern gibt es nichts zu zweifeln. Genauso wenig wie an meiner zu ihm oder euch Kindern. Auch wenn ich manchmal ziemlich durchhänge. So etwas wie er bleibt nur bei uns, weil es ihm hier so gut geht, solltest du nicht einmal so wütend, wie er dich manchmal behandelt oder mich. Ich wünsche mir bloß, dass er sein Geschirr abspült und dir mehr zur Hand geht. Was wäre denn, wenn du nicht ein festes Einkommen nach Hause bringen und das Abendessen kochen würdest? Mom verzieht einen Moment lang das Gesicht und sagt dann sehr bestimmt, versuch nicht, die Ehe anderer Leute zu verstehen, Liebling, auch nicht die deiner Eltern. Wenn du deine eigene verstehen kannst, hast du Glück. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass Dad und ich einander lieben und wir dich Lissi und Jessie lieben. Ich bin plötzlich total erschöpft und Mom geht es ebenso. Wir wünschen uns gute Nacht und dann geht Mom nach nebenan, um nach Jessie zu sehen. Ich würde sie gern bitten, mich zuzudecken und mir über den Kopf zu streichen. Aber ich tue es nicht. Ich bin fast 16. Wo das Bier kühl ist und die Frauen freundlich sind. Ein paar Tage später trifft die eigentliche Einladung zu Chris Abschiedsparty mit der Post ein. Er hat es sich nicht nehmen lassen, einen Flyer am Computer zu basteln. Ein Sumoringer mit dem Kopf von Chris ist drauf zu sehen mit einer Sprechblase. Ich werde zum Japaner. Darunter steht Ich verlasse euch alle, um ins Land der aufgehenden Sonne zu ziehen. Deshalb lade ich euch zum Abschied noch Ranch auf, wo das Bier kühl ist und die Frauen freundlich sind. Ab 17 Uhr. Es ist für alles gesorgt. Ich werde nicht hingehen. Ich stelle mir vor, wie ich verunsichert herumstehe, während Chris mit der Land-der-Träume-Fraktion und seinen Unifreunden im Garten abhängt. Das Einzige, was mich bisher immer ermutigt hatte, zu den Land-der-Träume-Partys zu gehen, war die Gewissheit, dass Chris auf mich aufpassen würde. Die Badezimmer-Geschichte hat das alles kaputt gemacht. Sonst könnten wir wenigstens noch Freunde sein. Ich spiele mit dem Gedanken, ebenfalls bei Wulis zu kündigen. Am Samstag Nachmittag kommt Penny zu mir zum Übernachten. Wir wollen für die beiden letzten Prüfungen lernen. Gegen 18 Uhr kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Meine Gedanken sind ganz wo anders. Penny legt den Sieh mal, es ist noch nicht zu spät, sagt sie. Wenn du willst, komme ich mit. Wir sagen, wir gehen ins Kino. Ich schüttle den Kopf. Du wirst dich richtig mies fühlen, wenn du ihm nicht auf Wiedersehen sagst. Er fliegt morgen. Ich werde mich so oder so mies fühlen, sage ich. Penny wird am Sonntagmorgen um 10 abgeholt. Ich verstaue die Schaumstoffmatratze und den Schlafsack. Nur widerwillig tausche ich den Schlafanzug gegen eine Jeans und ein neues T-Shirt. Die Verzweiflung angesichts des anstehenden Tages lähmt mich. Ebenso der Gedanke, dass das Einzige, was ich davon habe, wenn ich ihn überstehe, ein weiterer Tag ohne Chris sein wird. Und danach noch einer. Der Türklopfer reißt mich aus meiner Versunkenheit. Ich mache auf, rufe ich und denke an Penny, die bestimmt etwas vergessen hat. Aber als ich auf die Tür zugehe, erkenne ich durch das Verbund Glasfenster jemanden, der aussieht wie ein Lieferant mit etwas in der Hand. Ich öffne die Tür. Es ist Chris. Er trägt ein verwaschenes T-Shirt und hält eine alte Weinkiste in der Hand. Er sieht ungeduscht aus. Wo zum Teufel warst du gestern Abend? Ich konnte nicht kommen. Warum? Du weißt doch, dass ich heute fliege. Ich weiß, dass du heute fliegst, pflicht ich ihm bei. Hör zu, Kleine, sagt er. Männer sind Schweine. Trau keinem von ihnen. ganz gleich, wie aufrichtig sie dir erscheinen mögen. Ich weine. Kein Heulen oder Schluchzen, aber alles, was sich in mir angestaut hat, drängt unaufhaltsam aus mir heraus. Kleiner, sagt er. Emilia, es wäre nicht gut gegangen, ich weiß es. Nachdem er bis eben mit dem Gewicht der Kiste gekämpft hat, stellt er sie auf der Treppe ab. Sie scheint voller Notizbücher zu sein. Ich habe dir was mitgebracht, sagt er. Meine Tagebücher von 15 bis jetzt. Lies sie, damit du weißt, dass du nicht alleine bist. Ich starre ihn verblüfft an, dann die Kiste und wieder ihn. Ich will, dass du darauf aufpasst. Kannst du das für mich tun? Er wartet auf eine Antwort. Ja, sage ich matt. Weißt du, sagt er sanft, du spielst in den Notizbüchern eine nicht unerhebliche Rolle. Aber ich muss jetzt los. Pass gut auf dich auf. Ich schicke dir meine Adresse, dann können wir uns wieder schreiben. Und dann küsst er mich ungestüm auf die Wange. Er riecht ungewaschen. Vor dem Haus steht ein weißer Commodore. Er zieht das Gartentor hinter sich zu, steigt ein und lässt den Motor an. Chris? Er lässt das Fenster runter. Ja? Rasier dich mal! Ich reibe die Stelle, wo er mich geküsst hat. Mach ich. Der Commodore fährt los, die Straßen hinab und verschwindet um die Ecke. Ich sehe ungläubig auf die Schatzkiste zu meinen Füßen, hocke mich hin, greife ein beliebiges Notizbuch heraus und blättere darin. Die Seiten sind überseht mit Chris Handschrift und langsam weicht die Kälte aus meinem Herzen. Dies ist ein Versöhnungsangebot, soweit es überhaupt angebracht ist, von Versöhnung zu sprechen. Ich fasse mit beiden Händen unter die Kiste und richte mich mühsam damit auf. Dann schleppe ich meine Schatzkiste hoch in mein Zimmer. Das schwarze Notizbuch 2. Mai Im violetten Notizbuch waren noch ein paar Seiten frei, aber ich hatte plötzlich das Bedürfnis nach einem sauberen Schnitt. Also los geht's mit der frischen ersten Seite des schwarzen Notizbuchs. Rohan kommt am nächsten Wochenende in die Stadt, um hier seinen Geburtstag zu feiern. Am Samstagabend werfen seine Eltern bei ihnen zu Hause eine Party für ihn. Das Erfreuliche daran ist, dass seine Ingenieur Clique da sein wird. Das wird sehr wahrscheinlich die wunderbare Stella mit einschließen. Seit der Nummer mit der üppigen Blonden aus der Delikatessen Abteilung hat Chris keinen Sex mehr gehabt. Ed zieht gern über meine Dürreperiode her. wundert mich, dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, ihn darauf hinzuweisen, dass seine Dürreperiode so unbegrenzt anhält, dass man nur noch von dauerhaften Klima sprechen kann. Seit er 16 ist, war er nonstop bekifft. Dad hat am Freitag Geburtstag und will am Sonntag die Familie zum Grillen einladen. Natürlich mit Onkel Jeff und wer auch immer von seiner Familie dazukommen mag. Rette sich, wer kann. Nach diesem Sonntag werde ich versuchen, Onkel Jeff bis Weihnachten aus dem Weg zu gehen. Sein Schwachsinn kotzt mich an. Heute habe ich mir vorgestellt, wie die Zukunft eine ewige Abfolge von Weihnachtsfesten ist. Eine ganze Serie von Jeffs, einer aggressiver und streitlustiger Generation so üblich ist, hinter Steuersätzen und nach Hause fahren. Mir geht's doch gut, sagt er immer, wenn ich oder Zoe zaghaft nachfragen, ob er sicher ist, dass sein Alkoholpegel noch unter 0,5 liegt und wir doch genau wissen, dass er über den Tag verteilt mindestens zehn Flaschen Starkbier getrunken hat. Dann bieten Zoe und ich ihm jedes Mal an, ihnen Dads Auto zu holen. Die Autotür knallt zu. Zoe und ich werfen unseren Eltern flehentliche Blicke zu. Wollen sie nicht einschreiten? Nein, es hat nicht den Anschein. Entweder sind sie der Meinung, dass sie sich da nicht einmischen sollten, oder sie sind insgeheim mit Onkel Jeff einer Meinung, dass es ein gutes Recht sei, besoffen nach Hause zu fahren. Die Räder des dunkelgrünen Lexus drehen durch, während er davon braust. Später habe ich Zoe und mir zwei kalte Bier geholt und wir ließen uns in der lauen Abendluft auf den warmen Backsteinen am Gartenzaun nieder. Es war der erste angenehme Moment an diesem Tag. 6. Mai Dads Grillparty zu seinem Geburtstag lief genauso wie erwartet. Onkel Jeff ist mit seiner Tochter Ashley aufgekreuzt. Sie ist 20 und studiert Semester Kunst und Jura. Und wieder einmal hat Onkel Jeff bewiesen, dass er ein Problem mit mir hat und nicht mit meiner Generation, wie er immer sagt. Zoe und Ashley ließ er in Ruhe, aber auf mich hackte er ein. St. Christophorus polterte er, doch hinter seiner guten Laune lauerte schon der nächste Angriff. Wo fängst du denn nächstes Jahr an zu arbeiten? Er fragte ganz gezielt danach, da er wusste, dass es die schrecklichste Frage ist, die man einem Soziologie Absolventen stellen kann. Und er genoss es richtig. Als ich nicht sofort darauf reagierte, wandte er sich an meinen Vater und fragte ihn, was stellst du dir vor, was dein Sohn nächstes Jahr macht, Rob? Dad erschien ebenso perplex, aber Gott sei Dank kam da gerade Zoe mit einer neuen Runde Bier an. Sie hatte bestimmt gelauscht. Mams Schwester Sue und Stuart, ihr Mann, kamen mit ihrer elfjährigen Tochter Brianna vorbei. Ich weiß nicht, warum, aber Sue liebte es, sich bei derartigen Anlässen mit mir zu unterhalten. Sie steuerte ohne Umschweife auf mich zu und verkündete, dass sie sich jetzt mit Christopher unterhalten will. Sue, die gute Seele, hat zwar nichts von Onkel Jeffs bedrohlicher Art, aber sie unterhält sich über einen hinweg und jeder Versuch, ihren Monolog zu unterbrechen, ist zwecklos. Sie erzählte mir, wie sehr einer der Lehrer ihrer Tochter sie gekränkt hat, als er schon vor Jahren behauptete, dass Brianna unter ADHS leidet, was sie nicht tut. Ich habe diese Geschichte schon gehört, aber es macht mir nichts aus, sie mir nochmals anzuhören, vor allem, wenn ich mir so Onkel Jeff vom Hals halten kann. Der Grill steht ein paar Meter abseits von dem Gedränge. Ich dachte, wenn ich das Grillen übernehme, könnte ich mich eine halbe Stunde vor der Plauderei drücken, aber da lag ich völlig daneben. Wie ich ganz allein die Steaks und Würstchen wende, hat Onkel Jeff sofort die Gelegenheit ergriffen und mich zu seinem gefundenen Fressen auserkoren. Schwuppdiwupp kam er mit dem Bier in der einen, dem Klappstuhl in der anderen Hand zu mir an den Grill und richtete sich dort häuslich ein. Solange das Grillgut noch nicht fertig war, war ich seinen Tiraden schutzlos ausgeliefert. Leider wollten ausgerechnet heute fast alle ihr Fleisch durchgebraten. Ich saß also besonders lang in der Klemme. Er saß selig da und mäkelte an meinem fehlenden die Steaks und ruinierte damit Mams allseits geschätzte Marinade. Das verleiht ihnen ein bisschen Geschmack, was? Ich hielt entsetzt inne und überlegte kurz, was ich darauf sagen könnte. Verkniff es mir aber. Ich war auf der Zielgeraden eben dabei, die Steaks auf den Teller zu laden und peinlich darauf zu achten, welche blutig, halb durch oder gut durchgebraten waren, als er endlich mit dem rausrückte, was er sich bis zuletzt aufgespart hatte. Wie sieht's aus? Hast du inzwischen eine Freundin, Chris? Nein, ich habe keine Freundin. Naja, das ist nicht so schlimm, nicht jeder Bursche hat eine Freundin, wie man weiß, da ist nichts Schlimmes dabei. Ich starrte auf den schweren Fleischteller und dachte über eine passende Antwort auf seine Anspielung nach, dass mein Dasein ohne Freundin bedeuten könnte, dass ich schwul sei. Ich sah zu meinem Vater hinüber, der gerade mit Onkel Stuart, Zoe und meiner Mutter über etwas lachte. Die hier sind fertig, sagte ich betont locker. Hinterher bewältigten Zoe und ich den größten Teil des Aufräums. Als wir fertig waren, holte ich zwei Bier aus dem Kühlschrank und wir setzten uns raus. Onkel Jeff glaubt, dass ich schwul bin, sagte ich. Tut er nicht, er glaubt lediglich, dass er dich damit auf die Palme bringen kann. Hat er es geschafft? Ich habe ihn einfach ignoriert. Ich wollte ihm nicht die Genugtuung verschaffen, Dads Geburtstagsparty zu versauen. Das hätte nur seine Lieblingstheorie bestätigt, wonach ich ein nichtsnutziger kleiner Rotzlöffel bin. Außerdem ist es an der Zeit, dass er einen Moment lang schweigend da. Hey, leidest du immer noch unter der Trennung von wie hieß sie nochmal? Seitdem Michaela mir bei lebendigem Leibe das Herz rausgerissen hat, ist sie für Zoe nur noch wie hieß sie nochmal? Ähm, manchmal versuchte ich auszuweichen. Ja, meistens, ich gib's zu. Du kennst doch meine Leidenschaft fürs unglücklich sein. Wie geht's denn, wie hieß er nochmal? Terry, Zoys Freund, hat mit ihr zusammen BWL studiert. Sie arbeiten beide bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Er hat bisher kaum ein Wort gesagt, wenn ich ihn gesehen habe, aber gerade ich sollte mich nicht darüber wundern, was manche Leute an anderen finden. Es geht ihm gut, sagte sie. Ach hey, ich habe eine Wohnung gefunden und werde bald ausziehen. Lass mich nicht im Stich. Chris, ich werde nächste Woche 24, es ist höchste Zeit. Ich dachte kurz über diese nicht von der Hand zu weisende Wahrheit nach. Wohin? fragte ich Matt. Nach Leichert. Und mit wem? Silvia. Hast du's Dad schon gesagt? Morgen. 13. Mai. Ich war gestern auf Rowans Geburtstagsparty und musste dann heute Nachmittag irgendwie meinen Arsch hochkriegen, um vier Stunden im Land der Träume abzusitzen. Heute Morgen habe ich mich so beschissen müde gefühlt, dass ich um ein Haar dort angerufen und mich krank gemeldet hätte. Die kleine Amelia war die einzige, die es sich verkniffen hat, mir zu sagen, wie fertig ich aussah. Was Rowans Party angeht, er und die wunderbare Stella sind offensichtlich ein Paar. Was einem gewissen Rowan Levinson den Dreiergewinn aus Haus, Job und Freundin beschert. Rowan fällt einfach alles zu. Und all das nimmt er so ganz selbstverständlich hin, als wäre es sein angeborenes Recht. Wenn ich das wäre, würde ich mich aufführen wie das Mauerblümchen, das vom Kapitän aufgefordert wird. Unendlich dankbar und mehr als ein wenig überrascht. So würde ich reagieren. Oh Gott, was bin ich doch für ein Glückspilz mit meinen muskulösen breiten Schultern und meinem mysteriösen Charme. Wie bitte? Geld für die Haushypothek? Dad, das bedeutendste und wertvollste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer tausend Dank, das ist eine riesen Erleichterung. Ohne eure Hilfe hätte ich es unmöglich geschafft. Ach Stella, hier auf der Party meinen Arm um dich legen zu dürfen ist das allergrößte. Du bist so hübsch und clever und ich kann es kaum glauben, dass ich derjenige sein werde, der dich später noch betatschen darf. Danke, das ist alles wahnsinnig aufregend. Auf jeden Fall habe ich raue Mengen an Bier runtergestürzt und zu guter Letzt bin ich dann umgekippt. Nicht bei Rowan zu Hause, sondern als wir alle noch in die Stadt gefahren sind. Wie in guten alten Zeiten. Mick, Suez, Rowan und ich. Diesmal noch mit Stella. Genau, es ist an der Zeit, mal wieder eine Bestandsaufnahme zu machen. Zoe lässt mich im Stich, noch dazu in diesem pathetischen Schwebezustand meines Lebensabschnitts. Das Feld hat momentan nicht viel zu bieten. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal von Michaela gehört habe und das war lange, bevor ich ihr die Blumen zu Weihnachten geschickt habe. Mit etwas Abstand betrachtet wird immer klarer, dass es wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zwischen uns geben wird. Nie mehr. Ich habe diese merkwürdigen Tagträume, bei denen ich sie in zehn Jahren zufällig auf der Straße treffe. Ich habe womöglich mein erstes Kind im Schlepptau. Sie vielleicht ihres. In meiner Vorstellung erscheint Michaela blass und hager. Es quält sie, mich zu sehen, weil ihr bewusst geworden ist, wie unglaublich gut wir zusammengepasst haben und sie bereut, Brad statt Chris gewählt zu haben. Er hat sich als einer dieser zumeist abwesenden Ehemänner entpuppt. Ich bin es, der die Unterhaltung abbricht, weil ich weiter muss, um meine wieder schwangere Frau zum Mittagessen zu treffen. Ich küsse Michaela ganz unschuldig auf die Wange und gehe mit meinem kleinen Sohn oder meiner Tochter an der Hand davon. Ich drehe mich nicht mehr nach ihr um. Sie sieht uns nach. Mit Tränen in den Augen hält sie die Hand ihres Kindes fest, bis wir verschwunden sind. Ich liebe diesen Tagtraum. Ich spule ihn immer wieder ab. 5. Juni, 23 Uhr. Casey hat für die nächsten Monate Unterrichtspraktikum und arbeitet deshalb nur noch eine Schicht pro Woche. Stuart Green hat gekündigt. Bianca meint, dass er angeblich irgendwo einen Erwachsenenjob gefunden hat. Bianca meint auch, dass er und Casey nicht mehr zusammen sind. Es ist mir ziemlich egal. Bianca unternimmt immer wieder Versuche, mich mit ein Paar ihrer Kleinen zu verkuppeln, allen voran Donna und Elena. Beide sind 16, wirken aber älter. Ich verstehe mich ganz gut mit ihnen. Und ich bin einsam. Richtig einsam. Selbst eine Freundin, die mir nicht besonders nahe steht, wäre besser als gar keine Freundin. Es hat den Anschein, als würde diese Dürreperiode weiter anhalten. Dann gibt es noch Amelia, die ich lieber mag als alle anderen. Zeit, das hier mal festzuhalten. Aber sie ist noch so jung. In ein paar Monaten werde ich 22. Ich hoffe, nach der Uni in eine mutige neue Lebensphase einzutreten, und das erscheint mir mit einer 15-Jährigen im Schlepptau recht aussichtslos. Wenn sie nur ein paar Jahre älter wäre. Bianca hat für Samstagabend ein Paar Auserwählte zu sich eingeladen. Ihre Eltern sind mal wieder in Übersee. Es wird jede Menge Alkohol fließen, spendiert von Biancas Eltern, und wahrscheinlich auch ein weißes Pulver, das indirekt ebenfalls Biancas Eltern spendieren. Ich muss zugeben, dass mir die Aussicht auf eine Line Speed von ihrem 7000-Dollar-Granittisch im Wohnzimmer sehr zusagt, zumal man von da aus über den Hafen hinweg auf die blinkenden Lichter der Skyline blicken kann. 6. Juni Dad nimmt Zoys Auszug zumindest nach außen hin gelassen. Ich glaube aber, dass er in seinem tiefsten Innern ganz schön traurig darüber ist, seine nicht mehr ganz so kleine Prinzessin zu verlieren. Schon seltsam, dieses moderne Leben, wo die Kids so lange zu Hause wohnen. Als Dad 24 war, hatte er schon ein Haus gekauft, meine Mutter kennengelernt und sie geschwängert. Zoe ist genauso alt wie er damals, aber das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich frage mich ernsthaft, wie viel davon auf die Veränderungen bei den Lebenshaltungs- und Wohnkosten und auf die Studienkredite zurückzuführen ist. Für die meisten Studenten gibt es während des Studiums gar keine Alternative zum Zuhause wohnen. Mom packt ein paar Kisten mit Besteck, Geschirr und Wäsche für Zoe zusammen. Sie hat ihr außerdem einen Toaster und einen Wasserkocher gekauft, die beide in ihren Kartons im Flur vor sich hinfunkeln. Ist dir eigentlich bewusst, sagte ich vor ein paar Tagen noch zu Zoe, bei einem der letzten Versuche, sie zum Bleiben zu bewegen, dass es in deiner neuen Wohnung kein kaltes Bier im Kühlschrank geben wird, es sei denn, du kaufst es selbst und legst es rein? Genau, entgegnete sie lächelnd, mein Bier in meinem Kühlschrank. 10. Juni, Sonntagmittag, der erste richtig kalte Tag des Jahres. Ich bin noch nicht ganz wach, aber anscheinend haben Mom und Dad die Heizgeräte hervorgekramt. Der Geruch von verbranntem Staub dringt unter der Tür durch. Ich hasse es aufzustehen, weil es a. kalt ist und b. ich empfindlich verkatert bin. Und mich dazu noch schäme. Die Nachwehen von Biancas Party gestern. Zoe ist am Freitag ausgezogen. Dad hat ihr zum Abschied eine Flasche Elliot Rock Chirass gereicht, Zoe ist absoluter, aber selten getrunkener Lieblingswein. Sie studierte lächelnd das Etikett. Den habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr getrunken. Ein Hochgenuss. Den werden Sylvia und ich heute Abend noch köpfen. Darauf folgte bedrückte Schweigen. Ich fahre jetzt besser mal los, sagte Zoe. Wir umarmten uns kurz. Dann umarmte sie Dad und zum Schluss Mom. Sie hatten beide Tränen in den Augen. Später, 17 Uhr. Also gut, hier der Grund, warum ich mich nach der Party gestern so schäme. Es war wie immer ein Vergnügen, in der Villa von Biancas Eltern abzuhängen. Bianca hatte Jeremy und Eleanor eingespannt, Cocktails zu mixen. Und sie machte die Runde mit einem großen Krug voll mit was auch immer. Ich verschwendete keine Zeit, um mich in eine angenehm angeheiterte Stimmung zu versetzen. Ich hatte sogar eine halbwegs zivilisierte Unterhaltung mit Casey. Sie sah umwerfend aus in einem dieser gekreuzten Tops, das ihr hübsches Schlüsselbein und diese perfekten Brüste zur Geltung brachte. Wie läuft's bei deinem Schulpraktikum, fragte ich sie. Ganz okay, das ist jetzt schon meine vierte Woche und es nervt langsam, sagte sie lachend. Aber na ja, es ist in Ordnung. Oh Mann, dachte ich. Sie kann es schon jetzt nicht mehr erwarten, einen finanziell wohl situierten Mann zu finden, der sie heiratet, damit sie nicht mehr arbeiten muss. Ich nehme an, sie hat sich nur deshalb fürs Grundschullehramt entschieden, weil es ihr Bonuspunkte bei den Bankertypen einbringt, die nichts weiter wollen als eine hübsche, pflegeleichte Frau, die sich um Haus und Kinder kümmert. Grundschullehrerin, eine passende Beschäftigung für eine junge Dame, natürlich nur bis zum ersten Kind. Danach dreht sich alles nur noch um Peterpaaren, Kindergärten und Picknickausflüge mit dem Geländewagen. Bist du gerade mit jemandem zusammen? fragte sie säuselnd. Der alte Chris, den wir alle kennen? ergegnete ich. Nein, der doch nicht. Und du? Ja, ich bin jetzt mit einem von der Uni zusammen. Kennst du James Lyon? James Lyon? James Lyon kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin ihm ein paar Mal in der Unibar begegnet. Er studiert BWL im letzten Semester. Hat bereits eine Anwärterstelle bei PricewaterhouseCoopers. Er ist ziemlich groß. Einer von der Sorte Alphamännchen. Viel Glück dem jungen Paar. In Wahrheit heißt das natürlich, ich scheiß auf das junge Paar. Aber ich habe endlich das Gefühl, Casey durchschaut zu haben. Ich habe begriffen, wieso jemand wie ich zu ihrer Lebenseinstellung passen könnte. Nämlich überhaupt nicht. Ich hätte ihr Erdbeeren mit Schlagsahne, Poesie und Orgasmen bieten können, aber jemand wie James wird ihr ein Haus und ein sechsstelliges Gehalt bieten. Ich sehe plötzlich alles ganz klar. Emilia wäre stolz auf mich. Auf jeden Fall schritt die Party weiter voran und ich landete irgendwann mit Ed, Donner und Bianca am Billardtisch. Wir tranken alle Kübelweise von einer tödlichen, roten Flüssigkeit. Ed und ich gewannen das erste Spiel mit einer Kugel Vorsprung. Beim zweiten Spiel blieb nur noch die schwarze Kugel übrig, was zu 20 Minuten Patz-Situation führte, bis Ed die schwarze versenkte und die weiße gleich hinterher. Er war total wütend und musste zur Beruhigung erstmal einen Joint auf der Terrasse rauchen. Bianca wollte sich um den Alkoholnachschub kümmern und zog die Tür hinter sich zu. Plötzlich war ich mit Donner allein. Sie lehnte an der Kante des Billardtischs etwa einen Meter von mir entfernt, die Arme verschränkt, den Kühl zwischen den Oberschenkeln. Spielst du eine Runde mit mir? fragte sie lässig. Sicher. Während sie auf der Fensterbank eine Zigarette drehte, holte ich die Kugeln unterm Tisch vor und legte sie in das Dreieck. Du stößt an, sagte sie. Ich stieß die Kugeln an und versenkte nicht eine einzige. Donner schoss zwei volle Kugeln mit kräftigen Stößen ins Loch. Dann probierte sie es sachter und verfehlte. Sie trug mehrere klobige Anhänger an langen, schwarzen Kordeln und Lederbändern um den Hals. Die metallenen Symbole hingen auf Brustwarzenhöhe. Jedes Mal, wenn sie sich zum Anstoß vorbeugte, warf sie die Anhänger über ihre Schulter, damit sie ihr nicht im Weg baumelten. Als ich das nächste Mal dran war, setzte sich Donner wieder auf die Fensterbank und zog eine kleine, verbeulte Tabakdose aus der Tasche. Sie holte einen rechteckigen Spiegel, einen winzigen Plastikbeutel mit Speed und eine Checkkarte daraus hervor. Willst du auch was? Klar. Mit der gewandten Fingerfertigkeit einer Professionellen kippte sie was von den braun-weißen Kristallen auf den Spiegel und zerhackte sie mit dem Rand der Karte. Sie formte fachgerecht zwei exakte Streifen daraus. Dann holte sie einen Zehn-Dollar-Schein aus der Dose und rollte ihn fest zusammen. Für dich, sagte sie und hielt mir den Spiegel hin. Ich beugte mich vor und inhalierte eine der Lines durch die Zehn-Dollar-Note. Ich konnte ein Fuck nicht unterdrücken, als mir die ätzende Chemikalie durch die hinteren Nasenwände brannte. Ich schniefte mehrmals. Brennt höllisch, was? sagte Donna. Sie zeigte auf die andere Line. Die ist auch noch für dich. Was ist mit dir? Ich hab noch mehr davon. Du bist dran, sagte ich. Sie nahm ihren Kö und studierte den Tisch, bevor sie sich nach vorn beugte, um den Stoß auszuführen. Nur ein paar Zentimeter von mir entfernt. Ich konnte ein Stück blasse Haut zwischen Jeansbunt und ihrem schwarz-weiß gestreiften Shirt sehen. Der Stoß ging daneben. Verflucht, krummelte sie. Ich fühlte mich unbesiegbar, während ich zur anderen Seite des Tisches schritt. Ich versenkte die restlichen Kugeln in schneller Folge. Aus und vorbei, sagte ich weltmännisch, leerte mein Glas und grinste. Sieht ganz so aus. Sie warf den Kö auf den grünen Filz. Dann ging sie um den Tisch herum und machte dasselbe mit meinem Kö. Sie steht aber ziemlich nah, dachte ich eben noch. Da steckte sie auch schon ihre Hände in die Vordertaschen meiner Jeans und zog mich zu sich heran. Küßte mich gierig mit offenem, nach Rauch schmeckendem Mund. Mein gepeinigter, nach Sex lächzender Körper reagierte unmittelbar auf den Druck in der Leistengegend. Donna wirkt wie eine 35-Jährige im Körper einer 16-Jährigen. Mit den Händen hatte sie innerhalb von Sekunden ihr Ziel in meinem Schritt ausgemacht und rieb und drückte daran. Chris, dachte ich schwach von irgendwoher, weit weg, komm schon, du kannst doch nicht Sex mit einer 16-Jährigen haben. Du kannst noch aufhören. Aber dann packte sie meine Hände und schob sie unter ihr Shirt. Und von da an gab es kein Halten mehr. Wenn ein Mann erst mal ein paar Brüste zu fassen kriegt, kann er sich nicht mehr bremsen. Ganz besonders nicht, wenn er die Kraft der Amphetamine spürt. Im Nachhinein kann ich mir gut vorstellen, dass sie das mit Bianca abgesprochen und Bianca die Tür im Auge behalten hat. Donna öffnete auch noch die anderen Knöpfe meiner Jeans mit entnervender Zielsicherheit und rückte meine Boxershorts so zurecht, dass sie mich ohne Stoff anfassen konnte. Ich küsste sie noch mal, bevor sie sich auf den cremefarbenen Teppich kniete. Ich umklammerte den Rand des Billardtisches und sah hinaus auf den Hafen. Und die Lichter auf der Brücke. Und so kam es, dass Donna an mir unaussprechbare Akte vollzog und anschließend ich an ihr. Und zwar bis in die frühen Morgenstunden. Im Billardzimmer der Villa am Hafen. Und jetzt sitze ich ein bisschen in der Klemme. Zoe ist gerade zum Abendessen eingetroffen. Ich höre mal besser auf. Ich habe absolut keinen Appetit. 12. Juni Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts von Donna will. Ich muss heute Nachmittag arbeiten, genauso wie sie, deshalb lasse ich mir bis dahin besser was einfallen. Vielleicht bietet sich in ihrer Pause die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Ich muss mir was einfallen lassen. 23 Uhr Am Anfang der Schicht hat mir Donna kurz zugenickt, als wäre nichts passiert. Als ich merkte, dass sie ihre Pausen nahm, habe ich meine ebenfalls auf 8 Uhr gelegt. Sie lehnte draußen beim Diensteingang an der Hauswand und rauchte. Manche Leute nutzen ihre Pausen, um was zu essen. Nicht so Donna. Hey, sagte sie. Hey, antwortete ich. Wie geht's? Super, und dir? Auch gut. Sie nickte, legte den Kopf in den Nacken und blies den Rauch aus. Also, sagte ich, wegen Samstagnacht. Vergiss es, sagte sie, sehr bestimmt, ohne mich dabei anzusehen. Lass uns nicht von Samstagnacht anfangen, okay? Sie warf ihre Zigarette auf den Boden und trat sie aus. Dann ging sie wieder hinein. Was für eine Last fiel mir von den Schultern. Ich hob ihre Kippe auf, warf sie in den Mülleimer und ging ebenfalls wieder rein. Emilias Kasse war geschlossen. Ich fand sie im Belegschaftsraum mit einer Tasse Tee und einem halben Müsli-Riegel in der Hand. Wo warst du? fragte sie und schob mir mit dem Fuß einen Stuhl hin. Wusstest du, dass Müsli-Riegel offensichtlich noch schlimmer sind als Schoko-Riegel? Die haben uns reingelegt. Ich blieb einfach so sitzen, bis Bianca Stimme über Lautsprecher ertönte. Amelia Hayes und Chris Harvey begeben sie sich umgehend an ihre Kassen. Sie benutzte Nachnamen nur, wenn sie richtig stinkig war. 17. Juni Die Suche nach der perfekten Frau verläuft nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich um 3 Uhr morgens besoffen im Pub zurückhalten muss, um nicht Amelia anzurufen. Ich habe letztens in einer langweiligen Vorlesung einen Brief an sie geschrieben. Es gibt vieles, worüber ich mich gern mit ihr unterhalten würde. Ich freue mich darauf zu hören, was sie davon hält. Ich helfe ihr gern bei den Hausaufgaben und ihre schrägen Gedankengänge sorgen immer wieder für unterhaltsame Stunden. Da ist sowas wie Zuneigung. Ich würde nach der Arbeit lieber mit ihr zusammen sein, als mit den anderen in den Pub zu gehen. Ich gehe wegen des Biers in die Kneipe und wegen der stillen, eingespielten Freundschaft mit Ed. Bestimmt nicht, um mit Bianca und den anderen dort abzuhängen. Und natürlich quatschen die anderen darüber. So etwas bleibt nicht unbemerkt. Es wird gekichert und die Augenbrauen hochgezogen. Was mich dazu verandert, mir die Frage zu stellen, ob Sex vielleicht doch irgendwie im Spiel sein könnte. Naja, in meiner Vorstellung von Emilia. Aber bei einer Minderjährigen ist das eine problematische Sache und ich komme mit meiner Analyse irgendwie nicht so recht weiter. Mein Leben kotzt mich an. Es braucht eine grundlegende Veränderung. 3. August Das Ding an der Kleinen ist, dass sie mich zum Nachdenken bringt. Sie hat zum Beispiel diese fehlgeleitete, aber dennoch sehr entschiedene Auffassung vom Feminismus, die sie mit all der Inbrunst einer 15-Jährigen vertritt. Zum Beispiel redet sie davon, wie Frauen im häuslichen Bereich permanent übers Ohr gehauen werden. Weißt du was, habe ich erst vor ein paar Wochen zu ihr gesagt, so habe ich das noch nie betrachtet. Natürlich nicht, poltete es aus ihr heraus. Weshalb auch? Du bist dazu erzogen, deinen Platz im Patriarchat einzunehmen. Ich nicht. Es ist ein sehr subtiler Prozess, Chris. Du bist dir deines eigenen Beitrags dazu noch nicht mal bewusst. Kleine, ich habe an der Uni Seminare über Feminismus belegt. Ich glaube, es wäre mir aufgefallen, wenn ich mit dem Patriarchat konform gehen würde. Na dann, sagte da der kleine Hitzkopf, wann hast du denn zuletzt den Kühlschrank abgetaut? Hast alles ausgeräumt. Weggeschmissen, was nicht mehr genießbar war, was du aufheben wolltest, in die Kühlbox getan. Hast währenddessen den Kühlschrank ausgewischt, die Gemüsefächer und Glasplatten herausgenommen, sie in heißem Spülwasser abgewaschen, abgetrocknet und dann alles wieder eingeräumt. Okay, ich gebe es ja zu. Sie hatte mich erwischt. Ich wusste vorher noch nicht mal, dass man so etwas macht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man den Kühlschrank tatsächlich sauber machen muss. Du kannst darauf wetten, dass deine Mutter das macht. Sie fuhr damit fort, noch weitere Aufgaben abzuspulen, deren Existenz ich bislang noch nicht einmal erahnt hatte, aber deren Erledigung notwendig ist, damit ein Haushalt funktionieren kann. Dann fuhr sie fort, dass es selbstverständlich meine Mutter war, die diese Art von Tätigkeiten erledigte. Dafür mähe ich den Rasen, sagte ich etwas pikiert. Und ich wette, du willst dafür auch noch einen Orden, du Mistkerl, dafür, dass du alle paar Wochen mal den Rasen mähst. Alle Achtung! An diesem Punkt ist es dann immer besser, klein beizugeben. Die Kleine hat wie ich eine Ader auf der Stirn, die hervortritt, wenn sie sich aufregt. Manchmal habe ich richtig Schiss, dass sie platzen könnte. Aber sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe Amelia gerade einen gesamten Tagebucheintrag gewidmet. 25. August Es gibt nicht viel Neues. Wenn ich eine Bilanz aufstellen müsste, würde unterm Strich herauskommen, dass ich den ganzen Tag und die halbe Nacht an meiner Abschlussarbeit sitze, die ich in zwei Wochen abgeben muss. Bis auf die Zeit, die ich bei der Arbeit verbringe. Zu Hause komme ich kaum aus meiner schwarzen Trainingshose. Ich belohne mich mit Bewegung. Wenn ich einen produktiven Tag hatte, erlaube ich mir gegen 16 Uhr einen Spaziergang. Ich gehe eine Runde durch den Park und atme tief die klare Winterluft ein. Manchmal komme ich erst um 10 Uhr abends aus meinem Zimmer und trinke mit Mom ein Glas Rotwein. Sie vermisst Zoe ganz furchtbar, aber wir reden nicht darüber, weil Zoe eine erwachsene Frau ist und es ein wenig albern ist, sich nach einem erwachsenen Kind zu sehen. Mir fehlt Zoe auch, aber ich versuche, ihren Abgang als Motivation dafür zu nehmen, es ihr gleich zu tun und endlich die Kurve zu kratzen. Dieses Abends mit Mom ein Glas Wein trinken ist neu. Meiner Meinung nach gab es mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Erstens bin ich wegen all der Hausarbeiten, die ich noch schreiben muss, abends meist zu Hause, während ich sonst immer im Pub war. Zweitens rückt unausgesprochen der Tag näher, an dem ich ausziehen werde, sodass wir beide abends am Küchentisch noch einmal ausgiebig die Gesellschaft des Anderen genießen. Und drittens macht sich schleichend der Einfluss der Kleinen bemerkbar. Meine Unterhaltungen mit Emilia haben in meinem Denken eine Veränderung bewirkt. Zum ersten Mal und verdächtig Emilia geprägt, interessiere ich mich für Mams Lebenswelt. Ich erkundigte mich beispielsweise danach, wie sie den Übergang erlebt hat, nachdem sie Dad geheiratet hatte, und wie glücklich sie damals mit dem gemeinsamen Leben mit Dad war. Ich fragte sie, ob er die ganze Zeit gearbeitet hat, als Zoe und ich zur Welt kamen, wie die Verteilung der Hausarbeiten zwischen ihr und Dad war, wie sie es geschafft hat, den Job und zwei kleine Kinder unter einen Hut zu bringen. Und während ich sie das fragte, trifft es mich wie ein Schlag. Meinen Dad hätte ich so etwas nie gefragt. Genauso wenig wie sonst ein Kerl. Eine der Geschichten, die Mami erzählte, ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Sie hatte noch unbezahlten Erziehungsurlaub von ihrer Arbeit als Grundschulbibliothekarin. Da war ich gerade zwei und Zoe vier. Hin und wieder ist sie arbeiten gegangen, wenn ihre Schwester Zeit hatte, sich um mich zu kümmern. Aber im Großen und Ganzen war sie zu Hause. Eines Tages erhielt sie ein kurzes, förmliches Schreiben vom Bildungsministerium, in dem man ihr mitteilte, dass sie, falls sie nicht innerhalb desselben Monats wieder Vollzeit an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, sie diesen verlieren würde. Die nächste freie Stelle, auf die sie Anspruch hätte, konnte sonst wo in der Stadt sein. Scheiße, dachte Mom. Die Schule, in der sie bisher gearbeitet hatte, lag nicht weit entfernt. Es wäre unpraktisch gewesen, die Stelle aufgeben zu müssen. Zoe ging bereits dreimal die Woche in den Kindergarten und das sehr gern. Die Leiterin zeigte Verständnis in Anbetracht der Zwangslage und richtete für Zoe einen Platz für fünf Tage in der Woche ein. Das Problem war ich. In Zoes Kindergarten nahmen sie Kinder erst ab drei auf. Mom wollte mich nur ungern fünf Tage in einer Krippe unterbringen, aber es gab keine andere Möglichkeit. Mein kleiner Mann, sagte sie mit gequälter Stimme zu ihrem rotweintrinkenden, inzwischen erwachsenen Sohn. Wir beide waren unzertrennlich. Wir verbrachten die meisten Tage nur zu zweit. Dad war ihr Arbeiten und Zoe im Kindergarten. Sie klapperte die umliegenden Kindertagesstätten ab und erfuhr, wie schwierig es war, einen Zweijährigen fünfmal die Woche unterzubringen und dazu noch innerhalb von drei Wochen. Sie fand dann schließlich eine städtische Krippe ein paar Vororte weiter. Sie konnten mich sofort aufnehmen. Es war ein düsterer Ort mit einer unseligen Atmosphäre, aber es blieb nichts anderes übrig. Ich erinnere mich gut daran. Ich musste dort Spinat zum Mittagessen und als es Zeit für den Mittagsschlaf war, legten sie uns in Gitterbetten. Ich erinnere mich daran, dass ich ein paar Mal ins Bett gemacht habe, weil ich nicht rechtzeitig zur Toilette gekommen bin. Woran wir uns beide erinnern, ist, dass ich jeden Morgen, wenn sie mich dort ablieferte, nicht mehr aufhörte zu weinen. Ich rannte hinaus in den Vorgarten, drückte mich gegen den Maschendrahtzaun neben dem Eingang und schrie, sie solle zurückkommen. Wenn sie mich nachmittags dort abholte, stand ich wie gebannt an derselben Stelle am Zaun. Immer noch weinend hielt ich nach ihr Ausschau. Meine Mom nannte es eines der schrecklichsten Dinge in ihrem Leben, mich dort abzugeben. Furchtbar, sagte sie. Und dein Vater konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie furchtbar es war. Amelia sieht in diesen Geschichten grundlegende Bedeutung. Du brauchst gar nicht weiter zu suchen, sagt sie. Die Antworten findest du zu Hause. Wenn ich an die Unterdrückung der Frau denke, fallen mir Sachen aus der Vergangenheit ein. Dass Frauen das Wahlrecht vorenthalten wurde. Frauen zu Abtreibungen in dunklen Hinterhöfen gezwungen werden. Frauen, der Zugang zu Universitäten verweigert wird. Dass Frauen, um das Land zu verlassen, schriftliche Genehmigungen ihrer Männer brauchen. Frauen als Hexen verbrannt wurden und als Sexsklaven verkauft werden. Ich muss gar nicht lange suchen. Wie ich herausgefunden habe, taut meine Mom tatsächlich den Kühlschrank ab und macht ihn sauber. Ich habe Amelia mal einen Brief geschrieben, in dem ich sagte, sie müsse gar nicht weit über den eigenen Tellerrand sehen, um gravierende Unterschiede festzustellen. Ich hatte ihr empfohlen, sich ganz in ihrer Nähe umzusehen. Jetzt hat sie bei mir das Gleiche geschafft. 12. September Nick und Suess sind ein Paar. Sie sind schon bald ein Jahr zusammen und haben es vor ihren besten Freunden geheim gehalten. Ich weiß nicht, was mich mehr ankotzt. Ihre Geheimnistuerei oder die Tatsache, dass sie die Liebe gefunden haben, nach der ich immer noch suche. Ich habe heute Abend versucht, Rowan zu erreichen, um seine Meinung darüber zu hören, aber er war nicht da. Wahrscheinlich ist Stella bei ihm. Nick und Suess, Rowan und Stella. Ach ja, und dann ist da noch Chris. Das war nicht Teil der Abmachung. Es waren immer Nick, Suess, Rowan und ich. Vier Einzelkämpfer, die mit vereinten Kräften dem harten Leben da draußen trotzten. Eine sichere Basis, um loszulegen und wieder zurückzukommen, falls es kritisch wurde. Und jetzt sind alle im verdammten Reich der Zweierbeziehung angekommen. Wahrscheinlich werden wir nie mehr zusammen losziehen. Sie wollen nur noch zu Hause bleiben, kuscheln und fernsehen. Alles ist permanent in Bewegung. Alle wichtigen Standbeine meines Lebens der letzten vier Jahre sind ins Wanken geraten oder haben sich verändert. Aber ich bin immer noch hier. Verdammter Mist. Morgen rufe ich bei dieser japanischen Schule an. Ich muss hier raus. Ich brauche etwas, das mir gehört. Hier gibt es kaum noch etwas, was mich hält. 20. September. Ich versuche, meine letzte Hausarbeit fertig zu kriegen. Noch drei Tage bis zur Abgabe. Außerdem schreibe ich an einer Bewerbung für die Englischschule in Japan. Mick und Sue ziehen zusammen. Sie haben die Jobs bekommen, auf die sie sich beworben haben. Rowan ist in das neue Haus in Newcastle gezogen. Stella hat da oben gerade einen Job gefunden. Wenigstens bleibt der Land der Träumehaufen weitgehend derselbe. Ed schmeißt nächste Woche seine Geburtstagsparty. Ich bin inzwischen 22. 21. September. Es ist kurz vor Mitternacht. Ich sitze in meinem Zimmer mit meinem dritten Glas Rotwein und werde gleich die Ereignisse des Abends wiedergeben. Heute ist Freitag. Zoe und Terry waren zum Abendessen hier. Dad hat den Grill angeworfen und Mom hat die Steaks rausgeholt, die lange in Rotwein, Knoblauch und Honig gezogen hatten. Zoe, Terry und ich haben uns stillschweigend gegen Dads Verhör verbündet, wann die beiden denn endlich ein Haus kaufen würden. Sie kamen mit den üblichen Argumenten. Wie schwer es sei, das nötige Geld aufzubringen und danach die Hypothek abzubezahlen. Dad meinte daraufhin etwas von Opfer bringen. Wir schluckten den aufkeimenden Ärger hinunter und gaben uns seufzend geschlagen, spürten das vertraute Gefühl der Hoffnungslosigkeit auf unseren Schultern lasten. Terry wechselte das Thema und brachte das Gespräch auf das Finale der Australian Football League. Als Zoe und Terry gegangen waren, schrubbte ich den Grill und wünschte mir, dass die Winterzeitumstellung schon früher einsetzen würde. Ich hörte das Telefon klingeln. Mom brachte es mir in den Garten raus. Es ist Mikaela, sagte sie. Ihre Stimme klang vertraut und fremd zugleich. Ich kämpfte damit, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie war offen und herzlich und ich ebenfalls, sehr zu meiner Verwunderung. Wir plauderten eine Weile über belanglose Themen, bis sie ziemlich abrupt einwarf. Du fragst dich sicherlich, was für eine Art von Person sich so verhalten kann, wie ich es getan habe. Ich sagte nichts dazu. Brad und ich sind schon seit der Highschool zusammen. Seit fünf Jahren. Fünf Jahre bedeuten eine Menge unausgesprochener Verbindlichkeiten. Er ist sympathisch und einfühlsam. Meine Familie betet ihn an, meine Freunde ebenso. Er weiß, was er will. Er liebt mich. Er hat mich für sechs Monate nach Sydney gehen lassen, weil er wusste, dass es das war, was ich wollte. Nein, nicht. Er hat mich gehen lassen. Er hat Vertrauen in mich gesetzt. Ich konnte dieses Vertrauen einfach nicht missbrauchen. Du hast dieses Vertrauen aber missbraucht, konnte ich nicht umhin, sie zu erinnern. Ja, ich weiß, ich versuche ja auch nur, dir meine Lage verständlich zu machen. Ich empfand kurz Mitleid mit ihr. Blöd wie ich bin. Niemand würde sich einem so anständigen Kerl gegenüber wie ein Arschloch aufführen wollen. Nur fürs Protokoll. Ich glaube, du hättest mich ziemlich schnell wieder fallen lassen, sagte sie, wenn wir zusammengeblieben wären. Ich kann ziemlich anstrengend sein, sobald die Flitterwochen vorbei sind. Und ist dir im Nachhinein niemals der Gedanke gekommen, dass du dich ursprünglich in mich verliebt haben könntest, weil ich nach außen hin so starke Prinzipien und Überzeugungen hatte, doch unsere Beziehung zugleich der eindeutige Beweis dafür war, dass es für mich keine Prinzipien und Überzeugungen gab. Warum rufst du an? Drängte ich sie. Brad hat um meine Hand angehalten. Wir sind verlobt. Zack, bumm, bang. Verdammt harter Schlag mitten ins Gesicht. Das ist doch lächerlich. Du bist viel zu jung, um zu heiraten, sagte ich schwach, was Schrott war, denn ich hätte sie auf der Stelle geheiratet. Ich bin inzwischen 23 und er 24. Wir bleiben einfach eine Weile lang verlobt. Es musste eine Entscheidung fallen, das will ich damit sagen, Chris, und ich habe sie getroffen. Stille. Und jetzt willst du mir auch noch das andere Ei rausreißen. Oder war es das schon? Auf mich ist Verlass, wenn es darum geht, deine gesittete Unterhaltung in den Dreck zu ziehen. Ich wollte dir nur sagen, was passiert ist, entgegnete sie eisig. Na, dann danke ich dir für deinen Anruf. Und außerdem habe ich nur einmal geweint. Als du mir die Blumen zu Weihnachten geschickt hast, hast du irgendwas davon geschrieben, wie ich immer geweint habe, wenn wir uns geliebt haben. Und nun sage ich dir, fuhr sie fort, dass ich nur ein einziges Mal geweint habe. Also, übertreib nicht. Und tschüss. Das war's, wie man so schön sagt. Lasst uns also das Glas erheben, auf Michaela und Brad anstoßen und ihnen lebenslanges Glück wünschen. Und vielleicht noch ein oder zwei Krankheiten mit fiesen Pusteln. 24. September, 23.30 Uhr. Seit Freitagnacht bin ich völlig neben mir. Mein Fass läuft über vor zersetzender Säure. Das letzte Fünkchen Hoffnung, das ich für Michaela und mich noch hegte, ist erloschen. Wäre ich weniger mit der Ungerechtigkeit dieses Universums beschäftigt, das mich ständig übers Ohr haut, würde ich vielleicht der Kleinen gegenüber eine Spur von Schuld empfinden. Gestern war Aids Geburtstagsparty. Obwohl meine Erinnerung allenfalls als schwammig zu bezeichnen ist, erinnere ich mich dennoch daran, dass ich die meiste Zeit am Hals einer billigen Wodkaflasche gehangen habe. und so schwer es fällt, mir das einzugestehen, an Emilias ebenfalls. Ich habe ein neues, persönliches Tief von besoffener Schäbigkeit an einer 15-Jährigen demonstriert. Heute ging's mir absolut dreckig. Um 4 Uhr nachmittags habe ich das letzte Mal gekotzt. Zum Glück waren meine Eltern nicht da. Emilia rief an, als ich mich gerade wieder halbwegs menschlich fühlte. Das war echt too much. Ich war so direkt wie irgendwie möglich in Anbetracht meines schwierigen Zustands. Ich glaube, sie dachte, dass wir jetzt zusammen sind. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ja, wäre ich kein Mistkerl mit einer schwarzen Seele und Schlamm in den Adern hätte ich ein mächtig schlechtes Gewissen. Ich muss jetzt schlafen. 5. Oktober. Ich gehe nach Japan. Es ist ein Zwei-Jahres-Vertrag. Ich habe schon unterschrieben. Ich hatte eigentlich an sechs Monate gedacht, aber sie sagten, ein Jahr sei das Minimum. Und jetzt sind es zwei. Ich habe es Mom und Dad schon erzählt. Am Ende meiner Schicht heute habe ich im Land der zerplatzten Träume gekündigt. Sie haben mir den Job gestern Nachmittag angeboten und ich habe den gesamten Abend darüber nachgedacht. Zu vorgerückter Stunde habe ich mich mit Mom an den Küchentisch gesetzt. Wir haben zusammen den Rotwein vom Abendessen gelehrt. Mom sagte ich, ich muss hier wirklich raus. Wenigstens eine Zeit lang, ich passe hier einfach nicht mehr hin. Hier? fragte sie und machte eine ausladende Handbewegung oder Sidney. Beides. Wir schwiegen einen Moment lang. Nun, sagte sie dann nachdenklich, ich schätze, du hast dich entschieden. Du gehst nach Japan. Ja, nur dieses Mädchen. Welches Mädchen? Eine Freundin, Amelia, ich kenne sie von der Arbeit, sie ist was Besonderes. Ich räusperte mich vernehmlich, für mich und im Allgemeinen auch. Oh, sagte Mom, bist du, sie ist fünfzehn, fast sechzehn, ich weiß, es würde nicht funktionieren, noch nicht, es ist schwer. Wir tranken unseren Wein und ich wusste, dass ich gehen würde. Und ich erinnerte mich daran, wie ich Amelia geküsst habe, auch wenn ich mir eingeredet hatte, dass ich es vergessen habe. Ungetrübtes Wasser. Es ist Freitagnachmittag. eine Woche vor Weihnachten. Penny und ich fahren mit dem Bus zum Bondi Beach. Es ist heiß und das Meer liegt spiegelglatt vor uns wie ein See. Wir schwimmen wie die Weltmeister, verbringen fast zwei Stunden ununterbrochen im Wasser. Wir lassen uns auf dem Rücken treiben und schwimmen gleich darauf weiter raus, tauchen nach einer Handvoll Sand. Wir gleiten so tief wie möglich durch das Wasser hinab und öffnen die Augen in der grünen Unterwasserwelt. Uns holen die Haie zuerst, sagt Penny. Sag das nicht, kreische ich und schwimme ein paar Meter landeinwärts, bis auf die Höhe eines anderen Schwimmers. Wir werden ordentlich Armmuskeln kriegen, sagt Penny und schwimmt geschmeidig auf mich zu. Meine Gedanken kreisen um das bevorstehende Weihnachtsfest. Wir wollen morgen Geschenke kaufen, nach meiner Morgenschicht bei Dymox, dem Buchladen, wo ich jetzt jobbe. Nachdem ich im Land der Träume gekündigt habe, habe ich für das Weihnachtsgeschäft einen Aushilfejob bei Dymox gefunden. Wenn ich Glück habe, kann ich danach noch weiter dort arbeiten. Schließlich schwimmen wir ans Ufer zurück und lassen uns auf die Handtücher fallen. Hast du diese Woche schon was von deinem Dad gehört? frage ich sie. Ja, ich war Hat er inzwischen erzählt, wo er wohnt? Nein, es tut mir so leid, Süße. Ja, sie starrt mit erhobenem Kopf zum Horizont. Wie geht's deiner Mom? Sie macht sich Sorgen, dass er sie übers Ohr hauen könnte. Finanziell? Ja, und sie hat ihm die besten Jahre ihres Lebens geschenkt. Es haut mich manchmal echt um, was für Gespräche Penny mit ihrer Mutter führt. Meine Familie nervt mich manchmal entsetzlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht mehr zusammen sind, dass mein Vater einmal nicht mehr Teil von uns ist. Hast du mal wieder von Chris gehört? fragt Penny. Ja, er hat vor ein paar Tagen um drei Uhr nachts besoffen angerufen aus einem Club in Tokio. Er sagt, er vermisst mich, aber er amüsiert sich dort gut. Wie schlimm vermisst du ihn denn? Ziemlich schlimm. Ich fühle mich leer, wenn ich nur daran denke. Ich muss noch so lange warten, bis er zurückkommt. Noch fast zwei Jahre. Wie soll ich die nur überstehen? Warten? Überstehen? Penny haut mir auf den Arm. Du wirst nicht warten! Ich schweige. Er kommt vielleicht gar nicht wieder. Er bleibt womöglich in Tokio. oder er zieht weiter. Er heiratet vielleicht eine Japanerin? Nein! Und wenn er zurückkommt, sind wir fast volljährig. Wir gehen dann auf Abifäten und zur Uni und machen tausend andere Sachen. Und wenn er dann noch was von dir will, kannst du dir das immer noch überlegen. Aber du wirst bestimmt nicht die nächsten zwei Jahre damit verbringen, in der Warteschleife zu hängen. Ich sehe sie an. ihre braunen Augen leuchten in dem rosa Licht der Abendsonne. Es gibt jede Menge für uns zu tun, Emilie. Tatsächlich? Was denn? Ich werde beispielsweise noch diesen Sommer dafür sorgen, dass du ein Kleid trägst. Ach Quatsch! Ich verspreche dir! Vielleicht schon heute Abend? Heute Abend wollen wir ins Kino mit Scott und seinen Freunden und noch ein paar anderen aus unserer Klicke. Ich habe Frieden mit ihnen geschlossen. Sie sind eigentlich gar nicht so übel, die Jungs. Und ich bin nicht mehr ganz so schlecht gelaunt. Was Gutes für alle Beteiligten. Ich weiß genau im hier und jetzt der warmen Sommerluft, dass ich mit Chris Abwesenheit klarkommen muss. Dass Wunschträume nicht viel helfen und dass eine Kiste mit Briefen und Tagebüchern noch lange kein Verlobungsgeschenk ist. Jede Menge für uns zu tun, sage ich, bohre die Fersen in den Sand. Genau. Jede Menge. Wir halten uns an den Händen, sitzen einfach still da und sehen zu, wie die Schatten im Sand immer länger werden. Auf Wiederhören bei Audible.